Herzlich willkommen! Hallo, dass Sie hier sind heute bei der Kulturkonferenz des Landschaftsverbandes Rheinland 2023 im Rautenstrauch-Jost-Museum. Schön, dass Sie hier heute in Präsenz da sind und ich begrüße auch hier an dieser Stelle alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die uns online zugeschaltet sind und den Livestream verfolgen. Hallo auch in diese Richtung. Ich nehme an, dass hier einige Kulturschaffende dabei sind, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kultureinrichtungen, aus der Politik, aus der Verwaltung und dass Sie heute hier sind, das zeigt ja schon mal, dass Sie ein Interesse mitbringen an ökologischer Nachhaltigkeit und das ist schon mal gut, weil damit ist der erste Schritt ja schon getan. Das Thema der Kulturkonferenz in diesem Jahr, das lautet Kultur, Klima, Machen und damit ist auch klar, wo der LVR den Schwerpunkt legt, hier in diesem Jahr nämlich auf ökologische Nachhaltigkeit und in dem Zusammenhang mit den notwendigen Transformationsprozessen. Also ein ganz wichtiges Thema, dem wir uns hier widmen, am zehnjährigen Jubiläum übrigens, also 2013 gab es die erste Kulturkonferenz und seitdem wird jährlich über gesellschaftsrelevante Themen diskutiert, sich ausgetauscht. Das ist ja auch ganz wichtig, tauschen Sie sich aus heute hier, das ist ein wichtiger Punkt. Und die Konferenz wird auch in diesem Jahr wieder unterstützt vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und dem RKP, also den Büros des regionalen Kulturprogramms NRW und auch den Förderern und den Unterstützern liegt Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Wir müssen auch sagen, das ist ein Thema, eigentlich kommt niemand mehr drumherum. Also ein Wandel hin zu einer ökologisch nachhaltigen Kulturvermittlung und Kulturproduktion ist einfach notwendig. Ich muss jetzt sagen, zum Beispiel an diesem Punkt, als auch Kultur- und Kunstliebhaberin, da höre ich natürlich auch gleich auf. Ich war am Wochenende zum Beispiel im Ruhrgebiet, ist jetzt nicht das Rheinland, aber Tetraeder kennen wahrscheinlich alle. Und gegenüber, auf der anderen Halde, da steht die Bramme für das Ruhrgebiet. Kennt ihr jemand? Das sind 67 Tonnen Stahl. Stellen Sie sich das mal vor, 67 Tonnen Stahl. Also die Klimabilanz dieses Kunstwerkes, die ist natürlich nicht besonders gut. Und da stellt sich dann auch für bei mir gleich die Frage, okay, jetzt unter heutigen Gesichtspunkten und in der aktuellen Situation, der Sensibilität für das Thema, würde man so ein Kultur- und ein Kunstwerk noch produzieren? Oder würde es einen Aufschrei geben? Würden sich vielleicht auch Leute festkleben, zurecht? Also was bedeutet das eigentlich auch für die Kunst und für die Kultur in der Zukunft? Das ist nur eine von vielen Fragen. Aber wir merken natürlich auch, dass gerade der Kunst- und Kulturbetrieb in einer speziellen Situation ist. Weil auf der einen Seite sind Theater, Museen, Festivals auch natürlich Unternehmen. Also sie müssen wirtschaften. Und ich habe vor kurzem bei einem ganz großen Unternehmen in den Nachhaltigkeitsbericht gelesen. Nachhaltigkeit ist zu einem der weltweit größten Gesellschaftstrends avanciert, den kein Unternehmen ignorieren kann, ohne massive Wettbewerbsnachteile fürchten zu müssen. Also hier merken wir ja, Wirtschaftlichkeit ist ganz wichtig. Um die zu garantieren, muss man auf gesellschaftliche Prozesse reagieren. Also man muss auf die Gesellschaft eingehen, um nicht abgehängt zu werden. Zum anderen sind aber ja Kunst und Kultur genau eigentlich die Treiber oder diejenigen, die gesellschaftliche Prozesse anregen, die sie auch gestalten, die Impulse setzen, dass so ein Wandel stattfindet. Das heißt, irgendwie sind Kulturbetriebe ja Treiber und Getriebene zugleich. Also es ist ein sehr großes Spannungsfeld und ein sehr interessantes. Und ich freue mich, dass wir heute hier diskutieren. Es gibt natürlich auch große Herausforderungen. Das wird schon klar. Es braucht Ideen, es braucht Konzepte. Es braucht Menschen, die das umsetzen. Es braucht ein Publikum, Förderer, Sponsoren, die Politik, die das mitträgt und auch erkennt, wie wichtig ein solcher Wandel ist. Und wir wollen heute das alles gemeinsam denken, weil es braucht natürlich auch für die Zukunftsfähigkeit eine Gemeinschaft. Es braucht die Zivilgesellschaft, es braucht die Experten, die Kulturschaffenden selber. Und die müssen voneinander lernen. Das machen wir heute unter anderem mit Best-Practice-Beispielen von Leuten, die schon viel erreicht haben, die sich schon lange mit dem Thema auseinandersetzen. Dann werden wir hier diskutieren. Und im Nachmittag gibt es Workshops, wo Sie einzelne Themen auch nochmal vertiefen können. Ich nehme an, die meisten sind schon angemeldet. Sonst haben Sie auch in der Pause nachher nochmal die Möglichkeit dazu, zu schauen, ob noch Plätze frei sind. Ja, also das nochmal für den Tag heute. Und ich bedanke mich auch an der Stelle nochmal für unsere Gebärdendolmetscher hier an der Seite. Das sind Tobias Babarski und Ramona Blum, die auch heute hier sind. Vielen herzlichen Dank, herzlich willkommen. Und wir würden dann jetzt hier starten. Und zwar mit einem Grußwort von Frau Dr. Hildegard Kalutzer. Sie leitet seit 2015 die Abteilung Kultur, Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Und ich fand es ganz spannend, weil ich habe mir auch ein bisschen was zu ihrem Lebenslauf durchgelesen. Vorher waren Sie in Bremen und in Bremen unter anderem für ganz andere Bereiche zuständig. Für Familie, für Arbeitsmarktpolitik, für bürgerschaftliches Engagement. Sie haben Wirtschaftswissenschaften studiert. Das heißt, Sie bringen ja ein ganz, ganz breites Spektrum an Themen mit. Und das war das, was ich gerade sagte. Wir müssen so viel zusammendenken, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Und da ist es von großem Vorteil, wenn jemand in der Kultur ist, der auch schon viel zusammen mitbringt. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und die Konferenz eröffnen. Hier ist Frau Dr. Hildegard Kalutzer. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Treiber und Getriebene, das ist schon ein ganz schönes Motto für den heutigen Tag. Ich werde das auch in meiner Rede gleich nochmal aufgreifen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, liebe Frau Dr. Franz. Alle Vertreterinnen und Vertreter aus den Räten und den Kreistagen sind hier, glaube ich, eine ganze Reihe da. Aus den Kulturinstitutionen und Verwaltungen. Natürlich begrüße ich auch die Künstlerinnen und Künstler, Kolleginnen und Kollegen aus den RKP-Büros. Und es sollen auch Vertreterinnen und Vertreter der deutschsprachigen Gemeinschaft hier sein. Auch die begrüße ich herzlich und der RKP und der verschiedenen RKP-Büros. Ja, ich möchte starten mit einer These oder einer Aussage, die mir sehr wichtig ist, weil ich auch so ein bisschen fürchte, dass wir sonst bei dem Thema ökologische Nachhaltigkeit, was die Kunst betrifft, vielleicht auf einen falschen Pfad kommen. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass man Nachhaltigkeit im Bereich der Kultur nicht reduzieren darf auf den CO2-Ausstoß. Ich glaube, dass das eine zu große Verengung wäre und das möchte ich auch ein bisschen begründen und deshalb möchte ich, obwohl ja das dritte Wort Machen ist heute, ein bisschen auch noch etwas zum Denken geben. Wenn wir ein bisschen zurückblicken und uns angucken, was wichtige Institutionen zu dem Thema gesagt haben, so hat zum Beispiel der Rat für nachhaltige Entwicklung zum Thema Bedeutung der Kultur formuliert, es bedarf der Durchbrechung bestehender Konsummuster sowie Normen und Wertesysteme. Und jetzt kommt die Rolle der Kultur. Dabei sollen Kultur und ihre zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteure künftig eine stärkere Rolle spielen. Denn was unter Kultur verstanden wird, unterliegt einem permanenten Definitionswandel. Ohne die Schaffung eines Bewusstseins für Nachhaltigkeit in der Gesellschaft ist die Transformation nicht zu bewerkstelligen. Die Veränderung muss also auch im Kopf stattfinden. Und dass etwas im Kopf stattfindet, ist ein Punkt, der durch die Kultur, durch Kunst ausgelöst werden kann. Es ist ganz interessant, wenn man sich ein bisschen zurück nochmal vergegenwärtigt, wie sind eigentlich diese ganzen Ziele entstanden, wie ist es zu den verschiedenen Dimensionen gekommen, wie war damals der europäische Diskurs zum Thema Nachhaltigkeit. Da gab es eine ganz entwickelte Diskussion dazu, dass es möglicherweise doch neben den drei Dimensionen, also Ökonomie, Ökologie und Soziales, auch die Kultur geben sollte. Also eine vierte Dimension. Das hat sich da nicht durchgesetzt, sondern mehr die Ansicht, in allen drei Dimensionen solle die Kultur eine Rolle spielen. Wir konzentrieren uns ja heute auf die ökologische Dimension. Welche Rolle kann denn die Kultur in der ökologischen Transformation spielen beim Thema Klima? Dazu formuliert zum Beispiel der BUND im November 2021 in seinem zentralen Beschluss ohne kulturellen Wandel keine Nachhaltigkeit. Und der Kulturrat formuliert, die Umsetzung der Agenda 2030 ist eine kulturelle Aufgabe. Also wir brauchen ein breiteres Verständnis von Kultur. Nicht nur Fakten ändern das Verhalten, sondern das Verständnis für ein übergreifendes, nur gemeinsam zu erreichendes Ziel ist die Voraussetzung für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit einem Thema, in dessen Folge sich dann Wertvorstellungen ändern, Haltung und Konsummuster verändern. Ich glaube, ich verweise auf die aktuelle Diskussion um das Heizungsgesetz. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgen. Auch da spielt das ja eine ganz, ganz große Rolle. Was habe ich für Wertvorstellungen? Stelle ich das kollektive Interesse in den Mittelpunkt oder mein individuelles Interesse? Ganz interessant ist ja das, ein bisschen, weiß ich gar nicht, wir haben vieles auch vielleicht schon vergessen. In der Corona-Pandemie hat das ja genau stattgefunden. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, mit allen Schwierigkeiten, die es natürlich auch da gab, dass die Menschen bereit waren, für ein Gesundheitsziel persönliche Freiheiten aufzugeben, in einem Ausmaß, was wir, glaube ich, vor ein paar Jahren uns noch gar nicht haben vorstellen können. Das heißt, da gab es die Bereitschaft für ein übergreifendes Ziel, für ein kollektives Ziel, individuelle Freiheit aufzugeben. Und der Staat hat das auch sehr klar durchgesetzt. Man muss sich natürlich die Frage stellen, warum ist das bei diesem Gesundheitsziel gelungen, bei der Pandemie, aber bei der ökologischen Transformation nicht in dem Maße. Denn wir müssen ja schon beklagen, dass das Tempo offensichtlich nicht reicht, um die Ziele, die gesteckt sind, das 1,5-Grad-Ziel, zu erreichen. Ein paar Punkte, die mir dazu einfallen, ist die zeitliche Dimension. Es ist einem dann vielleicht doch egal, was mit der nächsten Generation ist. Die regionale Dimension, vielleicht profitiert man sogar in seiner Region davon. Also ich denke, es ist nicht so eindeutig wie bei der Pandemie, dass alle potenziell betroffen sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Thema nicht nur verstehen als ein technisches Thema, sondern als ein Thema, wo sich etwas im Kopf verändern muss. Und wie kann das geschehen? Ich habe mal so drei Punkte jenseits der konkreten Dinge, auf die ich gleich auch nochmal eingehen will, unter dem Stichwort machen, möchte ich nennen, die aus meiner Sicht ganz interessant sind. Und das sind auch Punkte, die vielleicht ein bisschen unterbelichtet sind. Ein Punkt ist das immaterielle Kulturerbe. Wir haben ja eine Menge damit zu tun im Ministerium und das ist so ein Feld, was immer so ein bisschen am Rande läuft. Aber was ganz interessant ist, ist, dass der erste Beitrag zum immateriellen Kulturerbe, den Deutschland auf der UNESCO-Liste platzieren konnte. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, was das war. Das war das Genossenschaftswesen. Das ist ja hochinteressant aus meiner Sicht, denn gerade beim Genossenschaftswesen ist ja dieses Muster kollektive Interessen vor individuelle Interessen eigentlich sozusagen die Basis für die Idee der Genossenschaft. Und ich glaube, dass gerade bei dem immateriellen Kulturerbe eine ganze Menge Kulturformen sind, die auch ein hohes Maß an Nachhaltigkeit haben und wo sehr viele Menschen, die vielleicht bei anderen Themen oder bei dem Thema insgesamt nicht so ganz aufgeschlossen sind, sich engagieren. Da geht es um Flechthecken, Brotkultur, Baumfelderwirtschaft, also um ganz, ganz viele Dinge, die mit Ökologie zu tun haben. Und ich glaube, es wäre gut, etwas mehr dahin zu schauen und auch die Menschen, die dort engagiert sind, vielleicht etwas mehr in unsere Kulturinstitutionen einzuladen, etwas mehr mit ihnen zusammenarbeiten, um diesen Aspekt der kulturellen Praxis in unserem Land etwas mehr einzubeziehen in die ökologische Transformation und den Bewusstseinswandel. Noch enger ist meines Erachtens bei einem zweiten Punkt, nämlich der Strukturwandel im Ruhrgebiet. Das ist eben schon kurz angesprochen worden und ganz exemplarisch für mich ist dafür die Renaturierung des Abwassersystems der Emscher. Das ist ja eines der größten Projekte in diesem Bereich Europas, möglicherweise weltweit, kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall Europas und es gibt ja auch tolle Dokumentationen und Filme darüber. Und was auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, also ich habe letztens eine Ausstellung gesehen und da war das gar nicht präsent, ist, dass ja dieser Prozess von Anfang an mit Kunst begleitet worden ist. Es gibt inzwischen 19 Kunstwerke entlang der Emscher, die sich fast alle ganz intensiv mit dem Thema Klima und den gesellschaftlichen Folgen der ökologischen Entwicklung beschäftigen und diese reflektieren. Und das halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt, dass man Renaturierungsprojekte, Strukturwandel so unmittelbar mit Kunst verbindet. Weshalb sage ich das explizit hier. Wir haben ja vor der Haustür die großen Braunkohleregionen stehen vor einem gewaltigen Strukturwandel und wir sind ja dabei, Frau Franz, der LVR und auch wir als Ministerium, das Thema Kunst, Kultur in diesem Prozess zu verankern, es mit zu berücksichtigen, diesen Strukturwandel eben auch durch Kunst, durch Kultur mit abzubilden und die Menschen mitzunehmen. Denn auch hier in der Region sollen ja neue nachhaltige Strukturen entstehen. Es soll besonders die nachhaltige Industrie gefördert werden und so weiter. Übrigens vielleicht an der Stelle, es gibt ja auch Institutionen, die das schon sehr gut machen. Ich habe mal geguckt, es gab ja zum Beispiel hier in Köln die Ausstellung Öko-Rausch. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, 20 war das, die auch zum Beispiel Design und Nachhaltigkeit zum Thema hatte. Also diese Verbindung immer wieder herzustellen, halte ich für einen ganz wichtigen Ort. Und das Dritte, was sich dann an die Kulturinstitutionen richtet, ist, ich glaube, wir brauchen, die Kulturinstitutionen müssen ja, ich nehme jetzt mal das Wort politischer werden, gesellschaftspolitischer. Sie müssen eben diese Themen auch in ihren Räumen, in ihren offengestalteten Räumen aufrufen und Menschen dabei unterstützen, die sich engagieren, diese Kulturinstitutionen auch zu nutzen. Wir machen das ja mit verschiedenen Konzepten, zum Beispiel mit dem Konzept Dritte Orte, dass wir versuchen, solche Räume zu schaffen, wo Menschen sich treffen können, diskutieren können, eben auch kulturellen Wandel selber praktizieren können. Ich denke jetzt an sowas wie zum Beispiel nachhaltiges Kochen oder sich über diese Dinge zu unterhalten, sich zu verständigen, eben diesen Wandel im Kopf hinzubekommen, dass wir nicht so weiterleben können, wie wir über Jahrzehnte gelebt haben, sondern dass wir uns alle individuell auch verändern müssen und diese kollektive Aufgabe, den Klimawandel zu stoppen oder zumindest abzubremsen, gemeinsam zu schaffen. Ja, das war sozusagen erstmal meine allgemeine Vorbemerkung, weil ich glaube, dass wir eben nicht nur über Heizung reden können, sondern wir müssen darüber reden, was Kultur, was Kunst bewirken kann in der Gesellschaft. Meine Damen und Herren, mit dem Kulturgesetzbuch, das ja letztes Jahr am 01.01.2022 in Kraft getreten ist, haben wir erstmals in Deutschland in einem, den Kulturbereich regelnden Gesetz, die Verpflichtung zur Nachhaltigkeit verankert. Das war übrigens recht einfach. Ich hatte eigentlich gedacht, wir hätten mehr Widerstände bei dem Punkt, aber eigentlich war im politischen Raum die Zeit schon reif dafür, was mich damals auch sehr gefreut hat. Wir haben alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit aufgenommen und eben auch ganz konkret die ökologische Nachhaltigkeit mit Begriffen wie mögliche klimaneutrale Ausgestaltung des Betriebs, die Durchführung von Veranstaltungen klimaneutral, den internationalen Kulturaustausch so zu gestalten, dass er möglichst klimaneutral ist, Veranstaltungen auch entsprechend anzulegen. Und wir haben auch eine sehr konkrete Regelung. Ich weiß gar nicht, ob sie schon genutzt wird von Ihnen. Wir können eben auch jetzt bezuschussen, Kompensationszahlungen bei Flügen zum Beispiel, also dass Sie da auch entsprechend agieren können. Ja, das ist die Grundlage, auf der wir dann ein Programm entwickelt haben, und es ist eigentlich auch parallel entstanden. Und damit wir das auch machen können, haben wir ein Referat eingerichtet im Ministerium, das sich eben auch mit den Themen als Schwerpunkt, ist auch ein Baureferat, was sich mit Bau beschäftigt, mit großem Bauvorhaben, aber eben auch mit dem Thema ökologische Nachhaltigkeit. Und mein Kollege Herr Zinikus ist auch hier, ich weiß nicht, wo er sitzt, da hinten, und wird nachher auch nochmal auf dem Podium Rede und Antwort stehen. Kontaktdaten und so weiter finden Sie auch auf unserer Homepage. Wir haben dann ein Sieben-Punkte-Programm entwickelt zur ökologischen Nachhaltigkeit, was wir jetzt sukzessive umsetzen, das heißt Öko-Kult-NRW. Später wird es in der Podiumsrunde, glaube ich, auch nochmal vertieft vorgestellt. Ich will das deshalb auch nur streifen, aber damit Sie verstehen, was wir jetzt unter dem Punkt Machen auf den Weg gebracht haben. Das erste Handlungsfeld von den sieben ist ein Investitionsprogramm für ökologische Modernisierung. Nun werden Sie wahrscheinlich festgestellt haben, dass wir das in diesem Jahr noch nicht auf den Weg gebracht haben. Das hängt damit zusammen, dass wir immer noch Signale haben vom Bund, dass der Bund ein großes Investitionsprogramm für ökologische Nachhaltigkeit, für Kulturinstitutionen möglicherweise noch auf den Weg bringt. Das geht immer ein bisschen hin und her. Und dann würden wir unsere Mittel für die Kofinanzierung einsetzen. Wenn das nicht geschieht, werden wir also von uns aus ein solches Programm auf den Weg bringen. Wir haben sonst eigentlich immer jedes Jahr so ein Investitionsprogramm realisiert. Das Zweite ist, dass wir davon ausgehen, dass doch viele Kulturinstitutionen, vor allen Dingen auch die kleineren, Beratung brauchen und wir deshalb sogenannte Green Culture Coaches für Kultureinrichtungen finanzieren wollen. Da sind wir gerade dabei, das auf den Weg zu bringen. Wir haben ja für uns selber sehr viele bürokratische Hemmnisse eingeführt, sage ich jetzt mal. Und das ist für uns auch nicht immer ganz einfach. Wir müssen eben dann immer ausschreiben und diese ganzen Dinge erst mal erledigen, bevor wir dann mit unseren guten Ideen auch ins Machen kommen. Und deshalb dauert das noch ein bisschen. Aber die konzeptionellen Dinge sind soweit erledigt und wir sind in der Umsetzung. Was wir schon umsetzen konnten, ist die Weiterbildung Transformationsmanager, Managerin, weiß nicht, ob jemand hier aus dem Raum teilgenommen hat. Wir finanzieren zwei Durchgänge. Einer ist, glaube ich, jetzt gerade fast abgeschlossen. Und wir haben enorm viele Bewerbungen. Also das Thema brennt auf den Nägeln. Die Leute wollen was machen und wir werden jetzt kurzfristig dann auch den zweiten Durchgang angehen. Das ist der dritte Punkt. Beim vierten Punkt wird es jetzt schon sehr konkret in den Kulturinstitutionen. Wir wollen, und da sind wir uns auch einig mit vielen Direktorinnen und Direktoren, dass in den Museen mehr Ausstellungen aus Sammlungsbeständen erfolgen. Und wir haben das auch schon bei unserer aktuellen Runde, wir machen ja immer so ein Ausstellungsprogramm jedes Jahr, wo sich alle Kultur, also alle Museen und auch Kulturvereine, Kunstvereine bewerben können, dass sozusagen mehr regional nachhaltig gedacht wird oder eben aus den eigenen Sammlungsbeständen und haben da schon einen Schwerpunkt bei der Auswahl der Ausstellung gelegt. Also nicht die großen Blockbuster, wo dann international alle großen Werke zusammengetragen werden und sozusagen wie in so einer Karawane durch die Welt ziehen, sondern mal gucken, was haben wir in unseren Beständen. Wir haben ja viel, viel mehr in den Depots als in den Ausstellungsräumen und das nutzen. Ähnlich ist es auch im Theater oder in den darstellenden Künsten. Da haben wir die Abspielförderung, also das, was da ist, noch mehrmals spielen, haben wir erhöht. Es war so eine meiner ersten Erkenntnisse, dass ich mich gewundert habe im Kulturbereich, als ich das übernommen habe, die Abteilungsleitung, weshalb viele tolle Stücke nur so selten gespielt werden, manchmal nur einmal. Und das fand ich immer schon sehr, sehr schade. Hängt auch mit unserer Förderung zu tun. Wir haben selber ein Stück Schuld daran, sage ich mal, dass wir eigentlich immer das Neue fördern, auch diese Wachstumsidee, immer mehr, mehr, mehr neu. Und viele tolle Sachen dann schnell wieder verschwinden. Und da haben wir die Abspielförderung jetzt erhöht und wollen, dass also die Dinge nachhaltiger gespielt werden, mehr gezeigt werden, auch in den Regionen gezeigt werden, Zusammenarbeit mit den Bespieltheatern und freie Theater, das ist da das Stichwort. Dann, ich glaube, das ist das schwierigste Thema, nachhaltige Mobilitätskonzepte, denn natürlich ist, wenn man jetzt in die Einrichtungen guckt, zum Beispiel in die Theater, ist der größte CO2-Abdruck, sind natürlich die Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto kommen. Und nun wollen wir aber natürlich, dass sie kommen. Und deshalb habe ich auch einleitend nochmal andere Punkte genannt, weil ich glaube, was wir nicht machen dürfen, ist jetzt zu sagen, okay, wo können wir am meisten sparen? Am meisten sparen können wir, wenn keine Besucherinnen und Besucher mehr kommen. Das wäre, da kommen wir so nach Absurdistan, finde ich, und das sollten wir vermeiden. Aber trotzdem kann man natürlich das anders gestalten. Man kann das kombinieren mit ÖPNV-Tickets, das machen ja auch schon einige. Man kann Sammeltaxis organisieren zur Rückkehr und wohin kommt man mit ÖPNV. Also diese Dinge werden wir in einer Konferenz im Oktober gemeinsam mit dem Verkehrsministerium vertiefen. Und dann ein Punkt, mit dem wir so ein bisschen die Daumenschrauben anziehen. Wir wollen auch in der Förderung, wir haben ja über 2000 Einzelförderungen im Haus, wollen wir die Nachhaltigkeit als Thema mit verankern. Also es ist diejenigen, die Geld von uns bekommen, über dieses Thema reflektieren müssen und auch nachdenken müssen, was machen sie damit. Nicht immer die neue, sozusagen das neue Bühnenbild, sondern vielleicht mal ein anderes nutzen. Also selber sich überlegen, was kann ich machen, welchen Beitrag kann ich innerhalb meiner Förderung umsetzen, um dem Thema zu genügen. Ja, das sind die sieben Punkte, da sind wir dabei zu machen. Sicher reichen die sieben Punkte nicht, wir müssen noch viel, viel mehr machen, aber man muss ja auch mal anfangen. Und ich denke, wir sind da erstmal auf einem ganz guten Weg und wir sind natürlich auch im engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern, wo wir sehr gut vernetzt sind und haben auch entsprechende Arbeitsstrukturen, um auch bundesweit das voranzutreiben und arbeiten auch mit BKM und dem Aktionsnetzwerk, was Sie ja alle sicher gut kennen, eng zusammen. Ja, soweit die Dinge, die ich heute Ihnen vorstellen wollte. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich beim LVR und bei den RKP-Büros bedanken für die Umsetzung dieser Tagung, für die Vorbereitung und ich finde, Sie haben wieder ein tolles Thema gewählt. Es ist immer spannend, diese Konferenz. Ich halte sie auch für ganz, ganz wichtig und bin auch sehr gerne gekommen. Ich freue mich auf den Verlauf der Konferenz, und ich glaube, dass wir viele gute Impulse haben und wünsche uns viel Erfolg. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Es merkt keiner, dass wir getauscht haben. Wir haben zumindest fast denselben Anzug, Frau Dr. Kalutzer, heute hier. Vielen lieben Dank dafür, für dieses erste Grußwort. Und jetzt werde ich gleich sozusagen auch die Gastgeberin hier auf die Bühne bitten, Dr. Corinna Franz. Sie leitet das Dezernat für Kultur- und Landschaftliche Kulturpflege beim LVR. Und das Dezernat, das kümmert sich eben um die Vielfalt der Kultur im Rheinland. Das heißt, sie wird erfasst, sie wird bewahrt und gepflegt. Und eigentlich ist es ja genau das, was wir mit der Umwelt auch wollen. Also wir wollen sie bewahren, wir wollen sie pflegen. Also auch hier gibt es eine Analogie. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch Kulturstätten auch teilweise Teil unserer Umwelt. Also auch sie müssen bewahrt werden vor den Folgen des Klimawandels. Ich nehme an, gerade kleine Museen im Ahrtal und in der Eifel haben diese Folgen erlebt und wissen auch, was das bedeutet, wenn Räume, Ausstellungsräume plötzlich geflutet werden. Also auch hier haben wir schon wieder einen neuen Aspekt. Ihr habt das Gefühl, jedes Mal kommt wieder etwas Neues auf, was aber auch immer wieder zeigt, wie relevant das Thema ist und wie wichtig eine ökologische Transformation auch im Kulturbetrieb ist. Und daher großartig, dass wir dieses Thema heute haben, hier bei der Kulturkonferenz beim Jubiläum. Und ich freue mich, dass die Dezernentin für Kultur- und Landschaftliche Kulturpflege beim Landschaftsverband Rheinland jetzt auf die Bühne kommt. Herzlich willkommen, Frau Dr. Franz. Liebe Frau Backhaus, vielen Dank für die Anmoderation. Liebe Frau Dr. Kalutzer, vielen Dank für das Intro, was ja schon ein veritabler Impuls war. Die ministerielle Rahmung, die sie uns gerade gegeben hat, uns weiter nicht nur durch diesen Tag begleiten wird, sondern auch ganz wichtig ist tatsächlich auch für die Ausrichtung der Schwerpunktsetzungen. Es ist ja ein wahnsinnig großes Thema insgesamt, die Nachhaltigkeit. Und auch heute werden wir ja nur eigenige Facetten herausgreifen. Aber daher umso wichtiger auch zu hören, wo denken Sie hin als Ministerium. Und das ist für uns immer halt auch eine wichtige Richtungsweisung. Vielen Dank. Liebe Vertreterinnen aus der Kultur, aus den Verwaltungen, ich begrüße aber auch die Politik. Es sind viele Vertreter der Landschaftsversammlung Rheinland hier. Das freut mich ganz besonders, denn sie begleiten ja uns im politischen Bereich und nehmen regen Anteil an dem, was wir tun. Und letztlich stellen uns ja auch die Finanzen zur Verfügung. Begrüßen möchte ich auch die Vertreterinnen der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Auch das ist uns eine Verbindung, die wichtig ist, weil sie eben über die Grenzen hinausgeht. Und schließlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie also ganz herzlich zur LVR-Kulturkonferenz begrüßen, hier im Rautenstrauch-Jost-Museum und natürlich auch daheim an den Bildschirmen. Kultur, Klima machen drei prägnante Schlagworte mit Aufforderungskarakter. Damit haben wir versucht, Sie aus Ihrem Arbeitsalltag zu lösen und zu uns zu locken. Wenn ich auf die Reihen hier vor mir schaue, ist das erste Ziel der Konferenz bereits erreicht. Sie sind hier. Sie bringen Herz und Verstand, Ihre beruflichen Erfahrungen, Ihre persönlichen Fragen und, so vermute ich, auch den Wunsch nach Veränderung mit. Mit all dem sind Sie genau richtig hier. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Heute feiern die LVR-Kulturkonferenzen zugleich ein Jubiläum. Wir haben es schon gehört. Seit zehn Jahren laden wir Kulturschaffende aller Sparten ein, um Neues zu erfahren, dazu zu lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Unser Anspruch ist es, die aktuellen Fragen aus der rheinischen Kulturszene aufzunehmen und nicht nur aus diesem Bereich. Sie für kleine und große Kultureinrichtungen, für ehrenamtlich engagierte und berufliche Profis, für Kulturverwaltungen und die politische Vertretung aufzubereiten und einen Dialograum zu schaffen. Damit dies immer wieder gelingen kann, müssen mindestens drei Bedingungen erfüllt sein. Zunächst, wenn gleich beileibe nicht das Wichtigste in der Kultur, aber in diesem Fall doch eine zwingende Voraussetzung, das Budget. Wir danken allen voran dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft, das die Konferenzen von Beginn an fördert und uns bei der Programmerstellung auch inhaltlich fordert. Vielen Dank dafür, liebe Frau Kalutzer. Die zweite Bedingung, kluge Kooperationspartner. Ohne die gute Zusammenarbeit mit den Büros des regionalen Kulturprogramms NRW hätten wir die Kulturkonferenzen nicht in dieser Form entwickeln können. Sie, liebe RKPs, sind und bleiben unser Premium-Partner. Je nach Thema kommen weitere Partnerinnen und Partner hinzu. Tourismus NRW, das Zentrum für kulturelle Bildung in Alter und Inklusion, das Zentrum für selbstbestimmtes Leben oder wie im letzten Jahr Kolleginnen aus der Wissenschaft, um nur einige Beispiele zu nennen. Durch diesen regionalen und fachlichen Austausch entsteht die Qualität des Programms. Durch Kooperationen wie etwa mit dem WDR 3 Kulturradio verstärken wir die Reichweite. Allen unseren Partnern ein herzliches Dankeschön. Und schließlich die dritte Bedingung. Das ist ein gutes Team, das den weiten Weg von der Entwicklung der Programmidee bis zum Catering souverän meistert. Und dabei auch das Veranstaltungsmanagement, insbesondere unter ökologischen und sozialen Kriterien, nachhaltig aufstellt. Auch in diesem Jahr haben Frau Buchholz, Frau Anilgarn, Frau Turan, Frau Bautic, Frau Görlich und Frau Kessing ganze Arbeit geleistet. Sie können dabei immer auf die kollegiale Unterstützung anderer Abteilungen und Dezernate zählen. Vielen Dank Ihnen allen. Und nun, was erwartet Sie heute? Wir haben uns eine Menge vorgenommen. Wir möchten Sie anstiften und motivieren, Ihr Haus, Ihre Einrichtung nachhaltiger zu machen. Unser Ziel haben wir erreicht, wenn Sie am Ende des Tages beschwingt und motiviert, mit einer Reihe von selbstgewählten Arbeitsaufträgen und konkreten Ideen nach Hause gehen. Heute geht es ums Beginnen und Durchstarten. Es geht ums Machen. Lassen Sie sich von unseren Referentinnen inspirieren. Hören Sie auch genau hin, wenn die Kolleginnen über die Schwierigkeiten berichten, mit denen Sie auf Ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit konfrontiert waren und wie Sie diesen begegnet sind. Mit dieser Konferenz reihen wir uns ganz bewusst ein in ein Reigen von Veranstaltungen, Seminaren und Tagungen, die alle das Ziel verfolgen, die Kultur auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit und Klimaneutralität zu begleiten. Wir dürfen diese Aufgabe nicht an andere delegieren, sie etwa allein der Industrie, dem Handwerk oder den Bürgerinnen und Bürgern zuschreiben. Vielmehr sind wir alle gefordert und damit auch alle staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen. Ja, wir sind Getriebene und Treiber. Wir sind ein Teil des Ganzen. Die Kultur hat nicht nur eine Verantwortung, wenn es um die eigene Einrichtung geht. Wenn zum Beispiel konkrete und knifflige Fragen zu klären sind, wie etwa eine Ausstellung oder Veranstaltung klimaneutral werden kann, ob eine Photovoltaikanlage auf das Theaterdach passt und wie sie zu finanzieren ist. Oder wenn sie sich mit der Frage beschäftigt, wie ihre Besucherinnen möglichst klimaschonend anreisen können und zwar nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Vielmehr wohnt Kunst und Kultur darüber hinaus eine transformatorische Kraft inne. Frau Kalutzer, Sie sind darauf eingegangen. Sie interagiert mit gesellschaftlichen Prozessen auf ihre eigene Art. Mit ihren vielfältigen Ausdrucksformen berührt sie Menschen emotional, transportiert Ideen und Haltungen. Sie kann anregen, erregen und aufregen und nichts Geringeres als den gesellschaftlichen, gedanklichen Veränderungsprozess befördern. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, packen wir es an. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Franz, danke dafür. Ja, ein Institut für Zukunftskultur, das klingt ein bisschen wie eine Werkstatt einer Visionären. Und es klingt auch genau wie das, was wir jetzt gerade brauchen. Also ein Institut, das sich der Aufgabe widmet, unsere Zukunft zu gestalten. Weil genau das müssen wir ja tun. Wir brauchen Ideen und wir brauchen Konzepte. Wir brauchen ja Vorstellungen von unserer Zukunft. Die fällt ja nicht vom Himmel, sondern wir sind jetzt dafür verantwortlich, was wir in der Zukunft erleben. Wir müssen jetzt die Weichen stellen. Wir müssen jetzt die Wege einschlagen, die dieses Ziel erreichen. Natürlich kann man auch sagen, wir machen einfach weiter wie bisher. Mal gucken, was passiert. Köln hat schon immer Jodjajange. Aber wir haben sehr viele Wissenschaftler, die uns ganz eindringlich immer, immer wieder aufzeigen, was dann passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und ich glaube, dass niemand möchte, dass diese Szenarien wirklich eintreten. Das heißt also, Zukunft planen, jetzt am besten und machen. Genau wie wir das hier heute auch zum Thema gesetzt haben. Dafür braucht es Mut und Kreativität. Und beides hat Tabea Leukert. Also sie ist sozusagen die Visionärin, die das Institut der Zukunftskultur gegründet hat. Und seit zehn Jahren begleitet sie und unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, sich zu transformieren. Also vor allen Dingen, sich ökologisch auszurichten. Das heißt, sie kennt die vielen Herausforderungen. Sie weiß aber auch, welche Hebel bewegt werden müssen, damit Prozesse in Gang gesetzt werden. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist und uns über ihre Arbeit und ihre Erfahrungen berichtet. Wir werden ihr heute häufiger begegnen, weil sie wird nachher bei der Diskussion dabei sein und heute Nachmittag auch noch einen Workshop leiten. Aber jetzt startet sie mit ihrem Impulsvortrag. Herzlich willkommen, Tabea Leukert. Wow, Anja. Das klingt ganz schön gut. Ich danke dir. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke, Frau Franz. Danke, liebe Ulrike Kessing. Danke, liebe Stefanie Buchholz. Liebe Epo Turan, wo bist du irgendwo auch da hinten für die Einladung? Dass ich hier sein darf, dass ich dabei sein darf, dass ich mitmachen darf. Wir haben es eben schon gesehen. Das Machen soll heute im Vordergrund stehen. Und ich bin ganz dankbar, dass ich da sein darf. Und gleichzeitig möchte ich mich bei euch und bei Ihnen allen ein wenig entschuldigen. Ich bin nämlich heute ganz schön kribitzig, würde man bei mir sagen. Was heißt das? Ich bin so ein bisschen angespitzt. Ich bin nämlich beides. Ich bin ganz schön ungeduldig und ganz schön erschöpft. Und ich habe mich ein bisschen vorbereitet im Vorfeld natürlich und habe aber auch mit ein paar Menschen gesprochen, die zum Teil heute hier sind auf Bühnen im Publikum und habe festgestellt, es geht uns allen so gerade. Wir sind ganz schön viel auf Bühnen und wir sprechen ganz schön viel über diese Themen. Und irgendwie fangen wir immer wieder bei Null an. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass wir das heute hoffentlich nicht so sehr tun, bei Null anzufangen. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass gerade im Kultursektor wir Diskussionen führen, die ich, als ich noch beim Rat für nachhaltige Entwicklung damals tätig war, im Bereich nachhaltiges Wirtschaften, da haben wir die Diskussion auch schon für fünf Jahre geführt, vor zehn Jahren geführt. Die Frage nach CO2-Bilanzierung, wie sinnvoll, was gehört dazu. Die Frage nach Unterstützung, welche Unterstützung brauchen eigentlich Organisationen für die Transformation, für den Wandel. Das ist nicht neu. Diese Fragen stellen wir uns auf sehr vielen Konferenzen seit sehr langer Zeit. Und heute ist wieder so eine Konferenz. Und ich habe im Vorfeld irgendwann gedacht, okay, möchte ich wieder das Gleiche erzählen, möchte ich wieder bei Null anfangen. Und deswegen verzeihen Sie es mir ein bisschen, dass ich heute mit ein bisschen mehr Nachdruck unterwegs bin, weil eines haben wir ganz sicher nicht mehr, die Zeit, das noch zehn weitere Jahre zu erzählen. Und wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr die Menschen. Nicht mehr die Menschen, die sich auf die Bühnen stellen und das immer und immer wieder tun, weil wie gesagt, ich habe es schon gesagt, es ist unglaublich anstrengend. Und deswegen mute ich Ihnen ein bisschen von dieser Anstrengung heute zu und ein bisschen von dieser Erschöpfung heute zu, indem ich ein bisschen schneller durch die Dinge gehe, bei denen ich glaube, dass wir eigentlich überall bekannt sein sollten. Liebe Anja Backhaus, du hast ja schon vorgestellt, das Institut für Zukunftskultur. Wir schauen, wir haben extra irgendwann gedacht, wir nehmen mal nicht diesen Nachhaltigkeitsbegriff, ist irgendwie schon wieder all und ist auch irgendwie vor allem auch immer wieder grün. Und nur grün ist die Transformation ja auch nicht, auch das haben wir gehört, sondern eben auch sozial und gerecht und hoffentlich wirtschaftlich möglich und, und, und. Und dann dachten wir, nee, wir brauchen irgendwie was Zukunftliches, wir brauchen eine Zukunftskultur. Dazu spielt übrigens auch die Unternehmenskultur eine große Rolle. Habt ihr alle in eurer Organisation überhaupt den Spielraum für Veränderung? Habt ihr GeschäftsleiterInnen, die euch den Spielraum geben, die Dinge umzusetzen? Deswegen Zukunftskultur und weil gerade heute, wir haben gestern erlebt, es gibt gerade Durchsuchungen, es gibt gerade bei der letzten Generation, es gibt ganz viel politischen Druck, es gibt unglaublich viel, gerade Friedrich Merz hat vor ein paar Tagen getwittert und von einer missionarischen Transformation gesprochen, ja, egal wo man gerade hinguckt, das nimmt total Fahrt auf und ich finde, sie haben das Recht zu wissen, wer hier heute vor ihnen steht. Ich möchte mich ein bisschen vor ihnen verorten und wenn ich das hiermit tun darf, dann möchte ich ein Zitat nutzen, das ich bei Maya Göpel entliehen habe, die es wiederum von Antonio Kramschi entliehen hat und möchte mit ihnen arbeiten in so einer, hoffentlich in einer Balance heute. Was wir dringend brauchen, ist ein Pessimismus des Intellekts. Was meint Maya damit und ich kann das wirklich empfehlen, das sind zehn Minuten bei YouTube, wieder Faktor Zeit, bitte schauen Sie sich diesen Vortrag an. Wir wissen unglaublich viel, aber haben wir die Dringlichkeit, um Veränderungen anzustoßen? Sind wir alle schon da, dass wir wirklich unser Bestes geben? Ich nenne das immer meine eigene radikale Schmerzgrenze. An jedem einzelnen Tag gehe ich bis dahin, wo ich gehen könnte, um zu verändern? Ich möchte Sie einladen, das mal mit nach Hause zu nehmen. Also wir brauchen den Pessimismus des Intellekts und was brauchen wir dafür? Naja, wir brauchen Daten und Fakten. Wir brauchen gleichzeitig aber dann auch den Optimismus des Willens. Was meine ich damit? Naja, es wird sicherlich nicht gelingen, wenn wir jetzt in die Resignation gehen. Die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir aktiv werden. Und aktiv meint nicht, Lösungen zu finden, die ein bisschen ähnlich sind wie das, was eh schon da ist. Wir brauchen neue Lösungswege. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir können nicht alle mit Elektroautos weiterhin in der Gegend so rumfahren, wie wir das mit Verbrennermotoren machen. Es wird nicht funktionieren. Wir haben nicht die Ressourcen. Wir brauchen eine neue Form von Mobilität. Wir brauchen eine neue Form der Denke, eine neue Form der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften. Und das ist wichtig. Ich versuche, diese Balance heute zu halten. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, dadurch, dass Sie ein bisschen angespitzt sind, werden wir heute mehr in der Dringlichkeit sein. In diesem Vorteil. Und wer nachher den Optimismus rausholen will, der kommt gerne später zum Workshop mit dazu. Wir bemühen uns, das mit Spaß zu machen und mit Humor. Weil, wenn wir anfangen, mit dem Finger auf andere zu zeigen, haben wir schon verloren. Wir müssen gucken, dass wir eine gemeinsame Bewegung schaffen. Und das funktioniert eben durch miteinander essen gehen. Ich gucke jetzt gerade kurz niemanden an hier in dieser Runde. Was zusammen trinken, sich austauschen, zu sagen, ich bin müde, zu sagen, lasst uns aber das auch mal spaßhaft machen. Gemeinsam zu lernen. Jetzt gucke ich mal hier an Roman und an Ulrike und an Enda. Gemeinsam ins Lernen zu gehen. Wir versuchen dafür immer so zu arbeiten, dass wir fundiertes Wissen mitbringen. Wissen kommt von Wissenschaft. Und das bedeutet für mich auch, wir brauchen eine Haltung. Sie brauchen eine Haltung. Möchten Sie mit KlimaleugnerInnen sprechen? Mit wem möchten Sie, in welche Unterhaltung möchten Sie gehen? Mit wem möchten Sie zusammenarbeiten? Ab wann haben Sie das Gefühl, Sie können wirksam werden? Mit Kreativität. Das heißt Workshops, das heißt Coaching, das heißt gemeinsames Arbeiten, das heißt gemeinsam Förderanträge schreiben, was auch immer das bedeutet. Das heißt aber eben auch interdisziplinar zu arbeiten. Ich selbst komme nicht aus der Kulturszene. Ich bin Juristin, ich bin Erziehungswissenschaftlerin. Grüße gehen raus an die Eltern, die damals gedacht haben, oh Gott, das wird ja niemals was. Jetzt wechselt die schon wieder ihr Studienfach. Hat doch, glaube ich, ganz gut geklappt. Aber die Frage immer, was macht eigentlich rechts und links? Da sitzen Energietechniker im Publikum. Das ist doch super. Wir müssen irgendwie gucken, wo stehst du gerade, was weißt du, was kannst du? Wir müssen uns vernetzen und wir müssen natürlich kommunizieren. Und Klimakommunikation, da kriege ich jetzt meinen ersten Zielkonflikt, ist bestenfalls nicht nur dystopisch. Gleichzeitig ist das, was ich gleich zeigen werde, ziemlich dystopisch. Anja, du hast das vorhin schon so gut gesagt. Es gibt unglaublich viel seitens der WissenschaftlerInnen, was bekannt ist. Luisa Neubauer hat das letzte Woche so formuliert. Seit 40 Jahren wissen wir ausreichend über die Klimakrise Bescheid. Seit 30 Jahren gibt es Klimagipfel. Seit acht Jahren gibt es das Pariser Abkommen. Es ist alles da. Und deswegen möchte ich Sie und euch jetzt einladen auf eine kurze Reise. Und ich bin mir sehr sicher, Sie säßen nicht hier, wenn Sie das nicht alles auch wüssten. Wenn Sie die Dinge wissen, die ich Ihnen gleich zeige, ist die nächste Frage, können Sie die in einer fünf Minuten Stammtischrede auch positiv in einer guten Kommunikation Ihrer Nachbarin, Ihrer Mutter, Ihrer Kollegin wiedergeben? Also wie gut sind Sie selbst darin, in Ihrer eigenen Klimakommunikation, in Ihrer eigenen Nachhaltigkeitskommunikation? Einfach kleiner Wissenscheck. Wenn wir da jetzt in einem Workshop wären, würde ich Sie jetzt einzeln rauspicken und Sie gleich zu den Folien befragen, was Sie wissen. Das machen wir an der Stelle jetzt hier nicht. Ja, aber deswegen die herzliche Einladung mal zu reflektieren, was ist denn bei Ihnen, was ist schon da und was könnten Sie kommunizieren? Weil die Transformation wird nicht gelingen ohne professionelles Wissen über Nachhaltigkeit. Und das ist der Punkt, an dem ich ungeduldig bin, weil das ist alles da. Es gibt Leitfäden, es gibt alles zum Nachlesen, es ist alles vorhanden. Wir haben kein Problem, weil wir eine Lücke haben in dem, was wir wissen. Wer es nachgucken möchte, im Übrigen, ich gebe gerne den Foliensatz nachher raus. Also Sie brauchen nicht Screenshoten oder so, das dürfen Sie sich gerne nachher mitnehmen als Dokumentation. Die dramaturgische Bewertung dessen, was Sie gesehen haben, überlasse ich Ihnen. Es sind genug Kulturschaffende hier, die da sehr viel besser sind als ich. Ich selbst sage Ihnen, das ist natürlich ein Zielkonflikt. Ich habe Ihnen jetzt ein Netflix-Video gezeigt. Netflix-Produktion, CO2-intensiv. Netflix-Stream, wirklich CO2-intensiv. Nichtsdestotrotz, für mich ist das ein unglaublich starkes Narrativ. Wer hat es gesehen? Vielleicht mal Hand hoch, kennt jemand den Film? Das sind einige wenige. Ist nichts so für abends um acht, oder? Ist nichts, wenn man dann schlafen gehen will, wäre sehr zu meiner Empfehlung. Lieber irgendwie mal mittags oder so. Für mich ist das ein ganz starkes Narrativ. Vor allem bringt mich das immer in meine Emotionen. Und wir sind so verkopft, wenn wir über Nachhaltigkeit denken. Für mich funktioniert das hier, weil, lassen wir mal die ganze Kritik an Netflix außer Acht, wir sehen und empfinden, ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht, aber ich empfinde dabei ganz vieles. Ich empfinde die Schönheit der Natur, ich empfinde aber auch irgendwie dieses Entsetzen und die Irritation über die Dinge, die wir mit dieser Natur tun. Und ich glaube, dass wir viel zu wenig über diese Emotionen sprechen. Keine Sorge ist nicht das Thema für heute. Wer jetzt sagt, nicht so mein Ding, wir reden heute nicht über Emotionen. Aber für mich funktioniert das. Gucken Sie mal für Sie, was Sie antreibt, was Sie motivieren kann. Und nichts darin ist neu. Wir verlieren unsere Lebensgrundlagen. Aufgrund von Dürren, aufgrund von Überschwemmungen, aufgrund von Hitze, aufgrund von allem Möglichen. Schauen Sie es sich an. Wie gesagt, es ist nicht neu. Aber wenn ich dann mal weiterfrage, woran liegt denn das eigentlich? Da brechen die meisten schon ein. Zeige ich das? Die globale Erderwärmung, wie sich das verändert hat? Da sind noch einige dann dabei. Dann frage ich, warum eigentlich, warum stehen hier verschiedene Ziele? Warum gibt es hier sowas wie Plus 1,5? Was bedeutet, warum messen wir ein 1,5 Grad? Warum messen wir ein 2,0 Grad? Woher kommen eigentlich diese Zahlen? Wird es schon immer weniger? Sie sehen jetzt, wir haben gerade den Zeitpunkt der Industrialisierung übersprungen. Ab jetzt nimmt das Ganze so richtig an Fahrt auf. Wenn ich dann die nächsten frage, woran liegt das eigentlich? Was ist verantwortlich für diese Erderwärmung, die wir wahrnehmen? Da muss ich schon eine Weile bohren, bis jemand sagt, fossile Energie oder fossile Rohstoffe, die Verbrennung fossiler Rohstoffe. Wir haben ein großes Problem. Die Erde erwärmt sich, ist Ihnen alles nicht neu. Sie sehen aber auch, dass das jetzt gerade, eine relativ neue Grafik jetzt von 2022, dass das jetzt gerade Punkte überstiegen hat, die nicht angenehm sind. Und ich zeige Ihnen jetzt nicht die Fotos aus Somalia und nicht die Fotos aus Italien und nicht die Fotos aus dem Ahrtal und nicht die Fotos von irgendwelchen Bränden. Weil, ich weiß ja, wenn ich Sie jetzt zu sehr schubse, dann gehen Sie eher in die Resignation. Das wollen wir ja nicht. Aber Sie haben die Bilder im Kopf. Das ist nicht neu. Wenn ich dann frage, woher kommt denn das eigentlich? Könnte jetzt auch an der Stelle wieder jemanden reifeln. Was ist eigentlich der Treibhausgaseffekt? Da wird es dann richtig knapp. Treibhausgaseffekt, CO2, unter anderem CO2. Dann frage ich, wie viele Treibhausgase kennen wir denn eigentlich? Spätestens da kommt niemand mehr bei den sieben raus, die es denn sind. Was Sie sehen, ist diese gestrichelte Linie. Diese gestrichelte Linie bildet eine Atmosphäre rund um den Planeten und innerhalb dieser Atmosphäre sind CO2-Partikel, aber eben auch die anderen Treibhausgase. Das wiederum führt dazu, dass es immer wärmer wird, weil das Sonnenlicht und die Sonnenwärme nicht mehr komplett absorbiert werden kann. So einfach ist es. Auch da an der Stelle wieder checken, könnte ich das morgen jemand anderem erklären. Das ist wichtig, wir müssen das erklären können. Das Problem ist, dass diese Partikel sich so wahnsinnig langsam nur zersetzen. So ein CO2-Partikel, weiß es jemand, wie lange dauert es? Bis sich ein CO2-Partikel von alleine zersetzt hat? Es sind so circa 1000 Jahre. Und wenn Sie richtig Pech haben, sind es 10.000. Das heißt, das ist alles aufgeladen von diesen Partikeln, die nicht von alleine weggehen, zumindest nicht in unserer Lebenszeit weggehen, während wir ganz fröhlich weiter CO2 hochpumpen. Und naja, jetzt zeige ich Ihnen doch so ein bisschen Schreckensszenarien. Das ist die NASA-Karte von vorgestern. Das sind die Brände auf der Welt. Das ist das untere Szenario, sind die Überschwemmungen in unserem Norden zu Ende dieses Jahrhunderts. Also wer Familie hat oder im Norden leben möchte oder lebt, also die Städte Hamburg, Bremerhaven, Lindenburg, Bremen und Oldenburg, werden zu Ende dieses Jahrhunderts permanent überflutet sein. Wir brauchen da schon eine technische Lösung. Wir werden es nicht mehr mit einer natürlichen Lösung hinbekommen. Das sind jetzt alles noch Sachen, die kann man wunderbar nachlesen. Ich empfehle an der Stelle den Bericht des Weltklimarates, den IPCC. Das ist wirklich, und das ist angemessen, das ist vertretbar, das sind sechs Seiten. Auch da wieder Faktor Zeit, lesen sich diese sechs Seiten durch. Und Sie werden sehen, da steht unglaublich vieles schon drin. Da stehen auch diese Klimazukünfte drin. Sie merken es, ich weiß nicht, ich bin jetzt so richtig in der Dringlichkeit angekommen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, der Pessimismus, gratis Pessimismus. Ich fühle den im Raum, keine Sorge, wir kommen auch gleich noch weiter. Weil jetzt ist so die Frage, was bedeutet das denn eigentlich für die Kulturszene? Und an der Stelle möchte ich eine Sache sagen. Die Kulturszene ist interessanterweise noch relativ neu in diesem Thema. Wir haben eben Thema gehört, wir haben eben Trend gehört. Das ist ein bisschen gefährlich. Das ist hier kein Trend. Das ist eine wissenschaftliche Notwendigkeit zur Transformation. Sonst verlieren wir unsere Lebensräume. Aber es passiert auch so wahnsinnig vieles immer wieder auf Null. Und da möchte ich gleich mal ein bisschen in die Politik schauen. Weil das ist alles in der Wirtschaft schon seit fünf, seit zehn Jahren implementiert. Wir haben Leitfäden. Wir haben Nachhaltigkeitsberichtstandards. Die lassen sich nutzen. Wir haben den Rat für nachhaltige Entwicklung. Es gibt unglaublich vieles. Und es fehlt mir ein wenig dieses Rübergreifen der Branchen ineinander, miteinander, um diese Dinge zu nutzen und nicht bei Null wieder anzufangen. Im Übrigen heißen die Menschen, die seit 15 Jahren, 20 Jahren Nachhaltigkeitsprozesse begleiten, die heißen Nachhaltigkeitsmanager. Die gibt es, diese Profession gibt es schon seit sehr langer Zeit. Man kann sich ausbilden lassen zur Nachhaltigkeitsmanagerin. Dazu gehören Wesentlichkeitsanalysen. Dazu gehören CO2-Bilanzierung. Dazu gehören Energiechecks. Dazu gehört all dieses. Dazu gehört strategisches Arbeiten. Wir brauchen es nicht wieder von Null lernen. Es ist alles da, was wir brauchen. Und für die Kulturszene, jetzt kommen wir ein bisschen zu den konkreten Handlungsempfehlungen an dieser Stelle. Für die Kulturszene heißt das einerseits Wissen und zwar natürlich Wissen um die CO2-Emissionen. Warum ist CO2 wichtig? Naja, wir haben eben gesehen, Erdewärmung, Klimaschutz. Natürlich ist es wichtig, dass Sie eine Idee darüber haben, wie hoch Ihre CO2-Emissionen sind. Das ist aber auch nicht unbedingt jetzt jedes Mal eine neuwertige Information. Wir haben jetzt sehr viele CO2-Bilanzierungen gesehen von Museen. Energie, Klimaanlage, Ausstellungsarchitektur, Verpackung, Leihverkehr, BesucherInnen-Mobilität sind die hauptsächlichen Handlungsfelder. Da brauchen Sie nicht unbedingt bilanzieren. Aber bilanzieren Sie gerne. Aber wenn Sie bilanzieren, dann werten Sie aber auch bitte aus und machen eine Klimastrategie. Machen Sie nicht nur eine CO2-Bilanz, machen Sie eine Auswertung. Arbeiten Sie mit den Daten. Ich lasse Ihnen das drin, weil das nochmal die wissenschaftlichen Herangehensweisen zur CO2-Reduktion auf Netto-Null sind und auch Kohlenstoffsenke. Wir haben ein paar Mal das Wort Klimaneutralität gehört. Da würde ich eine große Warnung aussprechen. Es gibt seitens der Europäischen Kommission aktuell eine Taskforce, die sich mit dem sogenannten Begriff des Green Claimings beschäftigt. Also die Klimaneutralität als Terminus zu verwenden, ist aktuell schwierig. Es gibt die ersten Gerichtsurteile dahingehend, was eigentlich klimaneutral sein könnte oder nicht. Also an der Stelle auch so im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation. Hände weg von dieser Begrifflichkeit. Und wenn wir über Klima sprechen, ist das gut. Wenn wir aber uns wirklich ehrlich machen wollen, dann müssen wir noch mehr Sachen angucken. Wer kennt diese planetaren Grenzen? Kennen Sie die? Ja, das waren jetzt drei Hände. Wenn Sie sich anschauen, ist Klima ein Thema. Aber eben von Neuen. Unsere Lebensräume sind gefährdet aufgrund von mehreren Entwicklungen. Und Erderwärmung ist eine, aber halt nicht nur die einzige und gar nicht mal die aktuell prekärste. Wir haben ein Riesenproblem mit unserer Artenvielfalt. Wir haben ein Riesenproblem mit unserem Süßwasser. Das sind zwei Ökosysteme, die sind bereits gekippt. Das heißt, wenn Sie sich ehrlich machen wollen in Ihrer Arbeit, schauen Sie natürlich auf Klimaschutz. Und machen natürlich Veranstaltungen zum Thema Klima. Aber bitte verlieren Sie nicht den Kontext, dass Wasser und Artenvielfalt mindestens genauso angeschaut werden muss. Auch an der Stelle zum Wasser, zur Artenvielfalt, lesen Sie das gerne nochmal nach, wenn Sie möchten. Ich habe Ihnen ein paar Informationen reingeschickt. Und spätestens dann kommt so ein bisschen meistens bei allen, wie soll ich das jetzt eigentlich umsetzen? Wie mache ich denn das? Und dann haben wir vorhin auch schon gehört, vielen Dank Frau Kalutzer an der Stelle, dass das eben nicht nur eine ökologische Transformation ist, sondern ja eben auch eine soziale. Und wir haben auch schon gehört, dass es Nachhaltigkeitsziele gibt. Das heißt, das ist nicht nur alles eine ökologische Bewegung, sondern das ist natürlich auch eine soziale Bewegung. An der Stelle die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und da ist natürlich die Frage jetzt, wie kommt man da eigentlich hin? Wie werden wir zu zukunftsfähigen Organisationen? Weil wenn Sie jetzt alle einen Fokus auf CO2 legen, das sei Ihnen gegönnt, dann brechen Ihnen aber auch irgendwann die Menschen weg, die sagen, aber Diversität ist doch auch wichtig und Antirassismus ist doch auch wichtig. Und Wasser ist doch auch wichtig. Und deswegen Part 2, dieses Wissen, was ich Ihnen gezeigt habe, ich habe es eben schon gesehen, das findet sich überall. Das ist nur eine Frage, wie sehr sind Sie bereit, mit dem Schmerz, mit der Emotion umzugehen, mit dem Wissen umzugehen, dieses Wissen zu kommunizieren und zu transferieren. Und dann braucht es unbedingt eine professionelle Umsetzung von Nachhaltigkeit. Und da erleben Sie mich jetzt wieder an einem Punkt, wo ich ungeduldig werde. Was ich sehe, ist unglaublich viele Menschen, die in ihrem Ehrenamt oder in ihren Überstunden, jetzt in ihren Kulturinstitutionen auch nochmal nebenher ein bisschen Nachhaltigkeit mitmachen. Ja, so kann das nicht funktionieren. Weil wir haben doch alle nicht genug Arbeitszeit. Ich erlebe schon seit zehn Jahren niemanden mehr, der sagt, oh, donnerstags um drei, total super, habe ich eigentlich nichts mehr zu tun, trinke ich einen Kaffee. Wir sind ja irgendwie alle permanent in Überstunden. Wenn wir jetzt die Menschen, die sich intrinsisch motiviert für Nachhaltigkeit interessieren, wenn wir denen sagen, mach du mal, finde ich total super. Danke Miriam, dass du dich so engagierst im Museum Ludwig. Danke, danke, ich könnte jetzt mehrere Menschen hier ansprechen. Das funktioniert nicht, das ist ein kapazitäres Problem, es ist auch ein Problem der Kompetenz. Also, wir haben schon gehört, Nachhaltigkeit ist eine organisationelle und unternehmerische Verantwortung. An der Stelle eben auch schon von Frau Dr. Kulatzer gehört, dass wir mit drei Dimensionen arbeiten. Ein Nachhaltigkeitsbegriff meint diese drei Dimensionen. Schreiben Sie nicht Nachhaltigkeit, wenn Sie ökologische Nachhaltigkeit meinen. Bitte, bitte. Nachhaltigkeit meint die Vereinbarkeit dieser drei Dimensionen. Unbedingt. Und da lassen sich unglaublich viele Themen darunter subsumieren. Sie können sich das hier angucken. Das ist jetzt die nicht funktionierende Folie, die ich in der Präsentation meiner Kollegin geklaut habe. Was Sie sehen könnten ist, es gibt sehr viele Handlungsfelder. Hier ist es jetzt beispielsweise Mobilität, Gebäude, Beschaffung, Konsum, Sammlung, Kommunikation. Also, wir können in ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern Nachhaltigkeit definieren. Und es ist wichtig, das zu tun. Sie müssen sich eben fragen, wo haben wir einen hohen Impact? Und wenn wir das getan haben, also wenn wir verschiedene Handlungsfelder definiert haben, Sie sehen die hier unten, dann müssen wir Themen auch bündeln. Und wir müssen uns eben fragen, was ist ein soziales Thema? Was ist ein ökologisches Thema? Was ist ein ökonomisches Thema? Wer sind die Menschen, die ich ansprechen muss in meinem Betrieb? Wo gibt es Widerstände? Wo gibt es Budget? Wo gibt es Kapazitäten? Wo gibt es Zeit? Wo ist meine sogenannte Koalition der Willigen? Wer kann mich denn unterstützen und begleiten? Wer geht denn diese Reise mit? Und dann braucht es ein sogenanntes Nachhaltigkeitskonzept. Also, was machen wir? Warum machen wir das? Wie relevant ist das? Wie machen wir das? Bis wann machen wir das? Und da sage ich wieder, das ist der Moment, wo ich sage, das ist nicht neu. Nachhaltigkeitskonzepte, Nachhaltigkeitsberichte sind klar definiert. Da kann man in Berichtsstandards reingucken. Ein Nachhaltigkeitskonzept bedeutet, ich habe eine Vision, ich habe Ziele, ich habe Maßnahmen, ich habe Leistungsindikatoren, die das messen. Hand hoch, welches Haus hier hat eine solche Nachhaltigkeitsstrategie? Mit Zielen, mit Maßnahmen, mit Indikatoren, mit Verantwortlichkeiten, mit Budget. Und kleiner Exkurs, das ist etwas, das wird in zwei Jahren von allen Unternehmen mit mehr als 250 MitarbeiterInnen verpflichtend, jährlich zu berichten sein. Deswegen sage ich nochmal, Sie haben noch eine Spielwiese in der Kultur. Andere haben die nicht mehr, andere müssen jetzt jährlich berichten. Machen Sie sich auf den Weg, das ist wirklich eine Empfehlung. Es wird sonst hektisch. Nachhaltigkeit ist eben auch Management. Deswegen ist das, was wir machen, strategisches Nachhaltigkeitsmanagement. Nicht hier ein bisschen und da ein bisschen, sondern wirklich eine Strategie und Management. Personaleinstellungen machen Sie ja auch nicht Pi mal Daumen. Sie überlegen ja auch, habe ich Kapazitäten und Budget und Sie schreiben eine Stellenausschreibung. Und die Menschen, die das hier umsetzen, die nennen sich NachhaltigkeitsmanagerInnen. Okay. Sie könnten dann sehen, wie wahnsinnig ausführlich strategisches Nachhaltigkeitsmanagement ist. Wenn ich da jetzt durchgehe, dann spätestens dann kriege ich Ärger von Ulrike Kessling, weil wir besprochen haben, ich mache es möglichst einfach für Sie. Aber ich zeige Ihnen das, was da alles reingehört. Und im Übrigen gehört da auch CO2-Bilanzierung zum Beispiel mit dazu, aber eben als eine Tätigkeit von sehr vielen. Ich zeige Ihnen das, um Ihnen zu zeigen, ja, das ist viel. Und deswegen hat das manchmal jetzt auch schon eine Teilzeitstelle. Schauspielhaus Bochum hat gerade jemanden angestellt in Teilzeit. Es gibt einzelne Kulturorganisationen, die so langsam NachhaltigkeitsmanagerInnen anstellen oder die ihre Personen in Weiterbildung schicken und so. Aber das macht man nicht mal eben nebenher. Und deswegen ist mir das eigentlich am wichtigsten. Professionelles Nachhaltigkeitsmanagement ist Arbeit. Das ist kein Ehrenamt. Das macht man nicht in Überstunden. Oder die Menschen, die es in Überstunden machen, werden so müde, wie ich mich heute müde fühle. Weil die machen das die ganze Zeit und die versuchen die ganze Zeit, wir werden ja hier nachher auch Beispiele hören, die versuchen die ganze Zeit, diese Themen auszubreiten in der Organisation. Das bedeutet, Sie brauchen, ihr braucht, wir brauchen die Zahlen in der Organisation. Wir müssen die sortieren nach Wesentlichkeit. Wieder so ein Begriff aus dem Nachhaltigkeitsmanagement. Eine Wesentlichkeitsanalyse. Wir sortieren Maßnahmen aufgrund ihrer Wesentlichkeit. Und wenn ich in ein Haus komme und die streiten sich seit einem Jahr darum, ob sie jetzt das Sprudelwasser aus der Glasflasche trinken oder Leitungswasser aufsprudeln sollen, ja, dann höre ich mir das an. Und wenn ich dann frage, habt ihr denn schon Ökostrom? Und sie sagen, nee, da kommen wir irgendwie nicht weiter oder so. Dann kann man die Streitigkeiten um das Sprudelwasser, das kann man lassen. Das ist gerade nicht wesentlich. Ja, also arbeiten Sie an den Punkten, die wesentlich sind. Erarbeiten Sie Maßnahmen, die wesentlich sind. Setzen Sie sich Ziele. An der Stelle gelten smarte Ziele. Die müssen spezifisch sein, die müssen messbar sein, die müssen angemessen sein. Ja? Und dann ganz zuletzt schreiben Sie eine Strategie auf. Schreiben Sie eine Strategie auf. Machen Sie sich ehrlich und verpflichten Sie sich selbst. Das Museum Ludwig hat einen Nachhaltigkeitsbericht geschrieben. Da stehen auch Sachen drin. In einem Jahr wollen wir XYZ. Ja? Schauen Sie, dass Sie nach vorne kommen und dass Sie die Leute mitnehmen. Und jetzt haben wir so viel über betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement gesprochen. Weil das ist meine Profession. Und Ihre Profession liegt in so vielen Bereichen im Bereich der Programmatik. Wir wissen, welche wahnsinnig gute Multiplikationskraft wir in all ihren Häusern haben können. Wenn die Menschen in ihren Häusern was lernen über Nachhaltigkeit, ist das wahrscheinlich wirksamer, als wenn sie nicht mehr Wasser einkaufen beim Fachhandel. Schauen Sie, was Sie machen können. Aber fragen Sie auch immer in Ihrer Geschäftsführung, wie viel Commitment da ist, um das umzusetzen, was Sie mitbringen, was Sie heute hier gelernt haben. Und schauen Sie vielleicht nochmal ins Video von Luisa Neubauer rein. Manchmal heißt das eben auch, dass Menschen ihre Arbeitsplätze verlassen, weil sie merken, dass sie dort nicht wirksam genug sein können. Bilden Sie sich eine Haltung, ist glaube ich meine Bitte. Überlegen Sie, wo Sie stehen wollen. Überlegen Sie, was geht nach vorne. Gehen Sie nicht in die Widerstände, sondern gehen Sie dahin, wo die Energieflüsse gut sind und dahin, wo es funktioniert. Arbeiten Sie mit Menschen, die Ihnen zugänglich sind, mit Menschen, die auch die gleiche Richtung haben wie Sie. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir nachher im Workshop all diese Dinge nochmal genauer anschauen können. Wie man das aufsetzt, wie man einen Maßnahmenplan aufsetzt, eine Wesentlichkeitsanalyse macht, wie man all das aufbauen kann. Aber an der Stelle war es das fürs Erste. Vielen Dank. Applaus Wow, ja, vielen lieben Dank, Tabea. Ich habe mir Notizen gemacht, auch für die Diskussion nachher noch. Habe ich einiges aufgeschrieben. Ja, Dankeschön an dieser Stelle. Wir haben ja vorhin schon angekündigt, dass es jetzt drei Best-Practice-Beispiele auch geben wird. Aus der Kultur, aus Kultureinrichtungen. Und zwar haben wir drei verschiedene Bereiche. Es geht einmal um Museen, um Theater und um Musik, also um Festivals, um Konzertveranstaltungen. Und wir starten mit einem Museum, das wirklich vorbildlich ist, muss man sagen, in der Sache, zumindest im Zusammenhang mit ökologischer Nachhaltigkeit. Es wurde heute auch schon einige Male erwähnt, auch von Tabea Leuker. Das ist das Museum Ludwig in Köln. Und eigentlich ist es schon 1980 so gewesen, ich habe es gelesen, dass das Museum schon so gebaut wurde, dass Raum für Pflanzen schon vorgesehen war an einem Museum. Also das ist ja schon eigentlich damals wahrscheinlich schon sehr neu gewesen, weil Kunst und Natur kann man ja auch als Gegensätze aufgreifen. Also zumindest ist das Natürliche nicht künstlich. Das Künstliche nicht Natur. Ein Artefakt ist ja kein Wunder der Natur. Trotzdem kann das eine nicht ohne das andere. Aber wie wir gerade im Film schon wieder gehört haben, die Natur kann ohne die Kunst. Aber die Kunst nicht ohne die Natur. Sonst hätte Josef Beuys lange suchen können nach 7000 Eichen, die irgendwie in Kassel aufsteht. Oder die Emscher Kunst, die Frau Kalutzer eben auch schon erwähnt hat. Auch da spielt die Natur eine große Rolle in der Kunst. Und das Museum Ludwig, das geht darüber weit hinaus. Und seit zehn Jahren schon gibt es dort eine Kuratorin für Ökologie. Eine, finde ich, großartige Jobbezeichnung, einzigartig und vor allen Dingen ganz früh. Und das ist Dr. Miriam Swast. Sie ist zuständig eben für die Prozesse am Museum Ludwig und ist eine Pionierin in diesem Bereich. Und sie wird uns jetzt erzählen, was das bedeutet, wie weit sie schon sind, wo sie stehen und wo es hingeht. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und uns Ihre Konzepte vorstellen. Dr. Miriam Swast. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sprechen darf. Ich bin eine von diesen müden, erschöpften Kulturschaffenden, die Tabea erwähnt hat in ihrer großartigen Rede gerade, die mich sehr bewegt hat auch. Ich bin tatsächlich seit zehn Jahren am Museum Ludwig, aber nicht für Ökologie zuständig, sondern ich bin für die historische Fotografie eigentlich zuständig und darf mich seit zwei Jahren eben auch Kuratorin für Ökologie nennen. Ich halte diesen Spagat aus zwischen Wissen vermehren, Lernen, Verstehen, wo wir stehen und gleichzeitig in einer Institution arbeiten, die groß ist, die viel will und trotzdem natürlich nicht so schnell ist, wie es viele sich in dem Team wünschen. Das ist nicht immer leicht und deswegen möchte ich gerne hier so ein bisschen einen ganz kurzen Input geben. Wir sind schon ein bisschen aus unserem Zeitplan heraus, aber einige Aspekte erzählen, wie wir am Museum Ludwig gestartet sind und wo wir jetzt gerade stehen, weil es wirklich unglaublich spannend ist. Wir stehen am Anfang, also vielen Dank für die nette Einführung. Wir stehen am Anfang, wir wissen immer noch zu wenig und wir sind ständig in der Bewegung, weil wir nicht diesen einen Pfad kennen und diesen goldenen Weg, den wir einfach nur abgehen müssen, auf dem wir wissen, wo wir stehen, an welcher Etappe und wie viele Etappen da noch zu gehen sind. Ich habe diese Präsentation bewusst Mensch und Klima am Museum Ludwig genannt und den Mensch an den Anfang gestellt des Titels. Wir sprechen über Kultur, wir sprechen über Kunst, wir sprechen über Museen, über Natur und letztlich ist so die Erfahrung und was ich jetzt auch, und was auch schon gesprochen wurde, letztlich geht es um den Menschen. Wir sprechen hier über unsere Gesundheit, über unser Empfinden für Gerechtigkeit, wir sprechen über unser Überleben und über unsere Körper, weil auch wir sind Natur und auch wir, die wir hier stehen. Ich fand es großartig, gerade diese Naturbilder zu sehen, diese Filme hier drin und trotzdem merke ich immer, wir sind auch Natur, wenn wir hier drin sind. Wir versuchen in dem Museum immer so einen White Cube zu gestalten und so einen irgendwie neutralen Raum, in dem dann Kunst passieren darf und vergessen so schnell, wie viel Natur eigentlich hier drin ist und wie fluide auch so ein Museum ist und genauso unsere Körper. Okay, kleiner Exkurs, kleiner Ritt durch einige Aspekte dessen, was wir gelernt haben am Museum Ludwig oder womit wir gestartet sind und auch gescheitert sind. Eines der ganz frühen Projekte für uns war tatsächlich eine Nachhaltigkeitserklärung zu schreiben. Wir haben das für das Jahr 2020 gemacht, also das ist jetzt auch schon ein Weilchen her. Da sind Begriffe drin wie Klimaneutralität, die wir jetzt auch differenzierter anschauen und über die wir weiter lernen. Aber es war für uns ein ganz hilfreiches Tool, erstmal zu sagen, wir müssen an die Hand genommen werden. Wir haben großen Willen, hier schlauer zu werden und in die Handlung zu kommen, aber wir müssen irgendwie gecoacht werden. Und da gibt es ganz viele Wege. Wir hatten mit Tabea gearbeitet, wir haben Weiterbildungen gemacht. Und eines der Tools, und das stelle ich hier vor, weil es ein Tool ist, was Sie heute Nachmittag anfangen können zu nutzen. Es ist gratis, es ist online für alle zugänglich. Es ist der DNK vom Deutschen Nachhaltigkeitskodex, der Berichtsstandard, der online zugänglich ist. Das sind 20 große Fragen und dann noch Unterfragen. Ich breche es mal so ganz simpel herunter, Tabea könnte das noch viel dezidierter auch beschreiben. Aber diese 20 Fragen waren für uns ein sehr, sehr guter Startpunkt, zu reflektieren, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin und erste Maßnahmen zu überlegen, wie kommen wir auch dahin. Plus, und das ist ja jetzt hier zum Glück auch immer wieder angesprochen worden, Deutscher Nachhaltigkeitskodex bedeutet eben nicht ökologische Nachhaltigkeit alleine, sondern wirklich das alles in Kombination zu denken, Ökonomie, Soziales und Ökologie. Das heißt, wir haben diese Verortung gemacht in allen drei Ebenen. Und eines der Ziele, die wir uns da genannt haben, war, bis 1935 klimaneutral zu werden, ohne dass wir ehrlich gesagt so richtig die Vorstellung hatten, was das eigentlich heißt. Aber es klang gut und wir haben das reingeschrieben und dachten, okay, wir müssen das jetzt irgendwie, irgendwas müssen wir jetzt mal schreiben, um uns daran vorzurauben und weiterzuarbeiten. Also haben wir das gemacht. Sie können dieses Tool nutzen intern für sich, um einfach diese Fragen zu beantworten und damit nichts weiter außer den internen Prozess zu begleiten. Sie können das aber auch öffentlich machen. Und das war für uns eigentlich dann ein ganz aufregender Moment und einer, den wir bewusst auch gegangen sind, nämlich diesen Bericht auch online zu stellen. Sie alle können den einlesen, weil es bedeutet, dass wir nach außen schon mal zumindest da kommunizieren. Wir haben einen Wunsch. Wir sind nicht perfekt. Wir kommunizieren keineswegs. Und wenn Sie das lesen, werden Sie es merken, dass wir so wahnsinnig weit sind und dass wir schon so irre CO2 kompensieren und so total auf der Pfanne haben, wie es mit Wasser steht und wie es mit der Biodiversität steht. Alles nicht. Aber wir haben es online gemacht, damit wir transparent sind, Leute wissen, was uns beschäftigt, was unsere Werte sind, damit wir nach außen ein Commitment haben und auch im Grunde, dass der Druck auf uns so ein bisschen steigt. Weil in der Kultur können wir uns ja immer noch ganz wunderbar wegducken. Also der Druck steigt zum Glück durch solche Veranstaltungen wie auch hier, aber es gibt immer noch genug Förderinnen, die das nicht interessiert, wie nachhaltig wir arbeiten. Es gibt genug MuseumsbesucherInnen, es gibt genug MuseumsmitarbeiterInnen, die das vielleicht im Privaten interessiert, aber nicht im Museum. Also insofern da dieses Ehrlichmachen dessen, wo wir eigentlich hinwollen, in der Hoffnung, dass Nachfragen kommen, dass Druck steigt, aber natürlich auch dieses Tool als Verpflichtung nach innen, so dass alle, und hier zeige ich jetzt ein Bild des Team Nachhaltigkeit, da gehören auch viel mehr Menschen dazu, das ist ein kleiner Ausschnitt, dass alle auch wissen, dass diese Mehrarbeit, die sie im Moment im Museum Ludwig leisten, nicht nur ein Hobby ist und nicht nur so ein nettes Nice-to-have on top, sondern wirklich verbunden ist mit der Mission des Hauses und eine ernsthafte Aufgabe, Arbeitsaufgabe ist, die wir hier jetzt laienhaft anfangen zu übernehmen. Wir sind alle keine, wir sind alles KunsthistorikerInnen etc. Ich nenne mich Kuratorin für Ökologie, ohne dass ich Ökologie studiert hätte. Ich habe keine Ahnung von Ökologie. Was ich verstanden habe, ist, dass Ökologie bedeutet, Wechselwirkungen, Verbindungen zu untersuchen. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit Betriebsökologie. Ich weiß absolut, dass ich da große Lücken habe und ich weiß aber, dass ich Menschen dazu einladen kann und will und möchte und die Aufgabe auch eines Kunstmuseums da sehe, immer mehr Brücken zu schlagen zwischen Wissenschaft, Naturwissenschaft und Kunst. Insofern, ja, Team Nachhaltigkeit im Museum, eine Bottom-up-Bewegung. Wir sind mittlerweile 30 von 60, also im Museum arbeiten 60 Personen fest angestellt. Wir haben externe Gruppierungen oder Unternehmen auch noch dazu. Also die Hälfte des Teams freiwillig engagiert sich in dem Bereich ökologische Nachhaltigkeit zuerst mal. Damit hat es angefangen. Was haben wir gemacht? Hier ist ein kleiner Standbild aus dem Disney-Film Strange World aus dem letzten Jahr. Vielleicht hat der oder die eine oder das andere den Film gesehen. Er ist ja auch nicht unumstritten, auch zu Recht, aber die Bilder sind vielleicht ganz hilfreich hier. In diesem Film geht es um Menschen, die in einer Welt leben, die auf einmal krankt und ihre Ressourcen siechen dahin. Also es geht, sie haben irgendwelche Pflanzen, die Energie abgeben. Das ist ja auch egal, aber die Welt krankt und sie verstehen nicht warum und sie haben das Gefühl, sie müssen eintauchen in diese Welt, in den Untergrund gehen, in dem Fall in einen Tunnel, in eine Höhle einsteigen und immer tiefer, 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 um zu verstehen, was eigentlich auf der Oberfläche passiert, um es vielleicht zu heilen. Und das ist, was wir gemacht haben mit dem Team Nachhaltigkeit, eben aus dieser Laienhaftigkeit heraus, aber um einen Anfang zu machen, um einen Anfang zu machen, der irgendwie Spaß macht und der nahe liegt, der das Wissen, was wir vielleicht schon haben durch irgendwelche Dokus und privates Interesse, das wir dann mitnehmen können. Das heißt, wir sind selbst auf so eine Explosion gegangen, in diese Keller und in die Gewölbe und hinter die Kulissen des Museums, von dem man denken sollte, dass wir als Museumsmitarbeiterinnen sie nur allzu gut kennen. Pustekuchen. Ich kann jetzt, ich möchte nicht für meine Kolleginnen sprechen, vielleicht sind die, aber für mich als Kuratorin, als Kunsthistorikerin, als Kuratorin ist es fast beschämend, aber eben auch ein wichtiger Aspekt oder Moment gewesen zu erkennen, wo ich so gar keine Ahnung habe, von dem Haus, in dem ich arbeite, von den Prozessen, von dem Kunstausstellungsbetrieb und all dem, was da dran hängt, an ökologischen Auswirkungen beispielsweise, auch den sozialen. Ich hatte keine Ahnung, ich habe mich nicht informiert, ich habe mich auch überhaupt nicht verantwortlich gefühlt. Ich habe mich verantwortlich gefühlt dafür, dass Kunst schön an den Wänden hängt, dass gute Themen platziert sind, dass es irgendwie gut aussieht, gute Presse, viele Besucherinnen kommen, Förderer sagen, klar, geben wir Geld. Ich hatte noch nicht verstanden, dass eigentlich wir ein öffentlicher Raum sind, wo wir Themen vielleicht noch ganz anders lernen können, auszuhandeln, zuzulassen. Ich hatte nicht verstanden, welche vielleicht Macht man auch hat in einem Museum, weil man eben mit Geldern operiert, mit diesem Raum, mit dieser Zeit, mit einem Team, sei es groß, sei es klein. Da ist so viel Gestaltungsmöglichkeit, diese Prozesse neu zu denken. Okay, aber zurück zu dem Tunnel, durch den wir gegangen sind. Also ganz praktische Beispiele, Sie werden es alle kennen, es ist fast zu banal, um es hier nochmal zu sagen, aber es ist vielleicht trotzdem nett als ein Einstieg, falls Sie auch noch am Anfang sind, weil es durchaus Spaß macht, diese Exkursionen im Haus auch mal zu machen, sich noch mehr zu vernetzen innerhalb dieses ja meist sehr hierarchischen Systems und sehr differenziert arbeitenden Teams in einem Museum. Das heißt, wir sind alle mal in den Keller und haben uns angeguckt, wie die technischen Anlagen eigentlich aussehen. Dass da Hallen sind, die mindestens so groß sind wie unsere Ausstellungsfläche, das war den meisten nicht bewusst. Welches Kältemittel wir verwenden und was das zu bedeuten hat, den meisten nicht bewusst. Welchen Strom wir beziehen, welche Leuchtmittel wir in der Decke haben, haben wir uns nicht mit beschäftigt. Also wir, ich spreche jetzt immer wirklich aus der Rolle der Kuratorin, Ausstellung sollte sitzen, sollte ausgeleuchtet werden, egal. Recycling, bah, haben wir nie hingeguckt. Wo die Tonnen stehen, wie viele Tonnen da stehen, was eigentlich getrennt wird, welcher Abfall eigentlich wirklich anfällt in einem Museum und wo kommt der eigentlich hin. Also recherchiert, angeschaut, wo ist die Müllverbrennungsanlage, was passiert mit dem Müll, der verbrannt wird. Und wieder festzustellen, na toll, wir sind kein geschlossener Körper. Den Müll, den wir da produzieren, der wird weggeschifft nach Niel in die Müllverbrennungsanlage oder aber, weil wir ja schön exportieren, zum Beispiel in die Türkei. Wir stellen türkische KünstlerInnen aus und wollen divers sein, wollen irgendwie Partizipation etc. und schiffen gleichzeitig unseren Plastikmüll aber, ohne es zu wissen, mit in die Türkei. Können wir das wirklich noch getrennt voneinander betrachten? Können wir wirklich noch Ausstellungen machen, ohne uns verantwortlich zu fühlen und Wissen anzuschaffen über diese Zusammenhänge, zu verstehen, was für Körper wir sind. Und wenn Müll verbrannt wird, ich bin jetzt keine Müllverbrennungsexpertin und so, korrigieren Sie mich gerne, wenn es falsch ist. Aber so wie ich das verstehe, ist das Material, das wir versuchen loszuwerden und das aber doch wieder zu uns zurückkommt. Als Regen, als im Wasser, im Grundwasser, wie auch immer. Es kommt auch wieder zurück in unsere Körper. Also insofern, wir KuratorInnen sind und MuseumsmitarbeiterInnen und KünstlerInnen und so weiter, sind körperlich verbunden mit dem, was wir da machen in dem Museum und mit dem Haus. Und das fand ich einfach unheimlich spannend, das Museum als Organismus zu begreifen und nicht als leblose Hülle. Wir haben daraufhin versucht, so ein bisschen zu sortieren, das, was wir erstmal verstanden haben. Das heißt, den Status Quo nochmal runterzubrechen in verschiedene Kapitel. Und hier ist ein kleiner, eine Ausstellungsansicht aus dem Ausstellungsaufbau unserer Ausstellung, vielleicht zum dritten Mal Ausstellung in einem Satz, der grünen Moderne. Ein Projekt, das wir Ende letzten Jahres eröffnet haben, im September. Für uns ein Pilotprojekt in nachhaltigen Ausstellungen klingt aber auch schon viel zu groß. Es war einfach in dem Fall der Plan, okay, wir nutzen diese Zeit und diesen Raum mal ein bisschen anders und versuchen Dinge aus. Weil wir sind ja, oder probieren Dinge aus. Wir sind in der Phase des Experimentierens. Wir wollen wissen, wie funktioniert das für uns selbst? Wie kommen wir an Informationen ran? Wie vernetzen wir es uns, um alternative Prozesse, Produkte und so weiter kennenzulernen? Aber auch natürlich der Test, was passiert mit unseren Besucherinnen? Wir machen das ja nicht nur für uns. Wir wollen ja in erster Linie ein Haus sein, das Menschen einlädt, das Menschen in Verbindung bringt, das Menschen, mit dem wir, also in dem wir vielleicht eine sogenannte Learning Community bilden, viele Aspekte spielen da hinein. Aber was passiert, wenn wir kommunizieren und wenn wir ausprobieren und eine Ausstellung nicht mehr so aussieht, wie sie vielleicht bisher ausgesehen hat? Und das war sehr interessant. Das kann ich an der Stelle schon spoilern. Also, wer da mehr wissen möchte, ich weiß nicht, ob ich hier alles so öffentlich genauso aussprechen möchte, aber das war doch sehr interessant, dass wir ein neues Publikum gewonnen haben zum Teil. Das ist jetzt eine Beobachtung, ohne dass wir jede einzelne Person notiert haben. Aber ein tendenziell, würde ich sagen, jüngeres Publikum, ein Publikum, was nicht nur für die Kunst kommt, sondern tatsächlich auch über die Themen, in dem Fall ging es auch um Botanik und Biologie, also vielleicht sich für Biologie interessiert und deswegen ins Museum kommt, um zu schauen, was macht das Kunstmuseum da eigentlich mit meinem Studienfach oder in meinem Bereich. Wir haben aber genauso gemerkt, und das will ich hier auch sagen, weil wir vielleicht immer uns in dieser Bubble gerne bewegen und hier jetzt natürlich auch, nehme ich an, dass wir alle irgendwo einen Konsens haben, dass es wichtig ist und dass wir wollen und müssen. Aber es gab auch Widerstände und nicht nur intern, sondern eben auch ganz gezielt Förderer, die drohen Fördergelder abzuziehen. Mit dem müssen wir uns jetzt gerade beschäftigen oder wir müssen uns fragen, wie gehen wir damit um? Machen wir eine Ausstellung weniger, weil wir weniger Geld haben, aber dafür adressieren wir andere Leute, verlieren die, die vielleicht seit Jahrzehnten dem Haus verbunden sind, aber jetzt gerade nicht mitkommen. Oder müssen wir noch ganz anders denken? Brauchen wir ganz neue Skills? Müssen wir jetzt anfangen, uns weiterzubilden in gewaltfreier Kommunikation oder was auch immer es alles gibt an Skills? Ich kann nur dazu raten, Führungen zu geben in der grünen Moderne, das war schon interessant. Also das war interessant, das war nicht nur, darf ich hinten bitte sagen, ich habe ein Problem mit der Ausstellung, sondern da wurde es emotional, fast aggressiv, wenig rational, da sind neue Skills gefragt, wirklich auch in der Vermittlung oder für die Leute, die da im Kontakt mit den Menschen sind, um vielleicht Menschen noch zu erreichen. Weil wir wollen ja nicht belehren, wir wollen ja nicht sagen, okay, wir machen das jetzt nur für unsere eigene Community und alle anderen sind uns egal. Aber wenn wir jetzt in diese psychologischen Dimensionen des Vermittelns auch herabsteigen und des Wertevermittelns oder Vorlebens vielleicht, dann werden wir auch da vielleicht noch ein bisschen was lernen dürfen, weil sonst wird es haarig. Genau, also das war das Programm, wir haben es runtergebrochen, das, was wir erfahren haben im Museum, wo wir tätig werden wollen, auf die Bereiche Gebäudeprozesse, Produkte und dann natürlich auch das Programm. Das heißt, ich vermute, ich weiß gar nicht, wo Sie alle so genau stehen, wahrscheinlich an unterschiedlichen Orten. Ich werde vielleicht Begriffe verwenden, die Ihnen alle bekannt sind, aber ich will es trotzdem noch einmal genannt haben, in einem Museum, in einer Kulturinstitution, wir alle, wir kennen vielleicht unseren Fußabdruck und das ist ein Begriff, der ja auch nicht unumstritten ist, aber wir wissen, wir emittieren Treibhausgase etc., wir müssen diesen Fußabdruck verkleinern. Aber wir haben eben auch diesen Handprint von Gregory Norris geprägt, diesen Begriff. Das heißt, während der Fußabdruck kleiner werden muss, darf der Handabdruck größer werden. Der Handabdruck bezeichnet alles, was wir an Impulsen, an Wissen etc. reingeben, in die Gesellschaft, für uns selbst erarbeiten, also das Positive, das, was es braucht, das, was im Kopf auch stattfindet. Diese beiden Dinge sind ganz wesentlich für die Kultur und so wie ich gerade sehe, sind wir sehr fokussiert tatsächlich noch auf diese CO2-Fußabdruckreduzieren-Frage, die sehr wichtig ist. Aber warum machen wir das? Wir wissen natürlich, obwohl wir wissen, Museen sind ganz vorne dabei, im CO2-Ausstoß, Treibhausgasausstoß innerhalb der Kulturbranche. Wir wissen aber auch natürlich im Vergleich zu großen Unternehmen und so weiter. Aber sind wir glaubhaft in unserem Programm, wenn wir nicht darüber nachdenken, wie wir selbst unseren CO2-Abdruck reduzieren, wie wir Wasser einsparen, Ressourcen einsparen etc.? Nein, sind wir nicht. Also müssen wir uns natürlich damit befassen, aber da kann es nicht enden. Das heißt, wir befinden uns, nein, ich will noch einmal kurz zurück. Ich habe diese Icons, die sind nicht besonders schön, aber ich habe die da drunter gepackt, weil ich da noch einmal ganz klar machen wollte. Ich habe immer nur diese Folie gezeigt, bisher mit Gebäudeprozesse, Produkte, Programm, aber das ist alles, das sind nur Wörter. Da drunter stehen die Menschen, in dem Fall eben diese Expertinnen, die wir im Museum haben, die Expertinnen für ihren Aufgabenbereich. Die wissen, was sie bestellen, wo sie bestellen, die wir jetzt natürlich versuchen müssen, wollen zu Expertinnen auch in Klimaschutz zu machen, in Naturschutz, in vielen anderen Bereichen. Also das voneinander loszukoppeln, ist, glaube ich, gar nicht möglich, sage ich jetzt aus der Erfahrung. Wir können das nicht outsourcen. Wir können nicht Leute bestellen, beauftragen, die von außen kommen, bei uns kurz aufräumen und dann sind wir das perfekte, nachhaltige Museen. Wir müssen selbst diese Expertise ranholen und zwar wirklich auch in allen Bereichen. Das sage ich als Kuratorin für Ökologie, die das erlebt, dass es sehr leicht ist und das ist kein Vorwurf, aber dann zu sagen, super, die macht das jetzt schon alles. Kann ich aber nicht. Was habe ich denn für eine Ahnung über Katalogproduktion? Welche Papiere, wie die eingeschweißt werden, die Kataloge, dass Mineralöl in den Farben ist, dass das Papier zertifiziert sein muss nach bestimmten Siegeln, wo gedruckt wird, wie transportiert wird, keine Ahnung. Welche Auflagen wir haben, welche Auflagen wir machen, weil es schick klingt und wir am letzten Ende es dann doch das meiste wieder verramschen, aber das musste eben gemacht werden. Ich bin ein bisschen polemisch, verzeihen Sie es mir, aber ich will es zuspitzen. Dafür brauchen wir die Expertise in unserem Team und dafür braucht es die Selbstreflexion. Und das ist der Prozess, in dem wir gerade stehen. Seit vier Jahren haben wir im Museum Klimaschutz, ökologische Nachhaltigkeit ernst genommen, groß geschrieben, Team Nachhaltigkeit gegründet im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit. Und jetzt stehen wir gerade so in den letzten Wochen, auch diese Woche noch, haben wir Sitzungen und merken, wir müssen auch dieses Team neu denken, wir müssen uns neu denken. Nachhaltigkeit ist kein Thema, es ist eine Art zu handeln, es ist ein Bewusstsein, mit dem wir in unsere Arbeit gehen. Das heißt, wir müssen Prozesse optimieren. Das heißt, alles, was wir dachten, ach schön, wir werden unseren Müllsystem überarbeiten, jetzt wissen wir ja, wir brauchen noch eine Biotonne, okay, und wir reduzieren das, wir haben verstanden, CO2 wird emittiert. Wir haben auch verstanden im Übrigen, wie viel Geld wir ausgeben für die Entsorgung unseres Restmülls, zigtausende Euro, da kann man schon mal ansetzen, das ist vielleicht auch für die, die jetzt noch nicht so Lust haben auf Klimaschutz, auch eine interessante Erwägung da, aus den Gründen nochmal drauf zu schauen. Das alles war schön, aber wir schaffen diese Transformation, wenn ich diesen Begriff nochmal verwende, wirklich nur, wenn wir in unsere Prozesse reingehen und wenn wir anfangen zu überlegen, was das Museum eigentlich ist, was das Museum ist als Arbeitgeberin, als Ort des gemeinsamen Lernens, des Austauschens. Ja, auf vieler Ebene müssen wir, ICOM hat es vorgemacht, aber wir müssen uns nochmal sehr genau fragen, glaube ich, wo unsere Werte sind und wie wir uns sehen. Ich nenne mal ein kleines Beispiel, weil ich will es nicht zu lang machen, ich weiß, wir sind schon drüber, Klimaschutz, Hitze, also Hitzeaktionspläne. So, Köln hat einen Hitzeaktionsplan, die Museen sind da nicht mitgedacht worden. Okay, in Frankreich wurden sie mitgedacht, wir können uns selbst die Frage stellen, wir wissen, es kommen immer mehr Hitzeperioden, Trockenperioden etc. auf uns zu, wir stehen hier mit diesem Museum, mit dem Museum Ludwig, mitten in einer weitestgehend zu betonierten Innenstadt. Wir wissen, es gibt jetzt schon viel zu viele Hitzetote in Deutschland. Was ist das Museum? Ist das Museum dann nicht auch ein Schelter, ein Ort, der Menschen unterbringt, kühlt, wenn es sein muss? Kann ein Museum dann aber immer noch Eintritt verlangen, gerade ein öffentliches Museum, um Menschen zu kühlen, die in Not sind oder die gerade keinen Ort haben, um sich zu kühlen, weil sie keine Klimaanlagen in ihren Stadtbauwohnungen haben, Innenstadtwohnungen? Ist das nicht auch eine Aufgabe, die in unseren Bereich fällt? Das nur als ein Beispiel, aber so sehen Sie, es gibt so wahnsinnig viel, wo wir merken aus dieser Euphoriephase, wir sind Team Nachhaltigkeit, wir setzen uns auf die Dachterrasse, wir fotografieren uns, sind happy, wir haben ein paar Dinge gemacht, wo es jetzt wirklich an die Substanz geht, wo es wirklich auch weh tut und wo es schwer wird. Und das macht uns gerade auch, glaube ich, alle recht müde oder strengt uns an, weil es nicht mehr nur nett ist. Es gibt die Momente des gemeinsamen Feierns und das müssen wir auch und wollen wir auch pflegen. Aber es ist auch wirklich mühsam, wirklich drüber nachzudenken, wie kriegen die Personen die Zeit, die sie brauchen, um Wissen anzuschaffen in ihren einzelnen Abteilungen, um wirksam zu werden. Schaffen wir das ernsthaft in dem System, was wir haben, in dem wir nach höher, schneller, größer, weiter immer noch operieren, auf Output angelegt sind, viele Ausstellungen etc.? Schaffen wir das oder lassen wir los? Aber wer geht vor und lässt los? Wenn alle anderen immer noch so machen, die Presse erwartet, dass wir XY machen, unsere Stakeholderinnen, Förderinnen, dass alle noch von uns erwarten, wer ist mutig genug, da vorzugehen, auch auszuhalten, dass dann eben Leute in der Führung stehen und sagen, das ist ihre politische, private Meinung, da haben sie hier überhaupt nichts mit verloren im Museum als Kuratorin für Ökologie. Es gibt kein Problem mit einer Klimakrise, sie übertreiben maßlos, ich wende ihnen den Rücken zu und ich ziehe ihnen das Geld ab. Das alles werden wir passieren und das alles passiert jetzt schon. Aber halten wir das aus, dafür brauchen wir Resilienz, dafür brauchen wir Zeit, dafür brauchen wir Input und wir müssen darüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns gegenseitig stärken, welche Werte wir im Museum vertreten. Ja, vielen Dank. Wir merken heute schon auch diese Emotionalität in der Diskussion, würde ich auch gerne darüber sprechen, was auch Gefühle für eine Bedeutung haben in diesem ganzen Prozess. Darum geht es dann nachher. Danke Miriam Swast. Und wir kommen jetzt zum dritten Best-Practice-Beispiel. Hier geht es dann um Live-Musik, um Festivals. Und das ist ja wirklich auch ein Bereich, der mit großen Herausforderungen zu tun hat. Ich meine, die finden draußen Stadtfestivals in der Natur. Und das bedeutet halt, das Publikum irgendwie muss angereist kommen, Bands oder DJs, es braucht Strom, am besten noch über Dieselgeneratoren, Müll. All diese Dinge spielen natürlich eine große und wichtige Rolle, wenn es um Festivals geht. Aber es passiert auch gerade in diesem Bereich wirklich gerade einiges. Viele Festivalveranstalter sind sensibilisiert für dieses Thema. Und einer, der das schon sehr lange ist, ist Hamed Chai. Er ist Konzertveranstalter und ich glaube, er ist verantwortlich für jedes coole Festival in Düsseldorf, unter anderem fürs New Fall Festival. Und er hat tatsächlich schon sehr früh angefangen, sich darüber Gedanken zu machen. Er hat eine gemeinnützige Gemeinschaft gegründet, wo er auch genau über diese Themen schon lange diskutiert. Also man kann sagen, Hamed Chai ist ein Macher. Und genau das ist das Thema heute, Kultur, Klima, Machen. Und wir freuen uns jetzt zu hören, wie das geht. Hier ist Hamed Chai. Herzlich Willkommen. Frau Leukert, Sie haben mich schon sehr deprimiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was mich motiviert hat, war das Ministerium so kurzfristig, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft, vor einem Jahr eigentlich damit angefangen hat, eine Stabsstelle zu bilden. Die sieben Punkte, die hier benannt worden sind, ermutigt mich, weil ich mache ja alles, was ich mache, mache ich ja freiwillig, dass auch anderen dazu gebracht werden, unterstützt werden, gezwungen werden, ja auch zum Teil nachhaltig zu handeln. Ja, meine Damen und Herren, es ist schon ein Privileg, in Köln eingeladen werden, um ein Düsseldorfer Festival als Best Practice hier vorzustellen. Und Köln und ich, wir haben so ein Hassliebe. Ich bin Ende der 80er Jahre nach Deutschland geflüchtet und bin in Köln, Köln-Nippes genauer gesagt zugeteilt worden, in einem Jugendwohnheim und nach zwei, drei Wochen hier in Köln kam mein Heimleiter und gab mir so Theaterkarten, sagte, Hamid, Theaterkarten, fünf Mark, möchtest du da hin? Ich, ja, kann endlich mal auch mal gucken, wie im Westeuropakultur funktioniert. Endlich mal das erste Mal ein Theater in Köln, bestimmt groß, große Produktionen. Und dann bin ich hingegangen, nach ein paar Tagen und ich war etwas enttäuscht, weil das Kleine war, ich habe gar nichts verstanden, ich sprach auch kein Deutsch, aber die haben so flüssend gesprochen, so ein, ich kann es gar nicht beschreiben, das war für mich sehr, sehr befremdlich und bin etwas enttäuscht, wieder nach Hause und nach zwei, drei Jahren habe ich ein Buch aufgemacht und habe ich die Karte wieder gefunden und es handelt sich um das Milowitsch-Theater hier in Köln. Das war meine erste Begegnung mit dem deutschen Kultur, aber warum ich das Ihnen alles erzähle, ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die einem zu dem machen, was man ist, was man wird und dass die einem auch so bestimmte Haltungen geben. Und es ist ja auch vorhin auch über die Haltung in der Kulturlandschaft besprochen worden und ich glaube, warum ich das alles mache, freiwillig zum Teil mache, warum mein Team auch mich so gut begleitet, es ist die Frage, ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Was habe ich von einer Haltung, wofür stehe ich als Mensch, als Team und was will ich in meinem Leben für mich und für meine Gesellschaft erreichen. Und das ist ja immer so, wenn man ein Ziel hat oder ein Unternehmen gründet, schaut man ja auch, dass man halt Menschen einbindet, die ähnlich ticken. So entsteht ein Team, der bereit ist, nach vorne zu gehen und wir haben uns ausgeschaut und festgestellt, dass wir sehr ähnliche Ziele haben, sehr ähnliche Werte stehen und haben wir eine Vereinbarung getroffen, dass alles, was wir tun, egal welche Veranstaltung, dass wir die 17 Ziele, Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen nie aus den Augen verlieren. Und das ist ein Gefühl, was mein Team total zusammenhält, was uns auch Freude macht, weil es wirklich erfüllend ist, dass wir so ticken, wie wir ticken. Und die 17 Ziele, ich habe nochmal hier dargestellt, wir haben ja über soziale Nachhaltigkeit gesprochen, die haben ja alle miteinander zu tun. Und ich habe ja auch vorhin über Milowitsch gesprochen, also soziales Ticket, Ziel Nummer eins, keine Armut. Wir haben festgestellt, dass es vieles gibt, aber wir wollen uns heute bei meinen Maßnahmen, bei unseren Maßnahmen uns auf der ökologischen Nachhaltigkeit konzentrieren, ohne die anderen Ziele aus den Augen zu verlieren. Und das wären ja saubere Wasser, saubere Lebens im Land, unsere Umwelt, das sind ja die vier Ziele der Biosphäre, die ich Ihnen vorstellen möchte, habe. Und dann haben wir als erstens bei unserem Team aufgeschrieben und festgestellt, wir tun vieles. Wir sind bei den 17 Zielen gar nicht so weit und es gibt ja verschiedene Kooperationen. Wir arbeiten schon lange bei Ziel Nummer eins mit der Kulturliste. Das heißt, wir geben schon längst, seit 13 Jahren schon, freie Karten an eine Organisation, der dafür sorgt, dass die Menschen, die sich Kultur nicht leisten können, auch zu uns kommen zu können. Wir arbeiten schon längst, wir versuchen so wenig wie möglich zu printen, zu plakatieren, gelingt uns nicht immer, aber zumindest ist es uns bewusst, was wir da machen. Und wir haben ja vorhin über Strategien gesprochen, dass man als erstens sich klar wird, welche Strategie fahre ich. Was hier auf dieser Folie nicht ist, bei uns ist es natürlich einfach, wir sind ein kleines Team, ich bin der Geschäftsführer, also das große Problem, die Spitze, ihre Vorstand, ihre Generaldirektion mitzunehmen in ihrem Haus, das gibt es bei uns natürlich nicht. Das glaube ich, es ist ganz, ganz wichtig. Dass sie nicht einfach so nebenbei, Isabella, du hast ja Dreiviertelstelle, mach auch mal das Thema Nachhaltigkeit, das wird nicht funktionieren. Ihre Spitze, ihre Chefs, die müssen dahinter stehen. Dann die sind ja nämlich die Leute, die auch die Mittel zur Verfügung stellen. Und ich glaube, man sagt ja, der Fisch stinkt vom Kopf. Wenn der Kopf nicht funktioniert, dann funktioniert der Rest nicht. Daher mein großer Appell an Sie alle, begeistern Sie, stecken Sie die Vorstandsebene an, damit die Spitze der Chefetage Sie begleitet und unterstützt. Und das machen Sie nicht alleine. Sie haben bei Museum Ludwig gesehen, das ist ein Team. Nachhaltigkeit ist ein Teamwork. Alleine geht es nicht. Bilden Sie ein Team, machen Sie Vereinbarungen, machen Sie schriftliche Verträge miteinander, wie Sie sich verhalten wollen. Und setzen Sie Ziele, indem Sie sagen, ich will bis, ja, so oder so, 50 Prozent von unseres 2.2 sparen. oder dass Sie sagen, wir budgetieren unseren Ausstoß. Sie kennen das ja alles, wenn Sie einen Antrag stellen, machen Sie auch einen Haushalt. Genau dasselbe können Sie auch mit Kliber, mit CO2 machen. Ich möchte gerne anhand 2 Festivals konkrete Beispiele nennen, wie wir das umsetzen und dass Sie auch sehen, dass es gar nicht so kompliziert ist. Das eine ist das New Fall Festival, ein fünftägiges Festival mit 8.000 Leuten bis mit 10.000 Leuten. Ist allerdings indoor, das heißt, wir haben nicht unbedingt einen Einfluss daran, wie die Häuser sich verhalten, weil wir Fremdveranstalter sind dort. Das andere ist ein Open-Air-Festival, ein Wochenende mit 15.000 Besucherinnen, der keinen Eintritt kostet, wo die NGOs auch sehr gut eingebunden werden. Sie werden sehen aber, egal was man macht, ob man ein Zirkusveranstalter ist oder Festivalveranstalter, es gibt auf einer bestimmten Ebene immer wieder dieselben Möglichkeiten, CO2 zu sparen. Ein sehr interessantes Thema, wie kann ich nachhaltig Programme machen? Und ich habe echt viel Streit in meiner Branche mit meinen Kolleginnen und Kollegen, weil die sagen, wir sind ja Kulturleute, wir wollen die Freiheit, ich möchte gerne ausstellen, was ich will. Und ich bin der Meinung, das eine muss überhaupt nicht das andere ausschließen. Es geht beides zusammen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wenn wir eine Band, eine Künstlerin, einen Künstler aus Wien nach Düsseldorf bringen wollen, wenn wir aus Paris ein Band haben wollen, dann kriegen die ja von uns ein Offer, ein Angebot. Da drin steht, Liebes Management, wir bezahlen 10.000 Euro für Band sowieso plus Fahrtkosten für erste Klasse Ticket. Sollte die Band sich dafür entscheiden, aber zu fliegen, wird diese Angebot minus CO2 Abgaben eurer Flüge sein. Und da fing es an nachzudenken, wie gehe ich damit um als Manager? Mache ich das? Und warum bietet mir überhaupt sowas an? Und das ist genau das Ziel. Das Ziel, was wir haben, dass die Menschen angestoßen werden, um nachzudenken, wie sie sich von A nach B bewegen. Und glauben Sie mir, die nehmen den Zug. Ich habe vergessen, vorhin etwas zu erwähnen, was ich sehr wichtig finde, wie Sie vorgehen sollten. Machen Sie Pakete. Setzen Sie sich hin, überlegen Sie sich, was von Schritten Ihre Produktion hat. Ich habe hier vier Schritte gemacht. Ich habe über Vorproduktion werde ich mit Ihnen sprechen, über das Booking-Vorproduktion, also Vorbereitung eines Festivals, über die Kommunikation und Marketing, das ist das Paket zwei, das Paket drei ist das Festival, das Tun vor Ort, also diese drei Tage, wo das Festival stattfindet. Und das Thema Mobilität habe ich auch ein Paket geschnurrt. Und genauso können Sie auch anfangen zu arbeiten, indem Sie eigene Einheiten bilden in Ihrer Arbeit. Das Paket zwei, die Kommunikation, sowohl intern als auch extern, da statt Team informieren, das ist nicht richtig. Team sollte man mitnehmen, Team muss Teil davon sein. Wir haben Miranda besprochen, wir haben einen Vertrag, wir haben uns vereinbart, also das ist auch verschriftlich, wie wir uns verhalten. ganz wichtig ist allerdings, dass Ihre Kommunikation gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern stattfindet, damit die sehen, für welche Werte sie stehen, warum handeln sie so, warum machen sie solche Offer, damit sie auch das respektieren. Die können es ja nicht wissen, dass das Festival oder das Museum versucht, klimaneutral oder zu zweiarm zu werden. Und vor allem sprechen Sie mit Ihrem Besucher, weil indem Sie Ihre Handeln, was Sie tun, nach außen kommunizieren, fangen die Besucherinnen und Besucher auch zu verstehen und auch versuchen, sich auch daran zu orientieren, was Sie da machen. Wenn Sie Marketing machen, versuchen Sie, das meiste digital zu stellen. Das wird aber nicht gehen. Bei meinem Festival geht das nicht. Ich muss ganz viel plakatieren und ich weiß, das ist ein Schauspiel. Sie wollen ja auch Flyer drucken. Das ist auch komplett in Ordnung. Aber vielleicht kann man auch kreativ überlegen, okay, wenn ich eine Flyer mache, dann vielleicht versuche ich, die Rückseite davon als Geschenkpapier zu bedrucken. Ich wollte Ihnen gerne was mitbringen, aber die waren alle bei uns vergriffen. Die sind wirklich alle weg. Also es gibt so Kleinigkeiten, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit verwenden können, damit Sie weniger Muld produzieren. Oder suchen Sie sich ein, also selbst, ich will keine Firmennamen, ein Unternehmen, eine große Rückerei in Nürnberg. Klar können Sie da bestellen, aber das Ding muss auch von Nürnberg nach Köln beziehungsweise nach Düsseldorf geschickt werden, die ganze Plakate. Also vielleicht können Sie schauen, ob Sie vor Ort was finden, einen Partner, der auch ähnliche Preise hat, aber machen Sie sich auf der Suche. Das ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich. Und was einfach ist, dass Sie halt vielleicht Ihre Kommunikation, Ihre Plattformen versuchen, auf eine klimaneutrale Server zu stellen. Das funktioniert. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt Anbieter, die zumindest den Strom, was sie verbrauchen, auf der Ökostrom umgestellt haben. Zu dem Thema Produktion. Wir sind bei dem dritten Paket angelangt. Wir gehen als Festival so vor, dass es ja immer diese Catering-Rider von den Künstlern da steht, ich hätte gerne das und das und ich hätte gerne den Wein und am besten Pils in der Oberquell aus Tschechei und wir sind einfach sehr konsequent und haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Und das erklären wir, dass diese Kommunikation ist sehr wichtig. Wir haben ausschließlich vegetarische Catering in unserem Backstage. Da können sich die Künstler auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Das ist unsere Strategie. Da halten wir einfach durch. Und wir nutzen auch wirklich regionale Produkte. Und auch das Bier, es gibt sowohl in Köln in Düsseldorf etwas besseres Bier und wenn wir das erläutern, dann funktioniert das. Dann sind Sie auch zufrieden, die Künstlerinnen. und so vermeiden wir auch natürlich entsprechend CO2. Bei sauberer Energie, ich hatte Ihnen erzählt, dass das New Fall Festival ja in bestimmten Häuser stattfindet und wir wollten unbedingt Ökostrom haben und haben gemerkt, okay, die Häuser, wo wir halt bespielen wollen, haben das nicht. Haben den KW-Verbrauch uns aufgeschrieben, sind damit zum Stadtwerk in Düsseldorf gegangen und gesagt, konnt ihr das umsetzen als Ökostrom und hier ist die Adresse, das haben wir uns geschickt und kaum eine Woche später haben die Häuser von sich selber mit dem Stadtwerken gesprochen, dass es komplette Stromzulieferung von denen auch Ökostrom gibt. Was ich damit sagen will, wir sind ein kleines Festival, aber haben es geschafft, die Menschen, die Museumsleiter, die Konzerthallen auch zum Nachdenken bringen, dass es auch anderes geht. Merchandising, ein Thema, die für Festivals sehr wichtig ist, vielleicht weniger für die Theater oder für die Museen, aber jeder Fan möchte gerne ein T-Shirt für seine Band oder für seine Festival tragen und wir haben gesagt, wir haben keine T-Shirts, aber ihr könnt eure eigenen T-Shirts bringen, wir bedrücken euch für fünf Euro mit unserem eigenen Logo und ich meine, das ist auch eine Geldfrage. Wir wollen auch natürlich, wenn man verkauft, verdient man auch damit Geld. Dann haben wir eine Sekunde. Unsere alte Banner von einem Festival ist gar nicht weggeschmissen, sondern die wirklich als Tasche umnähen lassen und das sind die zwei einzigen, die wir haben. Wir haben alle verkauft und daran auch Geld verdient. Also es geht auch anderes, man muss einfach bereit sein, andere Wege zu gehen. Ich habe das Thema Gastro extra hier stehen lassen, weil ich bin da sehr hin und her gerissen. Bei einem Festival wird ja bekanntlich viel Bier getrunken, die müssen ja in Becher und ich habe so überlegt, okay, Becher Fund, es gibt ein Unternehmen in der Tat aus Köln, wenn ich aus Düsseldorf jetzt 20.000 Becher bestelle, dann kommt ein 18-Tonner von Köln nach Düsseldorf, dann wird der 18-Tonner wieder von Düsseldorf nach Köln leer zurückfahren. Drei Tage später muss dieser 18-Tonner wieder diese Becher abholen bei mir und dann wieder zurück nach Köln fahren, damit diese Becher mit 60 Grad gespült werden. Ob das nachhaltig ist, weiß ich nicht. Da haben wir gesagt, wir produzieren unsere eigene Becher für einen Euro, geben wir das Publikum, die können das mit nach Hause nehmen und behalten wir halt diese Kosten, diese einen Euro, was wir halt dafür produziert haben. Pustekuchen. Ich habe noch nie in meinem Leben mit so vielen Menschen wegen einem Euro diskutiert. Also das Konzept ist nicht aufgegangen. Ich habe auch noch keine Idee, wie ich das dieses Jahr mache. Was ich damit sagen möchte, probieren Sie es aus. Wir wissen auch nicht alles. Man muss einfach mal ausprobieren, wie sein Publikum reagiert. Wir haben sehr viel über, Sie werden es auch nachgesehen, was Mobilität für eine große Rolle bei meinen Bilanzen, bei unserem Bilanz spielt. Ich habe ihr erzählt, wie wir die Künstler geöffnet haben, aber die Künstler sind ja auch so, die kommen ja teilweise mit Lightliner und mit riesen LKWs und das ist nicht so schlimm wie Fliegen, aber schon finde ich, dass es auch für die Stadt nicht gut ist, dass diese riesen LKWs immer durch die Gegend fahren. Und wir haben da ein bisschen gelogen. Wir haben den Künstlern gesagt, ihr könnt gerne mit Nightliner fahren, aber die Stadt Düsseldorf hat uns nicht erlaubt, dass am Wochenende der Nightliner durch die Stadt fährt, auf unser Gelände. Wenn ihr mit Nightliner fährt, dann müsst ihr leider auf dem Messeplatz parken und dann werden wir euch mit E-Mobilität abholen. Hat es funktioniert? Das Publikum, natürlich haben wir ja keinen Einfluss, wir können ja nicht bestimmen, wie die zu uns kommen, aber wir können die unterstützen, dass die klimaneutral reisen. Kommt mit dem Fahrrad. Wir sorgen dafür, dass Plätze gibt zu parken und wir sorgen dafür, dass eure Fahrräder, Düsseldorf, Düsseldorf haben ja teure Fahrräder, gut geschützt ist. Und obendrauf, wenn ihr Lust habt, gibt es auch eine Fahrradwerkstatt, die wir euch stellen und ihr könnt auch zwischendurch mal eure Fahrrad entweder aufpumpen, erfrischen lassen und so weiter und so fort. Und Ende des Liedes war, dass wir gar nicht so viel Platz hatten, weil wir so alle Leute wirklich mit dem Fahrrad oder viele mit dem Fahrrad gekommen sind. Also, was ich damit nochmal sagen möchte, ist, versuchen sie auch das Publikum dazu zu bringen, indem sie andere Angebote machen, außergewöhnliche Angebote machen und nicht unbedingt das Autofahren unterstützen. Wir hatten einfach gar keine Parkplätze gehabt, also wir haben es gar nicht angeboten. Das heißt, das Publikum hatte wirklich ein Problem, wenn die mit dem Auto gekommen wären. So. Dann haben wir bilanziert und das ist von Ehrenhof Open, sechsten Musikfans, 15.000 Besucher. Wir haben viele NGOs eingeladen, die ihre Arbeit bei uns vorgestellt haben. Wir haben 50 Gramm Müll pro Kopf gehabt, das ist nicht viel, aber viel für einen Festival, der in der Stadt stattfindet. Das sind ja keine Zelten. und 90% der Besucher sind wirklich umweltfreundlich eingereist. 33 Tonnen, wir haben das mit Atmosphäre gemacht, die Bilanzierung, die haben uns begleitet. Wir durften 800 Euro bezahlen, ärgert mich, ich hatte am liebsten gar nichts bezahlt, aber geht leider nicht. Was ich damit sagen will, ist, dass Vermeidung von CO2 ist viel wichtiger als auszugleichen. So sieht es aus. Wenn Sie schauen, der größte Teil, zwei Drittel fast, ist die Mobilität, mehr als zwei Drittel. Aber die Frage ist, was wäre passiert, wenn wir diese Mobilität, diese Verhalten von Künstlern oder von unseren Besuchern nicht entsprechend gesteuert hatten? Das wäre das drei- oder vierfache mehr gewesen. Stromverbrauch ist ganz klein. Was wäre passiert, wenn wir diesen Rest, was ich Ihnen hier, ob Mullvertrennung, Essen oder Übernachtung, auch nicht darauf geachtet haben? Ich glaube, wir wären bei 300 Tonnen gelandet, eine absolute, also wir haben wirklich 70 Prozent, 80 Prozent gespart oder nicht CO2 ausgestoßen. Deswegen, es ist zwar viel, aber ich glaube, es lohnt sich, wenn wir uns alle Mühe geben, in diese Richtung zu gehen. Nun, vielleicht ein letzter Satz. Es gibt, da sind viele Beispiele gewesen. Ich glaube, es ist wichtig, dass Sie einfach anfangen und Sie müssen auch nicht alles bedienen. Mein Wunsch oder mein Vorschlag an Sie wäre, Sie mitzunehmen, dass Sie überlegen, okay, welche Maßnahme mache ich? Sie müssen nicht alles auf einmal machen, aber bitte machen die Maßnahmen, machen Sie die Maßnahmen, die Sie machen, richtig gut. Das wäre das, was ich mir wünsche. Vielen Dank. Dankeschön, Hamed Shahi, auch Ihnen werden wir gleich auf der Podiumsdiskussion wieder treffen. Danke an dieser Stelle. Ja, und auch im Theater ist das Thema Nachhaltigkeit angekommen mittlerweile und es ist ja praktisch, wenn man noch die Möglichkeit hat, in Prozessen Einfluss zu nehmen und vielleicht auch noch gestalten zu können, zum Beispiel auf das Gebäude, auf die Architektur, auf die Infrastruktur und natürlich auch auf das Programm. Das Piener Bausch Zentrum in Wuppertal soll 2027 fertig werden und dann erwartet uns natürlich in dem legendären, renommierten Haus wieder ein sehr umfangreiches Programm und jetzt besteht halt die Chance, natürlich auch noch Einfluss zu nehmen auf jegliche Prozesse und was in dieser Zusammenarbeit auch noch gemeinsam mit den Akteuren, was da passieren kann, mit wem zusammengearbeitet wird, das wird uns jetzt gleich Bettina Milz berichten. Praktisch ist ja übrigens, dass es in Wuppertal ist und das Wuppertal-Institut auch gleich nebenan ist, also das ist natürlich praktisch, wenn man da auch schon jemanden an der Seite stehen hat, der Expertise mitbringt, aber Bettina Milz auch. Sie war lange Leiterin, also bis 2022 Leiterin der Abteilung Theater und Tanz im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und ist jetzt inhaltliche Koordinatorin und Leiterin der Vorlaufphase am Piener Bausch Zentrum im Wuppertal und sie ist schon bereit. Herzlich willkommen auch hier bei uns, Frau Milz. Danke. Cool, dankeschön, ganz toller Impuls. Also überhaupt, finde ich, merkt man, dass das Schaffen solcher Begegnungsorte wahnsinnig wertvoll ist und ich habe jetzt aus allem, was ich heute Morgen gehört habe, schon so viele Anregungen bekommen und habe so vieles wiedererkannt natürlich auch und dafür an dieser Stelle schon an den LVA und alle Beteiligten einen großen Dank. Ich habe ein bisschen die undankbare Aufgabe, dass ich jetzt über die Kaffeepause schon hinaus bin. Trotzdem freue ich mich, eingeladen zu sein und etwas zu erzählen. Ich will vielleicht ganz kurz was zu meiner Biografie sagen, weil auch eben die Themen Artenvielfalt und Süßwasserqualität gefallen sind als sehr relevante Dinge. Ich wollte also ungefähr in der Zeit Club of Rome, erster Bericht 72, glaube ich, hatte ich einen sehr engagierten Biologielehrer und wollte Ökologin werden und habe auch Biologie fast fertig studiert und dann eigentlich durch einen Zufall gedacht, nee, ich muss jetzt nochmal einen Haken schlagen. Also ich war irgendwie zu früh, das war zu geradlinig, sehr naturwissenschaftliche Familie und bin dann durch verschiedene Dinge, habe ein erstes freies Theater ausgebaut, im Studium der angewandten Theaterwissenschaft gelandet, habe sehr viel in der Praxis gearbeitet und dann eben die letzten zwölf Jahre im Ministerium für Kultur und Wissenschaft und für mich war so ein bisschen der Point of No Return die Pandemie. Also es fing eigentlich schon vorher an, so sagen wir mal 2013, 14, 15, wo ich dachte, ja, ich war in meiner Jugend, war ich in der Anti-Atomkraft-Bewegung, Aktivist würde man heute vielleicht sagen und habe ich mich da nicht zu lange jetzt drauf ausgeruht, ich habe seit 35 Jahren kein Auto in meinem Alltag, ich fahre Fahrrad und, 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 aber das Gefühl, und das haben wir in den Filmen von Frau Leukert gesehen, das reicht alles nicht mehr und in der Pandemie war es so dieses, was Frau Kalutzer auch angesprochen hat, wie ist eigentlich dieses Verhältnis von kollektiven und persönlichen Interessen und die Tatsache, dass wir im Jahr, ich glaube es sind 5 Millionen Kinder, die sterben und das hat nicht wirklich etwas zur Folge und wir haben diese Pandemie und das hat etwas zur Folge und es ist plötzlich möglich, sozusagen die Handbremse zu ziehen und diesen ganzen Alltag komplett umzustellen, das hat mich sehr beschäftigt, vielleicht auch durch den Zufall, dass ich am Anfang des ersten Lockdowns gerade meinen Sohn in Neuseeland besucht habe auf einer Insel, wo die Greenpeace-Gründer-Generation wohnt, also die erste Besetzung der Rainbow Warrior, das vielleicht als so einen kleinen Umweg, ich kam zurück und dann waren wir eben 20 im Ministerium durch das Engagement von Frau Dr. Kalutzer und von Frau Ministerin Pfeiffer-Pönsken haben auch wir eine Bottom-Up, also erstmal eine AG gegründet und gesagt, wir erarbeiten jetzt eine Klimastrategie und die ist sozusagen, das war mein letzter Arbeitstag, die schöne Konferenz auf Park Zollverein beschlossen worden. Das sage ich nur als Umweg, weil das glaube ich schon auch dazu geführt hat, dass ich dachte, wow, das ist eine fantastische Chance, eine neue Kulturinstitution von Anfang an nicht nur architektonisch, sondern auch inhaltlich auf das vorzubereiten und die Fragen zu stellen und mit diesen Fragen umzugehen. Auch da vielleicht kurz den Kontext, Pina Bausch ist 2009 gestorben, ich hatte mich auf die Zusammenarbeit gefreut, ich bin Ende des Jahres ins Ministerium gekommen und die Stadt hat damals unmittelbar das Schauspielhaus geschlossen, das sollte eigentlich saniert werden, das ist eines der schönsten Theatergebäude der Republik, sehr demokratisch mit einer Rede von Heinrich Böll, 66, zur Freiheit der Künste eröffnet und dieses Schauspielhaus hat auch noch innen zwei japanische Gärten von Akira Soto, einem japanischen Gartenarchitekten, der auch bei der Buga in Bonn die japanischen Gärten gestaltet hat. Das heißt, es hat sozusagen zwei grüne Inseln im Inneren und wir hatten eben die Chance, einerseits den Architekturwettbewerb so auszuloben, dass Nachhaltigkeit ganz klar ein Kriterium ist, es wird die Sanierung des denkmalgeschützten Altbaus geben und dazu aber auch einen Neubau und einen Verbindungsbau, das Ganze soll eine ganz offene Geste haben, es soll im Idealfall ein Best-Practice-Beispiel werden in Sachen Nachhaltigkeit, quasi keine Parkplätze, sondern sehr, sehr viele Fahrradständer und so weiter, man kann die Solargeschichten auf dem Neubau unterbringen, was man ja oft beim denkmalgeschützten Bau nicht kann. Das heißt, die Idee war dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt das in der Architektur verankere, kann ich ja eigentlich nicht warten, bis das irgendwann eröffnet wird und dann sagen, jetzt fange ich an, über Nachhaltigkeit nachzudenken, sondern diesen Weg eigentlich schon zu nutzen. Und die Chance ist eben, das Schauspielhaus wird auch in eine andere Nutzung kommen. Das heißt, Sie sehen hier ein Bild von Rimini-Protokoll, das war meine erste Produktion, 22, also ich bin im letzten Jahr nach Wuppertal gegangen, ein Audio-Walk durch die Stadt, wo es um künstliche Intelligenz geht und um die Frage, wie stark wir eigentlich schon von KI gesteuert sind. Das hat eben gar nicht in einem geschlossenen Gebäude stattgefunden, sondern das Haus mit der sehr grünen Stadt Wuppertal verbunden. Ganz kurz, das Haus soll zukünftig dann das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch beheimaten, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu zu sagen, Pina Bausch Foundation und Archiv, die wurde unmittelbar nach dem Tod von Pina Bausch wurde die Foundation gegründet und dazu die Bereiche internationale Produktion und Partizipation. Und es soll darum gehen, heute eigentlich einen Ort der Kunst für morgen zu schaffen, der sowohl künstlerische Arbeitsprozesse auf höchstem Niveau für möglichst viele Menschen ermöglicht, also eine umfassende Teilhabe, Diversität und ganz zentral eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Das sind einfach noch ein paar Eindrücke von dem Audio Walk Remini-Protokoll, der durch die Stadt ging, auch durch eine sehr besondere Kirche. Diese Kirche wurde gebaut, weil beim Bau des Sonnenborner Kreuzes, eines der größten europäischen Autobahnknotenpunkte, wurde Wuppertal einfach zwischen Sonnenborn und Fuhwinkel durchgeschnitten und die Kirche, die damals abgerissen wurde, als Ersatz wurde diese Kirche geschaffen, die so ein bisschen aussieht wie Odyssee im Weltraum 2000, finde ich, und durch ganz unterschiedliche Orte ging dieser Walk. Wir haben dann 22, im Mai, da war ich quasi frisch am Start, noch unter der Internanz von Bettina Bergelt, sind wir eigentlich auf den Weg gegangen und haben ein Festival gemacht zum Thema Klima. Damals war der ICCP-Bericht erschienen, die Zahlen waren desaströs und das heißt, wir haben mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, Tanz, Musik, Performance, aber auch sehr eng mit Fridays for Future zusammengearbeitet, auch mit lokalen Initiativen, mit Talbuddeln, mit Uta Arzpodien als Klimaspezialistin oder Nachhaltigkeitsspezialistin. Wir haben mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gearbeitet und ich zeige ein Beispiel, was ich wirklich ein Best-Practice-Beispiel finde. Wir hatten eine sehr schöne Kooperation der Kunstakademie in Dresden, Knut Klaassen, den sich ja auch einige als Bühnenbildner kennen, mit Fridays for Future, mit der Sektion Wuppertal, mit ganz jungen Menschen und die haben aus einem Open Space, aus dem Diskurs mit dem Publikum Slogans entwickelt, die dann mit einem Projektor, auch das hat Strom gekostet natürlich, vom gegenüberliegenden Hotel in dieser Form auf das Schauspielhaus nachts projiziert wurden. Das ist übrigens noch ein Bild aus der Pandemie 21, da mussten wir das Ganze komplett digitalisieren und das ging natürlich dann sehr durch die sozialen Medien. Wir haben es dann ein Jahr später nochmal gemacht, auch mit Publikum vor Ort. Es gab aber auch internationale Gastspiele, weil wir das Thema globale Empathie extrem wichtig finden. Es kann ja nicht darum gehen, dass wir jetzt, also klar müssen wir gucken, dass wir lokal auch uns verankern, lokal agieren, aber viele von den Dingen, das wissen Sie alle, die wir verursachen, haben an ganz anderen Stellen folgen und gerade der Austausch mit dem globalen Süden ist aus unserer Sicht extrem wichtig. Wir haben damals einen Klimadinner gemacht und ganz unterschiedliche Initiativen in Wuppertal zusammengebracht. Das hat Uta als Podium mit Fridays for Future koordiniert und daraus ist auch eigentlich aus diesen ganzen Aktivitäten sehr stark der Wunsch entstanden, weiterzumachen. Und waren auch an dem Klimastaffellauf für das Klima beteiligt. Ich weiß nicht, das haben vielleicht einige wahrgenommen, dass es ein Apfelbaum ist in Kiel und einer in Recklinghausen gestartet. Und beide Apfelbäume reisten dann per Fahrrad durch immer wieder unterschiedliche Etappen von den Intendanten geradelt oder den Technikern oder den Kuratorinnen und Kuratoren bis nach Augsburg zum Klimafestival von Nikola Bramkamp am Theater in Augsburg. Ich sage noch mal ganz kurz, diese Erfindung einer neuen Kulturinstitution und dass wir haben kleine Mittel, das ist nicht viel, aber wir haben etwas an Mitteln, was sozusagen nicht nur an den Bau gebunden ist, sondern was in die sogenannte Vorlauffase geht. Das heißt, wir haben gesagt, wenn wir neu bauen, müssen wir eigentlich zum Zeitpunkt der Eröffnung ready sein, dass wir wissen, was ist die Kunst von morgen, wissen wir heute nicht, keine Ahnung. Sie kennen alle die Digitalisierung, was es an Veränderungen mit sich gebracht hat und wir wissen nicht, wie die Situation 27, 28, 29, 30 sein wird. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, finde ich, jetzt Sachen auszuprobieren. Ich springe da jetzt ein bisschen drüber, aber es gibt einen ganz klaren Fokus Teilhabe, weil aus meiner Sicht sind die Themen Ökologie, Ökonomie und Soziales überhaupt nicht zu trennen. Und ich glaube, dass die meisten Kulturinstitutionen stehen ja vor der Herausforderung, Teilhabe neu zu denken und sich auch ganz anders zu öffnen. Und das ist von der Ökologie nicht zu trennen. Ich glaube übrigens auch, dass die Kultur eigentlich unter den Handlungsfeldern, unter den drei zentralen Themen liegt. Also es ist eine kulturelle Frage, ob ich einen Füllfederhalter benutze, vielleicht 100 Jahre lang, oder ob ich Plastikkugelschreiber benutze, oder eine Porzellantasse oder den Becher. Es ist aber nochmal eine ganz andere Frage, was die Kunst eigentlich in dem leistet. Und ich habe eben so gedacht, bei diesem Widerspruch, was wissen wir eigentlich alles und warum handeln wir eigentlich nicht, was mich wirklich seit Club of Rome 1 beschäftigt, also rund 50 Jahre. Die Kunst ist ja eine Spezialistin dafür, mit diesen unauflösbaren Widersprüchen umzugehen. Also Dinge, die wir nicht begreifen, und das Staunen hat eine enorme Bedeutung in der Kunst. Und dieses, warum reagieren wir eigentlich nicht auf ein Wissen, hat ja auch mit einer gewissen Lücke in der Aufklärung zu tun, die, glaube ich, auch meine Generation zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg sehr beschäftigt hat. Und ich glaube deshalb, das eine ist die kulturelle Praxis, dass es eine kollektive Aufgabe wird, Nachhaltigkeitswissen zu schaffen, Diskursräume wie diesen oder wie Ausstellungen. Ich habe wirklich viele Momente gehabt in Ausstellungen in den letzten Jahren, die sich um ökologische Themen und auch andere Themen der Nachhaltigkeit gedreht haben. Also die Kunst selber zu nutzen, ist das eine. Nicht sie zu verzwecken, ich glaube, das muss man überhaupt nicht tun, sondern einfach in der Kunst Möglichkeiten, den Menschen zu bieten, Dinge zu verstehen oder auch Irritationen, die man selber erlebt, zu erleben in einer Ausstellung, zu wissen, man ist in einer kollektiven Situation, in der vielleicht auch bestimmte Dinge nicht gelöst werden können. Wir haben jetzt, gerade sind wir gestartet mit Boris Schamatz, mit einer großen Aktion im Stadtraum, ohne einen Scheinwerfer, mit 5.500 Beteiligten, Wundertal, das war am letzten Sonntag und das war ein ganz fantastisches Ereignis zum Thema der Beteiligung auch der Menschen. Das hatte jetzt nicht die Überschrift Nachhaltigkeit, aber trotzdem, wenn ich so zuhöre, die Möglichkeiten in der Kunst sind einfach enorm. Gestern Abend war Boris Schamatz dann ganz alleine mit seinem, also neuer künstlerischer Leiter in Wuppertal, sehr, sehr renommierter französischer Choreograf, hat ein Solo mit einem Scheinwerfer getanzt, etwa eine Stunde und gepfiffen eine Stunde. Das ist jetzt kein Stück zum Thema Nachhaltigkeit, aber ich glaube, die meisten werden verstehen, warum es dann doch irgendwie auch etwas mit dem Thema zu tun hat. Und das war fantastisch, weil das Ensemble, also ungefähr 20 Profitänzer von dem wunderbaren Tanztheater mit 180 Menschen aus Wuppertal getanzt haben und Studierenden der Volkwang-Hochschule und der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Und es endete mit einem großen Rave, mit einer ganz tollen DJ, Electric Indigo. Kurz noch zu den Etappen dieser Nachhaltigkeitsstrategie, die wir versuchen jetzt, wir haben keine, wir versuchen sie zu erarbeiten und erstmal diese ganzen Widersprüche auch auszuhalten. Also quasi mit meinem ersten Tag letztes Jahr haben wir angefangen als Tanztheater. Da bin ich angedockt, die Nachhaltigkeitsstrategie, also CO2-Analyse erstmal fürs Tanztheater zu machen. Eine Bilanzierung, das haben einige heute schon gesagt. Rebecca Heinzelmann ist auch hier, sie hat uns im Tanztheater beraten, berät auch uns jetzt. Es ist einfach gut, diese Daten zu kennen, weil man damit immer wieder in jeder Entscheidung, die man trifft im Alltag, konfrontiert ist mit der Frage, was man tut. Drucken, Digitales, ja, Reisen, Fliegen und so weiter. Diese Nachhaltigkeitsstrategie hat auch Partner eben. Wie gesagt, das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie sitzt direkt neben uns. Mit denen arbeiten wir zusammen, weil wir müssen ja nicht die Welt neu erfinden. Wir haben den Szenografiebund als Partner, weil wir vor allem auch im Bereich Szenografie, Bühnenbild und Nachhaltigkeit arbeiten wollen. und wir eben als Tanztheater Wuppertal und Piener Bausch Zentrum ist der dritte Partner. Drei, vier Handlungsschwerpunkte sind die Bereiche Bühnenbild, vier Workshops mit dem Szenografiebund, weil auch da wird man natürlich in jeder Entscheidung dazu gezwungen, neu zu reflektieren. Es gibt im Theater und auch das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, bereits ganz alte Nachhaltigkeitsstrukturen. Also es gibt zum Beispiel den Fundus, den Kostümfundus. Das heißt, wenn ich eine Produktion aus dem Fundus ausstatte, brauche ich viel weniger an Mitteln, viel weniger an Verbrauch, als wenn ich jedes Mal neu kaufen müsste. Sie werden alle oder viele die Analyse von Greenpeace zum Billigkleiderproduktion wahrgenommen haben. bis zu 2.275 Liter Wasser für ein 250 Gramm schweres T-Shirt, was ich dann bei Primark kaufe. Wir haben als Zweites ein Festival für das junge Publikum, weil wir glauben, dass es gut ist und da ist auch Fridays for Future mit in der Jury und wird mit uns zusammenarbeiten, gerade jungen Menschen einen Diskursraum anzubieten. Wir haben Fabrika die Tanzbauhütte, das wird ein Diskursort im Wuppertal-Institut, wo wir zusammen kochen, zusammen denken, zusammen diskutieren und wir wollen sukzessive ein grünes Netzwerk in Wuppertal aufbauen. Da springe ich jetzt drüber. Das ist ein Eindruck aus einem anderen Workshop, den wir letztes Jahr gemacht haben zum Thema Bühnenbild und die nächste Etappe ist eben jetzt das Festival. Ich kann Ihnen sagen, es ist eine enorme Herausforderung. Lade ich die Gruppe aus Abidjan ein oder nicht? Ich entschließe mich im Moment, ja, ich lade sie ein, weil ich finde Begegnung extrem wichtig. Muss ich insgesamt gucken, wie ich damit umgehe, aber das kann nicht darum gehen, dass wir nicht mehr international kooperieren, besonders nicht in dieser Zeit. Der transdisziplinäre Austausch ist extrem wichtig. Ich bin super dankbar, dass wir das Wuppertal-Institut als Berater da drin haben. All diese Dinge, die Sie im Moment da auch jetzt lesen, das Green Culture Lab, ist in der Arbeit. Das wird vielleicht, also wir hatten schon ein Treffen, aber das wird alles noch ein bisschen dauern und ich glaube, dass man das, also ich habe die Ausbildung im Aktionsnetzwerk gemacht als Transformationsmanagerin. Das ist großartig. Die Nachhaltigkeitsstrategie wird gefördert vom Fonds SIRU, der Bundeskulturstiftung und das Tolle ist, dass sowohl die Ausbildung Transformationsmanagement wie auch SIRU eigentlich immer auch mit Akademien begleitet sind, die den Austausch untereinander, das Voneinander Lernen ermöglichen, was ich extrem wichtig finde. So sieht es im Moment aus, das Schauspielhaus. Wir haben quasi mit Plakaten, Transparenten, die dann irgendwann in Taschen verarbeitet werden, klar gemacht, hier passiert was und ich freue mich, Sie alle in den nächsten Jahren bei den Aktivitäten der Vorlaufphase oder dann irgendwann, aber auch das wird noch dauern, im neuen Haus begrüßen zu können. Danke. So, wenn wir hier den ganzen Tag schon über ökologische Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur sprechen, dann wollen wir natürlich genau diese, aber auch mal den Raum bieten, nämlich der Kunst und zwar ganz speziell einer Künstlerin, die sich intensiv mit der Zerstörung unseres Planeten und den Folgen auseinandersetzt. Samuel Kramer ist Spoken Word, Autor, Innenphilosophin und auch Aktivistin und Ersi hat tatsächlich auch schon zahlreiche Texte veröffentlicht in Zeitschriften, ist zum Beispiel auch Herausgeber der Anthologie Poetry for Future, 45 Texte für übermorgen und wir werden jetzt einen Beitrag hören, der sich vor allen Dingen mit dem Motiv des brennenden Hauses beschäftigt, es ist ein mehrteiliger Spoken Word Zyklus und ich fände es ganz schön, bitte versuchen Sie jetzt, das, was Sie jetzt erleben, einfach mal sich so ein bisschen zu merken oder nochmal so ganz intensiv zu spüren, was das mit Ihnen macht, weil genau darüber wird es ja nachher auch nochmal gehen, was kann Kunst eigentlich ausrichten, auch was unsere Gefühle betrifft und das können wir jetzt selber testen am eigenen Leib und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Samuel Kramer, herzlich willkommen! Pass mal auf, pass mal auf das Wort Haus auf. Denn im Wort Haus steckt das des Einatmens, des Beginnens und auch das Ausatmen, des Schweißes im Angesicht, der endlich fertig gezimmerten Blockhütte ferner, das Au der Verletzlichkeit, letztlich der Ausgangspunkt jedes Hausbaus, jedes Versuchswende zwischen sich und die kalte Welt zu stellen, abgerundet vom S, Symbol der sich um den S-Tisch versammelnden Speisenden, auch der Ausziehenden und der Reisenden und der Reisenden auf S-S-Serpentinen, denn jede Odyssee beginnt per se sozusagen von Haus aus zu Haus. Eins. Das Haus. Wir sind alle Häuser, in Häusern, in Häusern, hast du mal gesagt. Unsere Häuser stehen auf der Erde, das ist deren Haus. Die Erde ist in der Atmosphäre, das ist ihr Haus und der Planet ist im Weltraum. Das ist sein Haus. Es gibt so viel, dass du weißt und es gibt das, was ich dir nicht erklären kann. Wenn ein Haus brennt, dann rufst du die Feuerwehr. Das bringen wir den Kindern so bei. Doch was, wenn da tatsächlich ein Feuer wäre und trotzdem kommt niemand vorbei, weil man streitet, ob das ein Feuer schon und wie dringend das löschen und ob wir uns das Löschen jetzt leisten können und ob es nicht auch übertrieben wäre, deswegen alles stehen und liegen. Es gibt das, was du weißt und es gibt das, was ich dir nicht erklären kann. 2. Das Brennen Es tut weh, vom Brennen zu sprechen. Es brennt noch mehr, wenn man schweigt. Es brennt und wir bauen Häuser aus Lego. Es brennt, ich koche dir Tee. Es brennt und wir spielen Fußball. Auf den Balkonen fällt die Erinnerung an Schnee. Du gehst in den Töpferkurs. Ich gehe demonstrieren. Manchmal gehen wir zusammen. Ich kann dir nicht vom Brennen erzählen. Das Brennen ist ansteckend wie die Wahrheit. Das Brennen beißt. Das Brennen macht alles kaputt. Halt, sage ich. Warte noch kurz. Der Ton bricht, wenn er nicht trocken genug ist. Der Ton springt, wenn darin noch Luft eingeschlossen ist in unerreichbare Höhen. Das will dann niemand mehr hören. Lass dir Zeit, sage ich. Viel Spaß, sage ich. Bis später. Und es tut weh, vom Brennen zu sprechen. Doch es brennt noch mehr, wenn man schweigt. Und dann kommt wieder irgendein brennender Mann und sagt, dass man so kein Gespräch führen kann. 3. Das Gleichnis. Wenn man ein Haus hat, dann muss man gut darauf aufpassen. Also zum Beispiel muss man darauf aufpassen, dass das Haus nicht so aussehen lässt, als gäbe es individuelle Sicherheit ohne kollektive Sicherheit. Als könnte man einfach herausrennen im Alleingang. Als wären wir nicht alle Häuser in Häusern in Häusern. Oft hat man aber gar kein Haus oder man hatte ein Haus und dann kam ein Bagger. Oder ein Waldbrand. Hinter dem Haus habe ich einen Vorrat mit Verstärkungen der Realität angelegt. Die nicht zu leugnende. Die geophysikalische. Die geopolitische. Direkt dahinter stapeln sich Schulbusse, die auf Klippen zujagen. Sinkende Schiffe, Ruderboote und Wasserfälle. Dutzende in Brunnen gefallene Kinder. Es gibt dort sogar einen weinenden Eisbär, der nur noch mit einer Kralle auf dem letzten Stückchen Eis balanciert. Dieses Bild hast du gemacht. Ein viel zu kleines Stück Pappe. Ich schrecke aus dem Schlaf mit geballten Fäusten. Ich glaube, mir würde ein bisschen weniger Realität gut tun. Ich stelle mir vor, dass es klingelt. Die Nachbarin steht an der Tür, den Fußball in der Hand. Sie ist wütend. Es hätte etwas kaputt gehen können. Und wir sollen nächstes Mal besser aufpassen. 4. Das Mantra. 5. Ja. 5. Ja. 5. Ja. Ja, vielleicht brennt da ein Haus. Aber wenn, dann ist das nicht meins. Dann ist das in weit, weit weg. Unser Haus steht auf Stelzen. Unser Haus hat Fluchtwege und Feuermelder. Andere Leute haben Häuser aus Stroh. Wir haben das besser gemacht. Das Haus ist nur eine Metapher. Das Haus ist nur ausgedacht. Ich weigere mich zu glauben, dass unsere Regierung, ich weigere mich zu glauben, dass hier in Deutschland, ich weigere mich zu glauben, dass wenn es wirklich so schlimm wäre, ich weigere mich, ich weigere mich, ich wiederhole meine Weigerung wie ein Mantra, wie ein Antrag. Ich schiebe das Haus vom Tisch, um Platz für die Hausaufgaben zu schaffen. Irgendetwas geht kaputt dabei. 6. Das Fragen. Natürlich schaust du nach unten, bevor du springst. Natürlich schaust du, ob sie ein Tuch halten. Aber du fragst nicht, ob sie da unten auch eine Playstation haben und ob du vielleicht noch schnell deinen Speicherstand übertragen kannst. Es wird wie Auftauchen sein. Plötzlich fährt es dir ein wie ein Atemzug. Ich habe 43 Arten von Ausweglosigkeit im Angebot. Die meisten davon führen nirgendwo hin. Außerdem ein Fluchtwegeplan, der am Ziel zu Staub zerfällt. Eine Feuerleiter, die man nach Gebrauch umwerfen kann. Und wenn wir Glück haben, wenn wir Glück haben, hat irgendjemand an den Proviant gedacht. Wenn dann noch eine Jahreszeit ist, dann wachsen auch Pilze im Wald. Oder Beeren an der Hecke. In den Dornen hängt eine Jacke. In der Luft hängen Motorengeräusche im Futur 1 und 2. Natürlich drehst du dich danach um. Natürlich schaust du nach unten, bevor du springst. Aber du springst. 7. Das nächste Haus. Das Haus? Das ist scheißegal. Wenn das abbrennt, das kriegen wir schon wieder hin. Selbst die Bücher, die Kuscheltiere, was zählt, ist das Leben darin. Das Haus, das ist auch nur ausgedacht. Und warum, ist ja allen bekannt. Das Haus war, mitsamt allem Leben darin, als ich sprach, schon verbrannt. Ich spreche jetzt vom Haus direkt daneben, dessen Dachstuhl gerade entflammt. Und dann will ich vom nächsten Haus sprechen. Und dann von dem Haus danach. In der endlichen Reihe zerstörbarer Welten, die verloren gehen jeden Tag. Und ich will meinen Platz in der Reihe nicht wissen. Und ich will nie die Verlorenen vergessen. Doch solange ich noch kann, will ich sprechen. Von den Wäldern, den Mooren, den Seen und Zelten und vom fühlenden Leben darin. Von der endlichen Reihe sterblicher Welten und vom fühlenden Leben darin. Und irgendwann, na klar, wenn du groß bist, dann will ich dir in die Augen schauen können und sagen, na, altes Haus, vielen Dank fürs Zuhören. Wow, der hatte, großartig. Danke, Samuel Kramer, dafür. Ich habe nur gesehen, dass unser Gebärdensprachendolmetscher wirklich eine große Herausforderung hatte. Bei der Geschwindigkeit. Aber ganz toll. Vielen lieben Dank auch nochmal an dieser Stelle. Ja, ich muss jetzt auch merken, weil was hat das mit mir gemacht? Ich bin bewegt und es nimmt mich mit. Und es ist wirklich ein großes Gefühl, was das auslöst, was sie geschafft haben. Aber jetzt ist wieder die Frage der Umsetzung, genau wie mit der CO2-Bilanz. Wie kriegen wir jetzt eine Strategie aus diesem Gefühl heraus? Das ist etwas, worüber wir jetzt auch sprechen wollen. Und zwar, eigentlich hätten Sie gleich hierbleiben können, Samuel Kramer, denn wir werden jetzt hier mit den bekannten Menschen, die heute schon was erzählt haben, in die Diskussion gehen. Nämlich, bitte ich dafür nochmal, Bettina Milz, Miriam Swast, Tabea Leukert, Hamid Schai und eben Samuel Kramer zu mir hier auf die Bühne. Vielen lieben Dank. Und während jetzt hier die Gäste hochkommen, habe ich etwas vor, und zwar, beziehungsweise würde ich sie gerne aufklären, liebes Publikum. Die folgende Diskussion, die wird vom Kulturradio WDR 3 aufgezeichnet. Und am Sonntag, 18. Juni, können Sie sich das dann auch anhören, Kulturpolitisches Forum WDR 3. Das bedeutet zum einen, dass wir einen sehr genauen Zeitplan verfolgen. 54 Minuten, glaube ich. Wo ist denn eigentlich Ellen Gall? Die wollte mir nämlich, ah, da, hallo. Vielleicht kurz ein Zeichen geben, damit ich hier so ein bisschen die Zeit im Blick habe, wann, fünf Minuten vorher, wann ich zum Schluss kommen muss. 54 Minuten. Und die Fragen von Ihnen, liebes Publikum, die würden wir dann im Anschluss an diese 54 Minuten aufgreifen. Also sozusagen, wenn die WDR 3 Aufzeichnung vorbei ist. Auch an alle Zuschauer und Zuschauerinnen im Chat, im Online, Sie können im Chat auch Ihre Fragen stellen, die wir dann im Anschluss hier aufgreifen werden. Auch das ist möglich. So, auch nicht wundern, zwischendurch werde ich nochmal die Namen nennen, damit die Hörerinnen und Hörer beim Radio am 18. Juni, wenn die später einschalten, wissen, wo sind wir denn da eigentlich. Ist immer ganz gut, wenn man das zwischendurch innerhalb einer Stunde nochmal erwähnt. Also wenn Sie soweit wären, ich wäre soweit. Technik auch, alle soweit, fertig. Dann fange ich jetzt an. Hallo und herzlich willkommen im Kulturpolitischen Forum WDR 3. Mein Name ist Anja Backaus. Ich freue mich auf eine rege Diskussion in der folgenden Stunde. Wir sprechen heute über die Herausforderungen ökologischer Nachhaltigkeit in der Kulturszene. Und zwar auf allen Ebenen. Akteure beschäftigen sich ja inhaltlich künstlerisch mit Nachhaltigkeit, in der Gestaltung des Programms, aber natürlich auch in Bezug auf die Gebäude zum Beispiel oder auf den Veranstaltungsort. Unser Veranstaltungsort heute ist das Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln. Das ist übrigens ein Ort, an dem wir Kunst erleben, die teilweise Jahrtausende alt ist. Also nachhaltiger geht es eigentlich gar nicht. Und die Kunst wurde wohl auch, würde ich mal sagen, zu großen Teilen sehr umweltschonend produziert. Also aus dieser Perspektive auch ein guter Ort für die Austragung der Kulturkonferenz des Landschaftsverbandes Rheinland 2023, von der wir jetzt gerade senden und die unter dem Motto steht Kultur, Klima, machen. Ja, nun steht die Kunst ja auch nicht für sich oder die Kultur, sondern immer in einem Kontext. Bedeutet, es geht nicht um die Ölfarbe, es geht auch nicht über eine Bühne oder das Blatt Papier, auf dem der Poet sein Gedicht verfasst. Kunst will wahrgenommen werden und zwar von einem möglichst großen Publikum. Je höher das Publikum oder je mehr, desto größer die Wirkkraft und desto höher auch die Emissionen. Das ist ein Dilemma, in dem sich Kunst und Kultur befinden, aber es gibt Möglichkeiten und Strategien, das zu lösen. Ein ganz wesentlicher Punkt, an dem wir jetzt gerade sind. Ich frage mal hier in die Runde, wer ist denn eigentlich mit dem Fahrrad da? Oh, das sind viele für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio. Ich würde mal Pi mal darum sagen, so 30. Ich meine, wenn ich jetzt frage, wer ist mit dem Auto da, traut sich eh niemand, sich zu melden. Ach doch, da ist jemand ganz mutig. Also eine Dame schon mal auf jeden Fall. Mobilität ist auf alle Fälle auch natürlich ein wesentlicher Punkt, sind wir heute auch schon darauf zu sprechen gekommen. Aber man muss sagen, grundsätzlich sind die Umweltkosten im Kunst- und Kulturbereich im Vergleich zur chemischen Industrie zum Beispiel oder zu Kohlekraftwerken oder zu Flugreisen natürlich relativ gering. Wieso es aber trotzdem und vielleicht sogar ausgerechnet im Kunst- und Kulturbereich wichtig ist, sich zu transformieren, darüber spreche ich jetzt mit unseren Gästen, die da sind. Bettina Milz, sie ist Koordinatorin für das in der Planung befindliche Pina Bausch Zentrum im Wuppertal, das voraussichtlich 2027 eröffnet werden soll. Vorher hat sie das Referat für Theater und Tanz im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen geleitet und jetzt leitet sie eben die Planungsphase und kann Einfluss nehmen auf die Prozesse auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Dann haben wir da Hamid Chai, er ist Konzert und Festivalveranstalter initiiert verschiedene Festivalformate in Düsseldorf, unter anderem das Newfall Festival, Parklife, Ehrenhof Open, leitet das Pong, ein Raum für Popkultur und Gastro und im Zentrum seiner Arbeit stehen die sogenannten SDGs, also die Nachhaltigkeitsziele Ziele der Vereinten Nationen. Tabea Leukert ist hier dabei, Expertin für nachhaltiges Wirtschaften in Unternehmen und Organisationen und sie hat das Institut für Zukunftskultur gegründet und das Institut unterstützt Organisationen in ihrer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Miriam Swast ist Kuratorin für Ökologie am Museum Ludwig und eine, die schon sehr weit fortgeschritten ist in dem Prozess, auch wenn sie wahrscheinlich gleich sagt, immer noch nicht weit genug, natürlich kann es immer noch schneller gehen, aber sie wird viel erzählen über die Probleme, Herausforderungen und aber auch die Möglichkeiten, die es gibt. Sie hat auch das Green Culture Collective gegründet, ein Netzwerk klimaaktiver Kulturschaffen in Köln, unter anderem ist auch das Rauch-Strauch-Jost-Museum, in dem wir heute sind, Teil des Kollektivs. Und Samuel Kramer, er ist Spoken Word, Autorin, Performerin und schreibt gerade an einer Masterarbeit in Philosophie. Die Texte werden in Zeitschriften veröffentlicht. Ich sage das deswegen, weil wir vielleicht gleich auf das Thema Wut und Gefühle und Klima noch zu sprechen kommen, was Teil der Masterarbeit ist. Seine Texte werden veröffentlicht in vielen Zeitschriften, auch im Jahrbuch der Lyrik. Er hat Preise erhalten für seine Spoken Word Performances und inhaltlich geht es vor allem um die Zerstörung der planetaren Lebensgrundlage. Also, herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Jetzt habe ich gerade gesagt, die Kultur ist nicht der größte Emittent. Wieso ist es aber trotzdem wichtig, dass man hier was tut? Tabea Leukert, Sie fokussieren sich ja mit dem Institut für Zukunftskultur auf die Beratung und Unterstützung der Kulturinstitutionen. Welche Rolle kann oder soll Kultur in dem Transformationsprozess eigentlich spielen? Geht schon direkt los. Ja. Ich habe gedacht, ich kriege eine Pause. Ja, danke Anja für die Frage. Wir haben heute schon viel drüber gesprochen, dass der Fokus ganz häufig eben auf den betriebsökologischen Nachhaltigkeit liegt. Das ist auch richtig so. Das ist im Übrigen auch bei Unternehmen so, dass wir eben schauen, wie stark sind eben die Emissionen beispielsweise, wie stark ist der negative Impact auf Süßwassersysteme, auf Artenvielfalt, natürlich aufs Klima. Und gleichzeitig ist das nicht der einzige Punkt von Nachhaltigkeit, sondern es gibt auch einen Punkt, den nennen wir eben Produkt- oder programmatische Nachhaltigkeit. Auch das ist bei den Unternehmen so. Auch die Unternehmen müssen eben in ihren Produkten Innovationszyklen erarbeiten. Sie denken jetzt an Kreislaufwirtschaft beispielsweise. Und wenn wir in die Kultur reinschauen, dann ist es ja schon immer so gewesen, dass Kultur die Vermittlerin der Werte ist. Also wir diskutieren, wir gehen in Museen, in Theater, um uns mit anderen Themen, mit neuen Themen, mit provokanten Themen zu beschäftigen. Wir gehen auf Festivals, weil wir brauchen dieses Gefühl der Gemeinschaft. Wir wollen gemeinsam feiern, wir wollen gemeinsam Spaß erleben, wir wollen uns berühren lassen. Und dieses sich berühren lassen ist ein wunderbarer Multiplikator für eben all die Themen und die Notwendigkeit der Transformation, die wir zwar wissen, aber wie wir eben auch schon überall erfahren haben, ja in der Umsetzung noch nicht so wahnsinnig weit sind. Da hängt es noch, ja. Jetzt haben Sie gerade Festivals erwähnt. Vielleicht können wir gleich, Herr Scharri, Sie leiten ja Festivals in Düsseldorf und Sie haben in einem Podcast vor kurzem gesagt, Künstlerinnen und Künstler brauchen Raum und Bühne, um die Gesellschaft zu verändern. Also wieso rechnen Sie ausgerechnet den Kreativen diese Kraft zu, gesellschaftliche Prozesse anzuregen und eine Gesellschaft verändern zu können? Weil ich glaube, ich bin ja selber kein Künstler, aber als Kulturmacher mache ich das, erschaffe ich Kultur oder Bühne für Menschen, die eine Story to tell haben und Menschen, die eine Story erzählen, wollen ja was erreichen, wollen was verändern, sonst würden die nichts erzählen. und ich schaue mir mal zum Beispiel die größten Bewegungen auf der Welt, also für mich ist Hip-Hop eine der größten, stärksten Ausdruckweiser der jungen Menschen und wie viel Kraft, aber auch sehr viel Hass in dieser Kunst Ausdruckweise steht, das ist für mich auch ein Zeichen, dass die Menschen, die sich die Mikrofone in der Hand nehmen nach außen schreien, ihre Wut ausdrucken wollen und ich glaube, also mich berührt das meine Kinder auch, wenn wir auf die Konzerte gehen und wenn wir uns halt mit Kunst auseinandersetzen und ich glaube, das ist die Botschaft, das ist der Job von Künstlerinnen und Künstlern, die Gesellschaft zu verändern. Samuel Kramer, Sie sind ja Künstler, empfinden Sie das auch so? Ist das Ihr Job, die Gesellschaft zu verändern? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall meine Verantwortung. ich finde, das ist ganz wichtig für mich als Einzelperson, Verantwortung erstmal politisch zu denken und nicht irgendwie ökonomisch oder konsumerisch oder so und das ist ja auch, wenn ich mir so ein Haus oder eine Institution anschaue, finde ich das auch, wäre es auch meine Philosophie. Also ich glaube, es ist meine Verantwortung, das zu tun. Die andere Frage ist, wie gut ich darin bin mit Kunst und wie gut es mit dem zusammenpasst, was ich liebe und was ich auf jeden Fall machen will. Und da bin ich sozusagen vorsichtig, weil ich mir darüber bewusst bin, dass wir leicht gerne glauben, was uns super gut in den Kram passen würde. Und es würde mir total gut in den Kram passen, wenn das, was ich liebe und ich irgendwie auch gut kann, das gleichzeitig auch das Beste ist, was ich für den Planeten tun kann. Und ich bin da einfach vorsichtig. Zumindest hat meine Erfahrung gezeigt, dass wenn ich mich auf eine Bühne stelle und einen Text präsentiere, die Wirkung selten ist, was ich intendiert habe, wenn ich so eine ganz klare Idee hatte. Also ich habe einen Text gemacht, da habe ich Fakten aus dem Bericht des Weltklimarates vorgetragen mit einer ganz klaren Idee, warum ich das mache. Also es war ein durch und durch im strengsten Sinne politischer Text und das hat sehr viel weniger gebracht als andere Dinge aus meiner eigenen Erfahrung sozusagen. Woran kann Sie das denn messen, was der Text gebracht hat? Das kann ich, also natürlich kann ich das überhaupt nicht messen, erstmal in einem strengen wissenschaftlichen Sinne, aber ich kriege ja mit, zum Beispiel kommen Leute zu mir, sprechen mit mir darüber und ich glaube zum Beispiel, eine der Sachen, die ich selber, auf die ich selbst am meisten stolz bin, ist tatsächlich eine Veränderung, die ich in Kulturinstitutionen bewirkt habe. Also ich komme aus der Poetry-Slam-Szene Ich habe früher sehr viel Poetry-Slam gemacht, jetzt nicht mehr so viel, aber ich habe in dieser Szene einfach ein Thema höher auf die Agenda gesetzt, was vorher nicht so war. Ich habe dafür gesorgt, dass es riesige Kooperationen gab. Also nicht ich das, habe das gemacht, aber Veranstalterinnen haben mir gesagt, Samuel, das haben wir schon auch wegen dir gemacht, weil du dich 2016 auf die Bühne gestellt hast und Klimawandelfakten vorgelesen hast und dann hat das natürlich irgendwie den intendierten Effekt, aber es hat überhaupt nicht die Leute genau im Publikum und vielleicht hat das Backstage-Gespräch da auch mehr gebracht. Also vor allem über das Ausmaß bin ich mir sozusagen, bin ich vorsichtig, als auch über die genaue Wirkungsweise, wie sich das steuern lässt. In jedem Fall glaube ich, dass wir alles, was wir haben, in die Waagschale werfen müssen. Also da mache ich gleich auch einen Punkt. Kunst möchte ich auf keinen Fall auf den Podest stellen, als sozusagen die Speerspitze, wo der ökologische Wandel stattfindet. Aber es ist einfach ein Bereich des Lebens und muss sich wie alle anderen auch fragen, was können wir beitragen? Und dann müssen wir uns gar nicht mehr so sehr mit der Frage beschäftigen, ist jetzt das Gedicht der beste Ort, um Ökologie zu verhandeln? Nein, es ist ein Ort, wo es auch passieren muss. Also verstehe ich das richtig? Hat die Kunst die Aufgabe, die Pflicht, die Auswirkungen des Klimawandels zu thematisieren? Also aus einer politischen Perspektive würde ich sagen, ja. Und aus einer ästhetischen Perspektive würde ich sagen, es geht gar nicht anders. Also ich lebe im Anthropozän, ich lebe in einer Zeit, in der meine Zukunft derart ungewiss ist, in Bezug auf ganz basale Dinge wie Unterkunft, Gesundheit, Sicherheit, innere und äußere Sicherheit. Und wenn meine Texte das nicht repräsentieren würden, dann wäre es, als würde ich die schreiben in einer anderen Zeit, in einem anderen Land. Das wären nicht die richtigen Texte für die Zeit. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass die Kunstfreiheit bei uns ein sehr hohes Gut ist, auch im Kulturbetrieb. Sollte es Künstlerinnen und Künstlern dann nicht eigentlich selbst überlassen werden, inwieweit sie sich den Problemen der Naturzerstörung zuwenden? Oder sagen Sie, eigentlich hat man gar keinen Grund, daran vorbei zu arbeiten? Das ist ganz gut der Unterschied zwischen, was ist ein Gesetz und was ist eine moralische Norm. Also es gibt ja sehr viel, zu dem wir diskutieren können, ist man dazu moralisch verpflichtet? Ich würde sagen, man ist moralisch verpflichtet, einen großen Teil seines Einkommens abzugeben, wenn man das hat. Aber wir haben kein Gesetz, das das Leuten vorschreibt. Und ich glaube, das hat auch gute Gründe, beziehungsweise bei Steuern wäre es vielleicht gut, wenn die höher wären. Aber sozusagen, es ist ein Unterschied, wenn ich sage, es gibt meines Erachtens eine moralische Verantwortung und es gibt einen ästhetischen Zweck davon, sozusagen das zu tun. Und das ist was völlig anderes, jetzt zu einer befreundeten Autorin hinzugehen und zu sagen, hör mal, du solltest aber über andere Dinge schreiben. Also das ist ja, das möchte ich ganz klar auseinanderhalten. Das ist eine Verantwortung, die ich für mich so begreife und die ich für andere auch so begreife, aber da würde ich bei anderen auch erstmal ganz woanders ansetzen. Also würde ich sagen, komm doch mal mit auf eine Demo, bevor ich Leuten in ihre Gedichte reinrede. Ja, Hamid Shah, weil Sie gerade so mit dem Kopf genickt oder beziehungsweise geschüttelt haben, gerät die Kunst nicht in die Gefahr, dann zu so einem moralischen Appell für eine ökologisch verantwortliche Lebensweise zu werden? Also wie weit darf Kunst gehen? Kunst darf so weit gehen, bis die Menschen nicht verletzt werden, finde ich. Und ich bin als Veranstalter, natürlich, wir reden über kunstliche Freiheit, aber auch selbst da ist es für mich eine Verantwortung. Ich gebe auch nicht jedem rassistischen oder antisemitischen Künstler eine Plattform. Das will ich einfach nicht. und da hört für mich auch die Freiheit auf und finde ich natürlich, weil der Künstler eine Botschaft hat und das Botschaft ist, lass uns gemeinsam unsere Welt retten, unsere Zukunft retten, dann ist es sein Botschaft und das ist sein Freiheit, wie er das halt natürlich ausspricht. Aber meine Freiheit als Veranstalter kann ich ja sagen, bestimmte Künstler gebe ich überhaupt keine Bühne. Ja, Miriam, wenn wir das jetzt hören, was der Kunst und der Kultur auch an Kraft zugesprochen wird in dem Transformationsprozess, was bedeutet das konkret für die Museen der Zukunft? Also inwiefern müssen sich auch Museen verändern, wandeln? Vorhin sprachen Sie mal von einem Museum als Organismus. Was bedeutet das auch, wenn der gesellschaftliche Part so groß ist? Das werden wir herausfinden müssen. Also wir müssen jetzt uns Fragen stellen, jedenfalls nach unserer Relevanz in vielen Bereichen, in denen wir sie noch nicht gesehen haben oder noch nicht übernommen haben oder diese Verantwortung. Insofern glaube ich, stehen wir einfach vor einer Situation oder erleben, es kann so nicht weitergehen, aber wir haben noch nicht so eine richtige Vision, wohin es gehen kann als Museum und da müssen wir uns finden, gemeinsam mit den Menschen, die zu uns kommen, finden. Darf ich noch einmal ganz kurz was sagen zu der Frage, die hier eben aber noch davor gestellt war, weil ich glaube, das ist gar nicht ungefährlich, die Frage so zu stellen, ist die Freiheit der Kunst gefährdet? Müssen KünstlerInnen jetzt über ökologisches Schreiben? Das triggert alle Ängste, die ich erlebt habe auch im Museum, das triggert alle, die sagen, ihr seid und wir sind hier und wir gucken, dass wir jetzt, also ja, dadurch sind wir nicht mehr inklusiv, dadurch erreichen wir, glaube ich, Menschen nicht und ich glaube, das ist auch die total falsche Frage. Weil, also so wie ich das verstehe, geht es ja, wenn wir jetzt ganz konkret an der Frage bleiben, welche Kunst hilft uns? Dann ist das nicht unbedingt Kunst, die darüber spricht, was die 1,5 Grad Grenze bedeutet oder was Treibhausgase sind. Also das ist so sehr plakativ und das denkt man vielleicht als erstes. So wie ich das begreife, ist es aber auch sehr möglich, auf einer weniger ausgesprochenen Ebene Menschen zu bewegen oder aufzuklären, indem man eben genau darüber spricht, was ist eigentlich unser Körper, was braucht unser Körper. Unser Körper ist Eiweiß, ab Eiweiß kann über eine bestimmte Gradzahl nicht mehr existieren, das heißt, wir können es nicht. Ich weiß nicht, das ist jetzt sehr, vielleicht auch wieder zu plakativ. Ja, oder weiter, was ist ein sinnhaftes Leben, was wollen wir, wie wollen wir die Zukunft gestalten, und das sind ja auch Dinge. Ja, oder jetzt im Beispiel der grünen Moderne, was ist Leben, was ist eine Pflanze, was ist ein Mensch, seit wann wissen wir, wie wir voneinander abhängen und warum ist unser Denksystem im Weißen Westen und so weiter auf eine bestimmte Art geformt, dass wir mit Pflanzen auf eine bestimmte Art umgehen. Also das sind jetzt alles nur Beispiele, um aber vielleicht so ein bisschen rauszukommen aus dieser Falle zu glauben, es geht nur, dass wir jetzt Klima ständig thematisieren, ganz plakativ, um wirklich die Kultur zu nutzen, um weiterzukommen. Ja, genau, aber deswegen bespreche ich das ja hier mit Ihnen auch auf diesem Forum, deswegen haben Sie ja hier auch die Möglichkeit, genau das dazu zu sagen und sich dazu zu Wort zu melden. Frau Lockhart, Sie wollten, hatten auch gerade gesagt, Sie würden gerne noch was sagen zu dem Thema. Ja, bei mir kam da eben ein ähnliches Gefühl auf wie bei dir, Miriam. Wir müssen vorsichtig sein, es gibt, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, es gibt seitens der AfD-Fraktion von vor drei, vier Wochen ein Statement, das genau in diese Richtung geht und das in Richtung Kunstfreiheit und Ökodiktatur geht. Also es ist jetzt so, wie wir schon seit einer Weile darauf warten, dass wir sehen, dass es thematisch eben auch gekapert wird und die Kulturszene genau dieser Vermutung ausgesetzt wird. Es ginge nicht mehr um die Kunstfreiheit. Wir wissen, das sind Strukturen, die wir aus anderen Diskussionsbereichen heraus kennen und deswegen muss man einfach, glaube ich, deswegen sind wir beide darauf angesprungen, so ein bisschen vorsichtig sein und da würde ich gerne zu dem zurückkommen, Samuel, was du eben gesagt hast. Wir müssen, glaube ich, unterscheiden lernen, ob wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen, weil es der Kontext ist, in dem wir leben und dann ist es eben kein Thema mehr. Also ist es der Inhalt eines Stücks, ist es der Inhalt einer Ausstellung, ist es der Inhalt, das obliegt der Kunstfreiheit und den Veranstaltern vorzugeben, wo die Grenzen sind und wo die Haltung ist. Da gehe ich mit. Aber ist es der Kontext? Es ist so, dass es eine wissenschaftliche, es ist eine Notwendigkeit und ist nicht die Frage der Sinnhaftigkeit. Es ist nicht die Frage, es ist sinnhaft, dass wir uns transformieren. Die können wir uns gerne stellen, dann müssen wir aber auch offen die Frage stellen, dass es sein kann, dass wir dann sagen, unser Sinn besteht so lange fort, bis wir nicht mehr fortbestehen. Und deswegen, ich glaube, da ist mir wichtig, da den Unterschied zu setzen. Natürlich gibt es die Kunstfreiheit innerhalb der thematischen Ausrichtung, aber nicht so sehr in dem Kontext, weil der ist wissenschaftlich genug beschrieben. Absolut. Also natürlich ist das klar, was es mit sinnhaft natürlich aber auch mitschwingt ist, dass man darüber diskutieren muss, was ist wichtig im Leben. Und da gibt es im Moment immer noch in unserer Leistungsgesellschaft zum Beispiel Werte, dass derjenige zum Beispiel respektiert wird und anerkannt wird, der jetzt, also es ist jetzt natürlich sehr polemisch, ein großes Auto fährt oder der ein sehr großes Haus besitzt. Und das meine ich mit, dass man auch natürlich über Kunst und Kultur, über Lebensmodelle diskutieren kann, über Werte, über das, was eigentlich wichtig ist. Das war mit sinnhaft gemeint, was natürlich dann dazu führen kann, dass das Leben vielleicht auch mal eine Wendung nimmt, die dann im Sinne des Klimawandels ist. Das war der Grund. Ich glaube, Herr Kramer, Sie wollten noch was sagen. Ja, ich finde das, es ist ja immer schwierig, wenn man von Kultur spricht. Das wissen alle, die irgendwas mit Kultur studiert haben und die anderen wissen es auch, dass das super schwierig ist. Und da schwingt, glaube ich, oder das ist Teil des Grundes, warum Leute, die dann so eine Kampagne starten oder die sozusagen so diskursiv darauf antworten, die haben dann nicht nur Angst, dass im Theater nicht mehr das passiert, was sie machen wollen. Also, weil ich glaube, ganz oft gehen Leute, die Angst davor haben, dass im Theater irgendwie die Kunstfreiheit abgeschafft wird. Die gehen gar nicht ins Theater. Sondern die haben eben Angst, dass sie nicht mehr SUV fahren dürfen. Und das ist auf eine Art und Weise berechtigt und auf eine andere Art und Weise wieder nicht berechtigt. Es ist nicht berechtigt, weil ich differenzieren kann zwischen genau diesem Kontext und Thema und aber auch zwischen verschiedenen Freiheiten. Und das also einmal nur ganz kurz dazu. Es gibt keine Freiheit, SUV zu fahren. Ja, das steht nicht im Grundgesetz. Und ich kann auch sagen, es ist scheiße, dass du ein SUV fährst und trotzdem die Personen dahinter respektieren. Und um sozusagen zurückzukommen zu dem Kunstthema, da möchte ich an, was Frau Leukert gesagt hat, anknüpfen. Wir befinden uns nicht nur in einer Situation der individuellen Bedrohung, sondern auch in einer Situation, in der Kunst und Kultur extrem bedroht sind. Das heißt, die Bedingungen der Möglichkeit unseres Lebens sind bedroht. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Theater und Museen sind nicht das Wichtigste auf der Welt. Ja, wenn das Essen knapp wird, dann wird das, das ist dann das Museum den Leuten aber komplett egal. Das heißt, diese Städten und diese Praktiken, die uns so am Herzen liegen und die auch so wichtig sind, die sind mit als allererstes gefährdet und müssen mit als allererstes die Bedingungen ihrer Möglichkeit überdenken. Und da gibt es eben eine Notwendigkeit. Also eine Kunstform, die nicht die Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit reflektiert. Das ist einfach komplett weltfremd. Das ist überhaupt nichts mit vorgeschrieben oder irgendein Denkzwang, sondern das ist eine reine logische Frage meines Erachtens. Ja. Ja. Und an dem Punkt meinte ich auch die Räume, die Sie eben sagten, inwiefern muss sich ja auch ein Museum vielleicht auch öffnen, anders aufstellen für die Zukunft, um jetzt nochmal auch zurück da hinzukommen. Frau Milz, Sie haben noch gar nichts gesagt. Es geht ja auch natürlich um das Theater, das hat Samuel Kramer gerade angesprochen. Wie wird oder muss sich denn das Theater der Zukunft auch aufstellen, nach all dem, was wir jetzt schon gehört haben? Wie muss es? Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die intelligente Künstlerinnen und Künstler wollen, also die wollen sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und wir haben jetzt ja schon über einiges gesprochen. Ich finde es nochmal ganz wichtig, diese Differenzierung von Kunst und Kultur. Das Thema hatten wir eben schon. Das sind zwei ganz unterschiedliche, also wir haben natürlich eine Schnittmenge, aber es sind unterschiedliche Themen. Und weil Sie eben über den Ort Rauten-Stroch-Jost gesprochen haben, was ja ein wunderbarer Ort ist, der sich ja auch politisch sehr positioniert. Ich war das letzte Mal hier bei der Ausstellung Resist an einem Abend, wo es um die Rückgabe der Benin-Bronzen ging. Und da war eine ganz wunderbare Diskussion mit einem afrikanischen Kollegen, dessen Name mir jetzt nicht einfällt gerade, aber der darüber sprach, dass es eine Differenz gibt zwischen der Betrachtungsweise dieser Bronzen, nämlich ob es Objekte oder Subjekte sind, dass es eben in den Kontexten in den afrikanischen Ländern Subjekte sind, die man begrüßt, die man auch mit denen man in bestimmten Ritualen umgeht und dass es bei uns in den Museen Objekte werden, die herausgerissen sind aus dem Kontext. Ich sage das jetzt deshalb, weil die Frage nach dem Theater ja auch eine ganz große Frage ist. Also erstaunlicherweise haben nach dem Zweiten Weltkrieg die Städte wie Duisburg, Gelsenkirchen als erstes wieder sofort ihre Theater eröffnet. Die Ruhrfestspiele sind unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Ich glaube, dieses Grundbedürfnis, von Menschen zusammenzukommen und einen Diskursraum zu haben, um eben genau solche Dinge wie das, was wir heute besprechen, zu verhandeln, sitzt ganz tief. Und das kann jetzt ein Gebäude sein. Es kann aber eben auch, wie das, was ich eben gezeigt habe, jetzt am Wochenende bei uns, Wundertal mit 200 Beteiligten im Alter von, ich glaube 14 bis, die Älteste war 88, die eine Stadt betanzen und damit einen Raum der sozialen Energie schaffen. Also es können ganz andere Räume sein. Bei den Konzerten ist es sehr normal, dass es draußen ist, im Stadtraum oder auch auf der grünen Wiese. Aber ich glaube, dass dieses, man kann das ja nicht auf die Institution reduzieren. Und deshalb, ja, sicherlich, aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Sie haben eben Brecht zitiert. Das wird, wenn es ernst wird und das wird es, da bin ich mir auch ganz sicher. Deshalb ist es teuer, wenn wir nicht handeln und es ist total fahrlässig, wenn wir nicht handeln. Aber ich glaube trotzdem, dass wir eben solche Räume der sozialen Energie brauchen, in denen wir einerseits Begegnung haben, aber eben auch mit dem, was wir alle nicht verstehen, umgehen können. Vielleicht so weit. Und ein Punkt noch, den ich interessant fand, deshalb kam ich auf die Benin-Bronzen, eben als ich Ihnen zugehört habe, weil eben dieses, das ist einerseits die Unterscheidung Subjekt-Objekt, andererseits die Tatsache, dass eigentlich dieses Subjekt Skulptur immer verbunden ist mit einem rituellen Kontext. Das ist ja auch der Ursprung von Theater und von vielen Künsten. Das heißt, eine Skulptur ist immer eingebunden, auch eigentlich in ein kollektives Ritual, was mit dem Theater ja auch viel zu tun hat. Und ich glaube, ich sage es auch, weil natürlich der ganze Kontext, wir können über Klima sprechen, aber wir können es ja gar nicht trennen von den globalen Kontexten, die im Kolonialismus geschaffen worden sind, die im Moment in den postkolonialen Debatten verhandelt werden, weil wir eben Folgen haben, die an anderen, ganz an anderen Stellen dieses Globuses zutage treten, die in unserer Verantwortung liegen. Uns geht es hier verdammt gut, aber wir haben, ich weiß gar nicht, 100 Millionen Menschen auf der Flucht, zu großen Teilen wegen Kriegen und auch die Kriege haben oder Hungerkatastrophen, die haben ja auch damit zu tun. Ich will jetzt aber gar nicht pessimistisch werden. Ich bin geprägt vom Aktionsnetzwerk Kunst und Nachhaltigkeit. Einfach machen, anpacken, Club der Willigen, also die zusammennehmen, die Lust haben, was zu verändern. Und ich empfinde es als lustvoll, weil ich glaube, ich bin von Godard geprägt. Es geht darum, Kunst politisch zu machen und nicht politische Kunst zu machen. Das hat er mal so schön gesagt. Und mit diesem, die eigenen CO2-Bilanz in den Blick nehmen, kommen wir eben auf Themen, wie das, was Frau Zvast eben sagte, ich arbeite mit türkischen Künstlerinnen, was sind eigentlich meine Handlungskontexte mit der Türkei und so weiter. Ja, jetzt haben Sie auch sehr weit das aufgemacht. Sie hatten gerade nochmal den CO2-Abdruck genommen. Ich würde jetzt gerne nochmal, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier sind, nochmal zu diesem wirklich konkreten Punkt kommen. Wie geht man denn vor? Was kann man denn machen im ökologischen Transformationsprozess? Frau Zvast, Sie hatten vorhin auch den Handabdruck nochmal erwähnt, weil viele ja immer über den ökologischen Fußabdruck gehen. Das heißt eher mal das positive Sehen, etwas zu tun. Das Museum Ludwig macht wirklich schon etwas. Sie sind da Kuratoren für Ökologie. Wo haben Sie denn eigentlich angefangen? Vielleicht können wir das hier in dem Rahmen noch einmal kurz sagen. Sie waren schon da, Kuratorin, und dann hieß es, machen Sie einfach mal. Wo fängt man da an? Es gab diesen Auftrag nicht, machen Sie einfach mal. Es gab im Jullfix den Moment, den Finger zu heben, zu sagen, ich hätte Lust. Und das wurde mit Schweigen zur Kenntnis genommen. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn es kein Nein gibt, dann... Haben sich auch andere gemeldet? Die haben sich dann sehr schnell gemeldet, Gott sei Dank eben. Es ist gar nicht allein mein Thema oder mein Gebiet, sondern es haben sich sehr schnell sehr viele dazu getan und waren, so habe ich es empfunden, fast dankbar, eine Möglichkeit zu bekommen, außerhalb ihres privaten Raums auch noch zu handeln, jetzt in einem größeren Kontext. Insofern war es tatsächlich dieses Moment des gemeinsamen Interessens bekunden und dann loslegen. Und da gibt es einfach so unglaublich viele einzelne kleine Schritte, die wir gemacht haben, um diese niedrig hängenden Kirschen erst mal wirklich zu pflücken und zu sagen, okay, wir brauchen Fahrradständer. Es gibt einen Fahrradbeauftragten in der Stadt Köln. Ich hatte mit der Person nie zu tun. Ich wusste, das ist die Funktion. Also ich wusste nicht mal um diese Funktion, aber dann nehmen wir doch Kontakt auf. Das kostet uns gar nichts. Wir haben ein paar Fahrradständer bekommen. Wir haben einfach ein kleines Erfolgserlebnis. Und das war meine Strategie. Man kann auch andere fahren, aber das war so die Strategie, die, glaube ich, für uns uns erst mal so ins Handeln gebracht haben, erste Erfolgserlebnisse zu bekommen und dann aber jetzt wirklich immer mehr das Wissen zu vertiefen und immer mehr an die Substanz zu gehen und zu verstehen, okay, wir brauchen dieses Kollektiv, dass wir da in der Gruppe sind, innerhalb des Museums, aber auch eben hier innerhalb in Köln mit dem Green Culture Collective. Wir müssen jetzt irgendwie größer denken und an die Politik ran oder an große Fördertöpfe. Also insofern war für uns Bottom-up, von klein zu größer, von wenig Wissen zu mehr Wissen und dann mal gucken, wo es hingeht. Vielleicht, dass wir mal so eine Orientierung haben. Wie viel Zeit investieren Sie tagtäglich in diese Arbeit? Ganz konkret. Ja, die meiste. Ja, also den größten Teil Ihrer Arbeitszeit, es geht halt nicht nebenbei, das hatten wir vorhin ja schon mal. Es geht nicht nebenbei und ich bin offiziell nach wie vor auch Kuratorin für die Sammlung Fotografie und das mache ich gerne, aber wenn ich ehrlich bin, geht im Moment immer noch sehr, sehr, sehr viel Zeit in das Ökologische. Wir versuchen feste Stellen einzurichten am Museum auch, um es noch weiter zu professionalisieren mit Klima-ManagerInnen oder wie auch immer man die Position bezeichnen möchte. Das ist unheimlich wichtig, damit wir entlastet werden zum Teil im Team, aber auch damit es noch weiter professionalisiert wird und bestimmte Normen erfüllen können und so weiter. Also ISO-Norm. Insofern, die ehrliche Antwort ist, es geht fast viel zu viel Zeit im Moment da in diesem Bereich mehr als meine Kraft eigentlich auf Dauer zulässt und deswegen müssen wir darüber reden, müssen wir Strukturen schaffen in den Häusern, die es ermöglichen, zu professionalisieren und trotzdem gemeinsam voranzuschreiten und nicht in zwei Jahren ausgebrannt zu sein, uns zu verlieren. Ja, welche Strukturen können das sein, Frau Leukert? Wie kann man das schaffen? Netzwerken, kooperieren, das sind natürlich immer wieder die wesentlichen Punkte. Wie kann man sich wirklich unterstützen? Ja, also Netzwerke und rübergreifen ist natürlich wahnsinnig wichtig, ist aber auch ein Zeitfaktor. Ich hätte jetzt schon fast ketzerisch mal gefragt, wie viel eigentlich von den Überstunden da reingehen und nicht sozusagen innerhalb der Arbeitszeit. Darf ich kurz was zur Frage davor sagen mit der Zeit? Weil wir gucken immer ganz genau, wie viel Zeitorganisationen brauchen. Das heißt, ich könnte mit so ein paar Zahlen dienen. Ja, also genau, also welche Zeitressourcen dabei, ja klar, gern, wenn Sie da konkrete Zahlen haben. Also die Organisationen, mit denen wir arbeiten, in denen ist es so, und das ist eben eine Vorgehensweise aus dem strategischen Nachhaltigkeitsmanagement, dass wir erst alle befragen. Und damit haben wir eben schon direkt diesen Moment der Wissensvermittlung mit dabei. Das heißt, wir befragen die komplette Belegschaft, entweder eine Umfrage oder im besten Fall in einem Workshop. Und wir fragen, wo sind eure Ideen, worauf habt ihr Lust, was wollt ihr umsetzen, aber auch woran scheitert ihr, wo sind Widerstände, wo sind politische Widerstände. Viele von den Häusern hier haben einen Kontraktionszwang. Die können gar nicht von alleine auf Ökostrom umstellen. Die sind an die Stadt angebunden. Das heißt, so rauszufinden, wo sind die eigenen Entscheidungsspielräume. Das sind so Workshops, das dauert drei, vier Stunden in etwa und daraus bildet sich eine kleine AG. Und dann guckt man, wir fragen immer, wie viel Zeit habt ihr denn konkret? Wie viel könnt ihr reingeben? Und diese AG trifft sich einmal im Monat, manchmal alle zwei Wochen, kommt darauf an, wie viele Themen da liegen und die fängt an, diese Maßnahmen zu sortieren. Das heißt, am Anfang ist es irgendwie mal ein Workshop, dann ist es eine AG, in der AG sitzen vielleicht sechs, sieben Leute aus den einzelnen Bereichen, die verbringen eine Stunde die Woche miteinander und daraus wird dann immer mehr eben eine Nachhaltigkeitsstrategie. Und im besten Fall gibt es aber irgendwann Leute, die das halt qua ihres Auftrags tatsächlich dann umsetzen, also die einfach eine Teilzeitstelle bekommen oder ein paar Stunden aus ihrem Budget heraus, um das zu koordinieren, weil das braucht natürlich. Also das heißt, es ist wirklich auch bezahlt und eben nicht ehrenamtlich und nicht nebenbei, es ist eine Stelle, die eingerichtet wird. Und dafür gibt es immer mehr Netzwerke. Also ja, auch da, ich kann immer nur auf die Future Women hinweisen, eine Vereinigung von Frauen im Nachhaltigkeitsbereich, die unglaublich groß geworden ist in den letzten Jahren. Aber das gibt es, also wir selbst haben ein Netzwerk gegründet, in dem wir uns austauschen zu Themen. Das Aktionsnetzwerk ist ein tolles Netzwerk, um zusammenzukommen und miteinander zu diskutieren. Also diese Netzwerke gibt es, aber wie gesagt, auch dafür ist, glaube ich, die erste Frage immer, woher nehme ich die Zeit und habe ich das Commitment der Geschäftsleitung, dass ich meine Zeit da reingeben darf? Und dass man gezielt auch wahrscheinlich Hilfe bekommt, also dass man nicht einfach so grundlegend sich immer austauscht, sondern häufig ist es ja so, dass es ganz gezielte Fragen sind, ganz gezielte Punkte, wo man sagt, wie machen wir das jetzt am besten mit dem Müll? Und dass man so jemanden hat, wo man sagt, wie macht ihr das, wie regelt ihr das? Da kann man sich austauschen. Wie macht ihr das eigentlich bei euch, Herr Schahy? Wie machen Sie das denn unter den Festivalveranstaltern? Gibt es da einen Austausch? Gibt es da Kooperationen? Gibt es da Möglichkeiten? Nicht wirklich, aber das ist so jetzt gerade in der Stand, dass es anfängt, immer mehr zu werden. Also wir tauschen uns immer mehr auf verschiedenen Podien und mittlerweile gibt es auch keine Popkonferenz mehr oder Musikkonferenz mehr ohne das Thema Nachhaltigkeit. Das freut mich sehr. Aber das Thema kommt immer mehr an, gerade auch nicht nur im Festivals, sondern auch im Clubbereich, dass die Menschen, also es gibt auch in Köln ein oder andere Kollegen, die sich zum Green Culture Manager ausgebildet haben und es findet wirklich immer mehr statt. Das freut mich total. Ich finde aber auch bei einem Clubbereich oder bei dem Bereich, wo ich arbeite, ich merke, das ist echt wirklich unterschiedlich. Also es ist halt, in Instituten gibt es immer Strukturen und da gibt es einfach Uhrzeiten, wo du arbeitest oder auch nicht arbeitest. Und deswegen, ich merke mir gerade so einen Widerspruch, ich mache es Nachhaltigkeit, weil ich unbedingt Nachhaltigkeit, weil ich gerne das mache, weil ich wirklich bewegt bin davon und ich tue und bei uns ist es auch, ob ich jetzt neun Stunden oder zehn Stunden arbeite, interessiert uns ehrlich gesagt nicht. Aber das ist, glaube ich, auch der Unterschied, in welchem Bereich man arbeitet, wo kommt man her und was hat man von den Strukturen. Das ist ganz klar, in einem Institut, in einer Bibliothek, in einem Theater herrschen ganz andere Strukturen zum Glück als beim Popkultur. Da sind wir ein bisschen flexibler. Auf welche Widerstände stoßen Sie denn, wenn Sie zum Beispiel mit den Festivalmachern in den Austausch gehen? Ist das selbstverständlich, dass alle auch sagen, klar, machen wir, wir stellen uns hier nachhaltig auf. Sie hatten vorhin mal angedeutet, dass das teilweise auch nicht so einfach ist. Ganz ehrlich gesagt, es gibt halt viele junge, neue, mutige Festivamacherinnen, die, da ist viel einfacher den Zugang zu finden. Und bei diesen alten Schulen, sage ich mal, wo sehr viele alte, weiße Herren die Festivalleitung übernommen haben oder von Ewigkeit, seit 80er Jahre, die Festivals machen, ist es super schwierig zu sagen, dass es eigentlich einem Festival ohne Nachhaltigkeitskonzept gar nicht mehr geht, es gar nicht mehr zeitgemäß ist und interessant ist, dass es mittlerweile auch selbst bei denen ankommt, aber nicht, weil die so gerne nachhaltig arbeiten, sondern die merken, die verkaufen einfach weniger Tickets. Ja, also da fängt sich an einfach das Umdenken zu beginnen. Das heißt, Sie erschließen auch neue Zielgruppen tatsächlich auch mit dem Aufstellen von nachhaltigen Festivals. Also ich glaube, die Zeiten, dass man wegen einer Band zu einem Festival geht, sind vorbei. Man geht um eine, bestimmte Gruppen von Menschen zu treffen, die so einem, wie einem ticken halt, dass die gleich denken, dass sie sehr bewährte haben und natürlich, Musik ist mittendrin und die wichtigste Säule auf einem Festival, aber es gibt, finde ich, schon einen Unterschied zwischen einem gut gemachten Boutique-Festival, der inhaltlich wertvoll ist, das musikalisch wertvoll ist und bestimmte Werte hat, als eine Festival, der mehr eines Kirmes ähnelt als ein Musik-Festival. Ja, das ist dann auch anders kuratiert natürlich. Das eine dient, ist wirklich Live-Musik, was ja ein wichtiges Kulturgut ist. Jetzt haben wir gerade das Publikum angesprochen. Frau Milt, wie würden Sie denn vorgehen? Gerade Pina Bausch ist ein renommiertes Haus, was viele Menschen natürlich auch schon kennen, auch aus früherer Zeit, gerne dorthin gehen. Was ist denn, wenn das Publikum alles gerne so weitermachen würde oder behalten würde, wie es ist, auch in den Museen, die an dem Altbewährten festhalten, die vielleicht auch Angst vor Veränderungen haben, die vielleicht sagen, wir wollen gerne, dass alles wieder so ist, wie es immer ist. Wie kann man die mitnehmen? Wie kann man alle mitnehmen? Na, erstmal gibt es ja kein Haus. Das Tanztheater Wuppertal-Pina Bausch hat das Opernhaus in Wuppertal betanzt und das Schauspielhaus und unmittelbar nach dem Tod von Pina Bausch wurde das Schauspielhaus eines der schönsten Theatergebäude der Republik geschlossen, weil man sagte, wir wissen ja nicht, wie die Reise weitergeht. Die Oper war saniert worden. In der Zeit hatten alle Sparten im Schauspielhaus gearbeitet und dann, standen wir eben vor der Situation, dass es dieses Haus nicht mehr gibt. Und es wird weiter das Opernhaus betanzt. Die meisten wissen, das Ensemble tanzt rund um den Globus, war gerade mit 13 ausverkauften Vorstellungen in New York. Wir haben das große Glück, dass auch in Wuppertal alles nach wie vor ausverkauft ist, aber wir haben eben jetzt am Wochenende mit der großen Aktion Wundertal auf der Sonnborner Straße getanzt, einer unter der neuen Leitung von Boris Scharmatz mit 180 Menschen aus der Stadt und dem Ensemble und es waren rund 5500 Menschen da. Die älteste im Tanzensemble sozusagen des neuen Piener Bausch Zentrums auf der Straße war 88, der jüngste, glaube ich, 1916. Also man geht raus zu den Menschen. Man geht raus zu den Menschen, Man geht raus, also jetzt nicht immer, es gibt Sachen, da geht das, das ist auch ganz schön aufwendig, aber das war eine solche Energie, auch gerade von den Amateuren, die jetzt da zwei Wochen intensiv durchgeprobt haben, das war ein solches Geschenk, was wir zurückbekommen haben von denen, die jetzt in diesem Projekt dabei waren. Anderes Beispiel für rausgehen, gerade die Montagsstiftung Urbane Räume hat gerade ein wunderbares Textilareal in Oberbamen umgestaltet. Das ist ein Teil vom Wuppertal, der einen sehr, sehr hohen Migrationsanteil hat. Sie wissen alle, Wuppertal ist sozusagen das deutsche Manchester. Das heißt, es war mal eine sehr, sehr reiche Stadt. Es gibt ja viele Menschen, die hingekommen sind, um in der Textilindustrie, in der Chemie- und Industrie, in der Metallindustrie zu arbeiten und es hat einen, also stets exemplarisch mit anderen Kommunen wie Hagen und so weiter für diesen großen Transformationsprozess durch die Änderung der Arbeitswelt. Und da jetzt das Theater. Da ist das Theater als neuer Treffpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt heute ein neues Theater, eine neue Kulturinstitution, die soll transdisziplinär sein, also der Tanz soll im Zentrum stehen, weil wir haben das nicht in Deutschland. Es gibt Opernintendanten, Schauspielintendanten, aber die meisten wissen, dass der Tanz immer die fragilste Sparte ist, zugleich die Sparte, die das meiste Publikum bringt. Und der Körper steht im Zentrum. Das ist, glaube ich, für unser Thema auch nicht ganz unwichtig. Das heißt, es wird ein Haus werden, in dem wir gerne die Türen weit offen haben, einen Ort schaffen, in dem möglichst viele zusammenkommen, wo die Küche, da haben wir eben schon darüber gesprochen, das gemeinsame Kochen und auch das gemeinsame Diskutieren im Zentrum sein soll. Und das ist die Vision. Es soll eben keine Parkplätze geben, sondern Fahrradständer zum Beispiel. Und ich glaube, das Erheben der Daten ist wahnsinnig wichtig, um, ich weiß nicht, ob wir es eben schon gesagt haben, Change by Design oder Change by Disaster ein Bewusstsein zu haben, wo man überhaupt Dinge, Stellschrauben ändern kann. Frau Locke, das hatten Sie vorhin auch gesagt, also Datenanalyse, vielleicht auch nochmal ganz kurz, ist wichtig. Sie muss sich nur natürlich auch irgendwann umsetzen in Strategien. Also wie wird aus einer CO2-Bilanz eine Strategie? Ja, also wir sehen gerade einen ganz großen Hype in Richtung CO2-Bilanzen und wir können das nachvollziehen und finden das gut, weil wir wissenschaftlich arbeiten müssen. Deswegen brauchen wir diese Daten. Was wir aber leider auch sehen, ist, dass eben in vielen von diesen Förderprogrammen es endet bei der Veröffentlichung der Daten, ohne dass den Menschen, die die Daten erhoben haben, erklärt wird, wie sind die zustande gekommen und was könnt ihr damit anfangen? Das heißt, eigentlich beginnt die Arbeit in dem Moment, in dem ich die Daten da habe, weil ich bilanziere erstmal den Status Quo. Aber die Idee muss ja sein, dass ich mich von dem Status Quo weiterentwickele und dafür muss ich überlegen, wie komme ich da hin? Und das braucht ein strategisches Vorgehen. Das heißt, es muss ausgewertet werden, es muss geguckt werden. Ich habe vorhin gedacht, als du deine Folie gezeigt hast mit euren CO2-Emissionen, wie toll wäre das auch mal zu zeigen, wie groß eigentlich der Energie, der Strom-Bubble wäre, wenn er nicht Ökostrom wäre. Und wie toll wäre das zu sehen, wie groß der Mobilitäts-Bubble wäre, wenn ihr nicht über euren Code of Conduct das geregelt hättet. Das meine ich mit strategischer Auswertung. Wir müssen das vergleichen, wir müssen das mit anderen Häusern vergleichen, wir müssen in die Diskussion gehen. Wie seid ihr denn da runtergekommen? Ist ja total interessant. Wie hast du das jetzt genau gemacht? Hat das funktioniert oder nicht? Wir müssen uns eine Fehlerkultur erlauben, in der wir auch sagen können, die Maßnahme ist total vorbeigegangen. Ja, wir haben vorhin schon gehört, ja, ich kann mich hier hinstellen und kann irgendwie einen Vortrag halten, ich weiß doch nicht, was am Ende bei rauskommt. Und das müssen wir in der Nachhaltigkeitsarbeit uns genauso erlauben. Das heißt, es braucht Reflexionszyklen und dann braucht es eben nicht eine CO2-Bilanz, I'm sorry, es braucht mindestens eine zweite. So, und die braucht aber auch wieder Unterstützung. Oder die braucht halt Menschen, die gelernt haben, wie das geht, damit sie es beim zweiten Mal alleine machen können. Ja, also auch da so ein bisschen einfach Vorsicht gerade davor, dass wir, ich habe vorhin gesagt, Nachhaltigkeit ist Arbeit und kein Ehrenamt, vorsichtig, dass wir nicht die Leute in die Überlastung schicken. Weil wer macht gerade CO2-Bilanzen? Das sind halt die Menschen, die einmal zu laut die Hand gehoben haben im Juffix. Wie Frau Swass. Und jetzt halt selbst gucken müssen, wie sie diese Arbeit noch zusätzlich zu ihrer eigentlichen Arbeit umgesetzt bekommen. Und wie gesagt, es endet nicht nach der CO2-Bilanz, das muss dann halt weitergehen. Und die Prozesse, die fehlen mir aktuell noch in den Förderprojekten, so ein bisschen in der politischen Idee. Wer gibt den Impuls? Ist das dann meistens doch, kommt das aus der Direktion? Also es ist schon so, dass sowas von oben im Grunde genommen, zumindest der Rückhalt da sein muss, oder? Dass man sagt, in einem Unternehmen, im Museum, im Theater, Hamid Shahi hat eben gesagt, er ist sozusagen sein eigener Chef, also er kann das selber entscheiden, aber wie wichtig ist das auch, dass das ganze Team vor allen Dingen von oben mitzieht? Die halbe bis die ganze Miete? Ja, es geht nicht ohne. Und das bedeutet nicht, dass man nicht trotzdem von unten anfangen kann, weil oben merkt ganz oft, oh, da passiert was, dadurch, dass unten was passiert. Ich möchte gar nicht sagen, macht unten keinen Lärm, um Gottes Willen. Aber die Frage ist schon immer, ist das angebunden. Also ganz oft geben wir einfach nur den Hinweis, ihr habt doch regelmäßige Joufixes, zum Beispiel in euren Häusern. Macht da doch einfach einen Tagesordnungspunkt Nachhaltigkeit da rein. Schummelt den dazu, sprecht ein bisschen drüber. Und also wir sind ja alle auf einer transformativen Reise und ich habe vorhin schon gesagt, wir müssen alle uns auch die, wir müssen alle gütig miteinander sein und brauchen eine Fehlerkultur. Entsprechend, das würde ich auch immer einer Geschäftsleitung zugestehen wollen, dass die auch mitlernen kann mit der Belegschaft und deswegen kommen ganz viele Impulse aus der Belegschaft, interessanterweise ganz häufig so Assistenz der Geschäftsleitung, Referentin für, das ist häufig, die erste Anfrage kommt von dort und dann aber natürlich Budgetfreiheit, Kapazität, kapazitäre Freiheiten müssen von oben kommen und größere Veränderungsprozesse müssen von oben eingesteuert und geleitet werden und so muss das Teilen halt zusammenwachsen und vielleicht sogar eine Stelle geschaffen werden, explizit. Das ist ja das, was dann am Ende ein Ziel ist. Frau Möld, Sie wollten dazu was sagen? Ja, weil ich das so einen wichtigen Punkt finde. Das Schöne ist ja, dass es wirklich diese Bottom-up-Prozesse gab. Das sind MusikerInnen, das sind DramaturgInnen, das sind Techniker und so weiter, die da zusammengekommen sind und diese AGs gegründet haben, aber sie brauchen jetzt unbedingt auch dieses Backing von oben. Also es muss eine Top-Down und eine Bottom-Up-Strategie zusammenkommen. Ich habe eben gedacht, das erinnert mich so ein bisschen an die Prozesse in der kulturellen Bildung und in der Digitalisierung, wo auch am Anfang dann sozusagen die frische Praktikantin oder der Praktikant auf das Thema gesetzt wurde, bis man erkannt hat, dass es eigentlich Kerngeschäft ist und selbst da, Digitalisierung, kulturelle Bildung sind wir noch auf dem Weg, aber ich glaube, die Zeit haben wir nicht. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass jetzt die Leitungsebene sich ganz klar positioniert. Wir haben eben über Haltung gesprochen, Sie haben das sehr stark eingebracht. Ich glaube, diese Haltung ist extrem wichtig, damit sich eben nicht die anderen verheizen. Also das wird viel diskutiert in der Nachhaltigkeitsbewegung, dass einfach Leute in Burnouts rennen aus den eben beschriebenen Gründen. Also nicht nur bei Fridays for Future, sondern auch in den Kulturinstitutionen und das sollte man wenn möglich verhindern. das ist auch das Gute bei dem, was wir im Moment versuchen, bei der Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie, die Zeitressourcen, die personellen Ressourcen, die Verankerung in einem Leitbild und so weiter mit zu erarbeiten und damit auch eine strukturelle Grundlage zu geben für das Thema Nachhaltigkeit in der Institution. Und der Impuls kann natürlich teilweise von unten kommen. Samuel Kramer, Sie haben eben auch gesagt, dass Sie durch Ihre Auftritte oder beziehungsweise dadurch, dass Sie sensibilisiert sind für das Thema, auch viel erreichen konnten. Ja, aber irgendwie auch noch immer nicht genug. Das heißt, fehlt Ihnen da manchmal auch, wie soll ich sagen, eine Form von Radikalität, dass es schneller geht? Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht gar nicht so sehr in Bezug auf die Kunst und Kultur. Also eher im politischen Diskurs. Da wird immer davon geredet, dass man die Leute mitnehmen soll und dann denke ich mir jedes Mal, keine Regierung, die wir bisher jetzt hatten, hat mich mitgenommen. Keine Regierung nimmt den IPCC-Bericht mit auf in ihre Regierungsverantwortung. Also sozusagen, da wünsche ich mir auf jeden Fall Radikalität im Sinne dieser Notwendigkeiten. Ja, also wir reden immer noch über Klimawandel. Zum Beispiel jetzt jüngst hatte so ein verkehrspolitisches Kongress hat irgendwie stattgefunden und die Leitung hat gesagt, es geht darum, wie schnell der Verkehrssektor sich nachhaltiger machen kann. Und das ist einfach die falsche Frage, sondern die Frage muss sein, wie kriegen wir den Verkehrssektor nachhaltig bis zum Punkt X, weil er das werden muss. Ja, und also da so fehlt mir also eine logische Radikalität. in Bezug auf Kunst und Kultur weiß ich es gar nicht so genau. Ich glaube, auf jeden Fall hat es angefangen, immer besser zu funktionieren und das haben ja auch ganz viele Leute gesagt, in dem Moment, in dem man versucht, es nicht so nebenbei zu machen. Also indem ich nicht mir überlegt habe, ich schreibe jetzt einen Text und da versuche ich das auch irgendwie noch unterzubringen, sondern indem ich mir halt überlegt habe, wie viel Teil meines Lebens kann ich darauf verwenden, welche Verbündeten brauche ich, in welchen Kontexten kann das gut funktionieren und so weiter. Ich finde, da waren schon ganz viele wertvolle Positionen dazu. Ich will es nur mal kurz, Luisa Neubauer hat es, glaube ich, gesagt, wir können die Welt nicht freiwillig retten, wenn Leute hauptberuflich damit beschäftigt sind, sie zu zerstören. Ja, also das heißt, wir brauchen Leute, die genug Zeit dafür haben und in unserem Kapitalismus heißt es eben, die Geld dafür haben, dass sie sich damit beschäftigen können. Ja, und ich glaube, als zweites noch, wir haben jetzt über Fußabdruck und über Handabdruck geredet und Radikalität würde mir sozusagen in Bezug auf Kunst und Kultur würde es mir so ein bisschen fehlen, allenfalls in diesem Narrativ von wir verändern die Werte. Also sozusagen so ein ganz, ganz großer Umweg von wir machen ein Theaterstück und dann schauen die Leute sich das an und dann sind die, irgendwas passiert dann ganz subtil in ihnen drin. Ich treibe das jetzt sehr polemisch auf die Spitze und dann irgendwann sind die nachhaltiger. Wie wäre es, wenn man sagt, wir machen ein Theaterstück und der Anspruch, also ich finde das immer großartig, ich schreibe es niemandem vor, ja, nicht falsch verstehen. Ich finde es immer großartig, zu hohe Ansprüche zu haben. Das ist wie man Exzellenz irgendwie zumindest anstrebt. Der Anspruch ist, dass die Leute sich am nächsten Tag auf die Straße kleben, ja, weil das ist die Notwendigkeit, die wir gerade haben. Ja, wir brauchen politischen Wandel. Es ist super, wenn sich ein Museum CO2-neutral macht oder das sich irgendwie auf die Fahne schreibt, aber was wir brauchen, ist ganz, ganz schnell, ganz, ganz krasser politischer Wandel und da würde ich sagen, müssen wir uns auch fragen, okay, ist das vielleicht eigentlich der Punkt, wo wir am ehesten ansetzen könnten. Ja, ich glaube, Luise Neubauer war es auch, die gesagt hat, irgendjemand oder meinte, die Lobbyisten der Vergangenheit sind halt einfach natürlich stärker als die Lobbyisten der Zukunft und da haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen immer so dieses Dilemma, in dem wir uns befinden, weil sehr harte, feste Strukturen einfach bestehen, auch innerhalb, natürlich wahrscheinlich auch innerhalb der Kultur, ganz am Anfang haben wir auch mal gehört, dass das Thema Nachhaltigkeit, Frau Lockert, ich glaube, Sie haben das gesagt, schon relativ spät eigentlich, wenn man ehrlich ist, in Kunst- und Kulturbetrieb auf die Agenda gekommen ist. Kann man das so sagen? Würden Sie das bestätigen? Oder, ja, vielleicht Sie, Herr Schahy, Sie haben... Ja, also ich merke auch, bei mir ist gerade, wir haben ja vorhin gesprochen, ja, was ist mit dem Spitze, müssen die Spitzen der Häuser dahinter stehen und ich merke wieder, da ist die Frage der Struktur und veraltet und so. Mir ist heute aufgefallen, dass bei den Vorträgen, wir hatten ja vier, fünf, sechs Vorträge gehabt, ich war der einzige Mann und alle anderen waren mutige Frauen und ich sehe auch auf dem Ludwig-Museum, da hat sich wieder eine mutige Frau hingestellt und gesagt, ich mache das. Und ich frage mich, wenn man diese Häuser anschaut, sind wirklich Strukturen, die sind alt, meistens von Männern geführt und ich wünsche mir einfach auch diese Wandel dort. Und ich glaube, wenn wir diese Wandel schaffen, mal dort zu bringen, dann würde es auch viel, viel einiges einfacher werden. Ja, ich würde diesen Applaus jetzt mitnehmen und dann in unsere Abschlussphase kommen, dieses Talks. Es gibt noch wahnsinnig viel zu besprechen. Ich habe auch noch viele Themen hier. Was ich rausgehört habe und das ist auch etwas, was Maja Güppel mal gesagt hat, die Gesellschaft ist teilweise schon viel weiter als die Politik. Das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist, weil man sieht, der Wille, was zu verändern, ist da. Es sind häufig private Akteure, es sind engagierte Menschen, Privatpersonen fast schon, die mit viel Leidenschaft und Engagement etwas umsetzen, Nachhaltigkeitsprozesse anstoßen und sicherlich wäre es eine große Unterstützung, wenn mehr Druck kommen würde, wenn man auch mehr Unterstützung erfahren würde von allen Seiten aus, aus der Zivilgesellschaft, aber vor allen Dingen auch aus der Politik, damit man ja auch Druckmittel hat. Ich glaube, Hamid Shahi, Sie haben vorhin gesagt, wenn man sagen kann, die Stadt Düsseldorf hat verboten, dass sie mit ihrem Nightliner heute hier auf mein Festivalgelände fahren, ist das viel einfacher, als zu sagen, ich möchte das gerne oder es dient eben dem Umweltschutz, dass sie das nicht tun. Manchmal ist es doch hilfreich, wenn man Auflagen hat von Uhum. Es ist ein Prozess, aber immer mehr Nachhaltigkeitsstrategien werden auch natürlich im Kunst- und Kulturbetrieben implementiert und ich bedanke mich bei meiner Runde bei den engagierten Menschen, von denen wir gerade gesprochen haben. Das ist Bettina Milz, sie ist inhaltliche Koordinatorin und Leiterin der Vorlaufphase am Piener Bausch Zentrum. Hamid Shahi ist Konzert- und Festivalveranstalter aus Düsseldorf, der schon lange einen Schwerpunkt setzt auf die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Tabea Leuka ist Expertin für nachhaltiges Wirtschaften in Unternehmen und Organisationen und leitet das Institut für Zukunftskultur. Dr. Miriam Svast ist Kuratorin für Ökologie am Museum Ludwig und Samuel Kramer ist Autor in Performer in Aktivistin. Schwerpunktthema ist die Zerstörung der planetaren Lebensgrundlage. Danke für Ihre klaren Worte. Vielen Dank an dieser Stelle. Hier ist das Kulturpolitische Forum WDR 3. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören. Danke auch als Publikum. Vielen Dank. So, ja, liebes Publikum, das war dann jetzt die Aufzeichnung. Ich habe jetzt gerade nur ein ganz kurz Frau Kessing, weil wir haben ja ein kleines Zeitproblem. Sollen wir die Fragen nach Ihrem Gespräch vielleicht anschließen aus dem Publikum oder sollen wir sie jetzt führen, weil ich glaube, Herr Zinikus hat ja das Zeitproblem. Ja, genau. Wäre das für Sie in Ordnung, weil wir haben ein kleines Zeitproblem, wenn wir dann jetzt weitermachen mit einem kleinen Talk und danach die Fragerunde öffnen. Vielleicht kommen auch da noch bei Ihnen vielleicht Fragen auf, die Sie vorher gar nicht wussten. Dann würden wir das an dieser Stelle ganz kurz drehen im Programm. Auch für Sie zu Hause. Sie können die Fragen natürlich in den Chat schreiben, aber wir würden sie dann gleich aufgreifen. Dann würde ich mich nämlich bei euch und bei Ihnen bedanken. Vielen Dank für die Runde. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ja, und ich bitte nun für das Abschlussgespräch Herrn Ralf Zinikus. Er ist Leiter des Referats für Aufbau neuer Kultureinrichtungen und Nachhaltigkeit am Ministerium für Kultur und Wissenschaft auf die Bühne. Da kommt er schon. Und jetzt ist an der Stelle Ulrike Kessing hier. Die übernimmt heute an dieser Stelle und wir werden vom LVR und wir werden also Abteilung strategische Planung und Netzwerksteuerung und Ulrike Kessing. Schön, dass Sie da sind. Sie können sich gerne auch setzen. Dann machen wir das gleich. Dann haben wir es auch im Stehen machen können. Ich weiß nicht, Zinikus, wie flott Sie wieder weg müssen. Ja, das war jetzt eine spannende Diskussion. Weil das, was Sie verfolgt haben, Herr Zinikus, was haben Sie da jetzt mitgenommen? Was wäre jetzt für Sie? Haben Sie jetzt das Gefühl, es muss gleich in die Umsetzung gehen? Das ist doch mal eine weitregende Frage. Das ist ja keine Frage von Gefühl. Die Relevanz der Umsetzung ist ja, glaube ich, nicht wirklich strittig. Das ist ja völlig unerheblich, was ich dabei fühle. Und das ist auch noch so, vielleicht ein bisschen abweichend von der Haltung, die heute kam. Ich nähre mich der Sache weniger fühlend. Und ich glaube, das ist auch ein möglicher Zugang, den man nicht aus dem Blick verlieren sollte, ihn auch argumentativ, kommunikativ mitzunehmen. Es müssen auch die Leute sich ändern, die vielleicht keine Eisbären mögen. Das ist nicht der Zugang oder jedenfalls nicht der einzige Zugang, sondern man muss auch simpel intellektuell verstehen, wo die Bedrohungen sind. Das muss man hinterlegen können, das muss man sagen können, das muss man kommunizieren können. Und dann ist da, glaube ich, keine Frage, was ich finde. Ich befürchte aber, Ihre Frage stand dahinter, dass ich die Umsetzung jetzt sozusagen ministriell umsetze. Sie sind ja schon in einer verantwortungsvollen Position und können natürlich schon auch Dinge zumindest antreiben. sagen wir mal so, Sie können nicht final entscheiden. Ja, also das würde ich vielleicht, also antreiben, tun wir das. Frau Dr. Kalutzer hatte ja heute Morgen schon das angerissen und dass der Weg, ich leide ein bisschen darunter, dass der Weg noch nicht so weit beschritten ist, wie ich den gerne hätte beschritten haben wollen. Daran ist aber auch nur Bettina Milch schuld. Denn die hat das Haus verlassen, das Theaterreferat verweisen lassen und ich durfte das seitdem leiten. Und das hat mich, stresst mich immer noch, aber ein Ende naht. Aber das ist natürlich so eine Entschuldigungsfrage. Aber was ich wirklich als Zeit, und das hat mich an Bertinas Vortrag auch sehr gefreut, dass auch oder überhaupt von den ganzen Einrichtungen, dass da gar nichts fertig ist. Und das ist auch bei dem Aufbau, wir haben dieses Gerüstgesetz mit diesem von Frau Kalutzer heute vorgestellten Sieben-Punkte-Programm. Da sind dann konkrete Maßnahmen drin, manche ziehen sich, weil es eben Verwaltung ist. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das waren nur Überschriften und die irgendwie inhaltlich zu füllen, dazu brauche ich immer noch viele Menschen, die ich auch aufsuche und auch viele Akteurinnen, die heute hier gesprochen haben, gehören dazu, ohne deren Engagement, ohne deren Kenntnis. und ich da überhaupt nicht weiterkäme. Also es ist auch eine Frage des intellektuellen Inputs, das weiterzumachen. Ich glaube, das ist eine vorrangige Frage, auch in der Kultur. Und nochmal, die Frage ist ja nicht, was sollten wir das machen, sondern nur, wie schnell machen wir es. Ich glaube, die sieben Leitlinien waren das Öko-Kult NRW, das kann man nachschauen auch im Internet, inwiefern diese Leitlinien, an denen man sich da orientieren kann, das ist gut. Wie ist das denn bei Ihnen im eigenen Haus, also im Ministerium für Kultur und Wissenschaft? Wie weit sind Sie denn da, wenn wir es auch gehört haben, im Museum, im Theater? Was wird denn bei Ihnen intern schon gemacht? Die Landesvorwaltung stellt sich ja auch generell um. Es gibt bauliche Maßnahmen, es gibt auch energiepolitische Maßnahmen, da kommen wir vielleicht noch drauf. Also die Energiekrise hilft uns da ein bisschen, das Ganze zu beschleunigen. Das muss man ehrlich ja sagen. Wenn das Ganze jetzt viel mehr Geld kostet, motiviert das. Also die Energiekrise ist ein Beschleuniger im Nachhaltigkeitsprozess. Keine Frage. Also ich meine, ohne Geld, wenn das alles billig bleibt, ändert keiner sein Verhalten. Warum denn? Einsicht vielleicht, Erkenntnis, das, was dringend notwendig ist? Ich glaube, es ist ja was Schönes. Aber ich glaube... Es geht ja da jetzt nicht um Glauben. Das haben wir ja heute schon. Ja, aber ich glaube wirklich, also ohne einen gewissen Druck und eine gewisse Klarheit auch, die da gesagt wird, ändert sich nichts. Und ich meine Forderung, Benzin teurer zu machen und Bahnfahren billig und Bahnfahren gut zu machen und ähnliches, ist ja auch eine Frage, die Geld kostet und der hilft nicht nur Einsicht. Ich kann voll mit gutem Mut zum Bahnfahrer versuchen zu werden und verschwende sehr viel Lebenszeit in diesem maroden System, was man hat ausbluten lassen. Das muss man halt auch sehen. Also es ist nicht immer nur mit gutem Willen getan. Also man muss da auch schon, man muss auch wissen, dass das was kostet. Ich antworte aber gerne auf die Frage, wir haben eine Kollegin, natürlich auch ausgebildet, als Transformationsmanagerin und wollen gerne den selben Prozess machen, den hier Frau Zwast heute auch schon beschrieben hat, die Anne und auch Frau Milz ist ein paar Transformationsmanagerin der ersten beziehungsweise zweiten Stunde. Und genau so die Prozesse, die eben dann in das Museum oder zu Pina Bausch gekommen sind, genau das wollen wir in unsere Abteilung auch einbringen, indem wir uns diese Expertise auch holen und ganz klar gesagt haben, auch einer von uns geht da rein. Wir haben ja auch gerade gehört, es funktioniert nicht nebenbei, also es braucht Zeit und Energie, eben auch menschliche Energie. Frau Kessing, wie können wir denn, also die Frage kann ich auch an Sie stellen, was unternimmt denn das LVR-Kulturdezernat selber schon im Sinne der Nachhaltigkeit? Wir haben, glaube ich, eine ganz breite Palette. Wir haben bei uns natürlich auch Einrichtungen, zum Beispiel unser wunderbarer archäologischer Park in Xanten, die sind schon seit Jahren EMAs zertifiziert. Aber wir haben bei uns Häuser, die haben die ganze LED-Beleuchtung umgestellt, aber wir haben auch Häuser, wo dieser Prozess noch im Gange ist. Wir sind bei uns gerade dabei, diesen Prozess nochmal mit einer neuen Dynamik zu versehen, weil wir das wollen und weil unsere oberste Chefin, unsere Landesdirektorin auch mit uns Zielvereinbarungen geschlossen hat und gesagt hat, ich möchte, dass ihr diesen Prozess auch nochmal systematisch angeht und auf diesem Weg sind wir gerade. Jetzt ist es ja so, spätestens, also wir haben ja gemerkt, durch die Energiekrise wird auch allen klar, sie müssen handeln. Gerade kleinere Häuser trifft das vor allen Dingen auch, kleinere Museen, häufig werden die ehrenamtlich geführt, die müssen gefördert werden. Inwiefern steht es um die Förderung durch den LVR? Welche Förderung gibt es? Also wir haben bei uns zwei Linien, zwei große Linien. Das eine ist unsere Museumsförderung. Das ist so ein sehr interessanter Prozess, da haben wir eine halbe Million jedes Jahr. Das ist aber immer gekoppelt auch mit Beratung. Die einzelnen Institutionen kommen, das sind manchmal kleinere Häuser, manchmal größere Häuser und die werden auch bei uns beraten. Und dann begleiten wir diesen Prozess, das ist das eine. Und das andere, da sind wir dann ganz eng mit dem Land auch verbunden, das ist die sogenannte regionale Kulturförderung. Da haben wir deutlich mehr Geld drin. Das ist eine Summe so, schwankt ein bisschen zwischen vier und fünf Millionen, mal sind wir drüber. Und da können auch, begleitet auch aus den Kommunen, Anträge gestellt werden und da fördern wir. Und wir sind gerade dabei, auch da zu gucken, wie können wir in diesem Bereich der Förderung Impulse für die nachhaltige Entwicklung setzen. Das ist natürlich auch nicht so ganz einfach, weil wenn ein kleines Haus da ist, die können wir ja auch nicht überfrachten und überfordern. Wir überlegen gerade, wie setzen wir da geschickt Impulse, dass wir die unterstützen, mitnehmen und ermöglichen. Aber ich sage ganz offen, da haben wir noch nicht den Stein der Weisen. Das ist der Prozess, der in diesem Jahr ansteht und das steht in unserem Pflichtenheft, was unsere Landesdirektorin mit uns diskutiert hat. Das heißt, man muss noch Punkte rausfinden, wie man so ein bisschen, Sie sagen Impulse setzt, Anreize schafft, aber es soll nicht verpflichtend gekoppelt werden an Nachhaltigkeitsaspekte. Also wenn sie ein kleines, ehrenamtliches Haus hat, wo es darum geht, manchmal auch die Dauerausstellung neu zu machen, dann werden wir natürlich da sagen, überlegt, wie sind Kriterien, welche Materialien verwendet ihr etc. Das sind aber, wir können denen ja nicht die Eigenständigkeit nehmen, aber wir können sie begleiten und unterstützen. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt und die Leute, das erlebe ich ja hier auch, wenn wir diesen Kreis sehen, die Menschen, viele wollen ja. Wenn man sie fragt, willst du das ökologisch machen oder nicht ökologisch, dann weiß ich, wie bei 99 Prozent die Antwort aussehen wollen und es geht immer um eine gute Qualität und das steht ja nicht im Widerspruch zueinander. Der Wille ist da. Welche Kulturhilfen gibt es denn vom Ministerium, Herr Zinikus? Also, ich wollte auf gar keinen Fall außerhalb dieses Investitionsfonds Nachhaltigkeit als Einzelthema und dann gibt man auch noch 1.000 Euro für Nachhaltigkeit, sondern das wirklich und so ist das auch angelegt gewesen in der Arbeit, die meine Kolleginnen schon vor meinem Kommen ins Ministerium gemacht haben, das als wirkliches Querschnittsthema ansehen und ich muss schon sagen, wir müssen, also wir sind auch noch nicht so weit, das verpflichtend zu machen. Es gibt ja jetzt diese Richtlinien oder es gibt Weiterentwicklungen der Nachhaltigkeitsrichtlinien des Landes und ich würde schon sagen und das habe ich auch eigentlich eben in der Podiumsdiskussion als Postulat gehört, dass wir die Verbindlichkeiten erhöhen müssen und zwar nicht nur jetzt für die Kunst- und Kulturförderung, sondern generell handeln. Wenn man nicht öffentliches Geld haben will, müssen nachhaltige Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Wir kennen das vom Artenschutz, bei uns ist eine Straße und da ist die hufeisenförmige Fledermaus, bei uns ist da keine Straße oder sie überlegen sich, was sie für die Fledermaus tun und das war auch nicht immer selbstverständlich, das ist auch errungen worden und dann werden diese Nachhaltigkeitsziele auch sein oder wie das abgebildet wird in Entscheidungsprozessen, hätte doch, also vor 100 Jahren sagte man Betriebsrät um Himmels Willen, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenbeauftragte, Ähnliches, was alles gibt, sind doch erkämpft worden, die in echte Entscheidungsstrukturen zu implementieren und das muss für die Nachhaltigkeit ohne Frage auch sein und ich bei einem Respekt, ich sehe das mit den kleinen Häusern auch, erinnert mich ein bisschen an die Diskussion der Rente mit 67 und Dachdecker können doch mit 67 kein Dach mehr decken, ja, aber es sind nicht alle Dachdecker und ich glaube, wir müssen schon sagen, wenn wir etwas umbauen wollen, bauen wir das um und wenn wir ein paar Fälle finden, die wirklich, die das nicht stemmen können, da müssen wir uns Wege suchen, um die gezielt zu unterstützen. Aber ich glaube, der Punkt wird, da stimme ich Ihnen gerne zu, ich glaube, der Punkt wird bei uns sein, beim LVR, auch der Drehpunkt ist die Beratung und das ist natürlich auch so, dass wir da auch unsere Kompetenz natürlich noch erweitern müssen und das ist ja genau das, auch das Thema heute Morgen hier, die Frage, wie professionalisieren wir da und da sind wir auf dem Weg, aber ich glaube, das ist der Punkt, der viel bewegen wird, weil viele Leute wollen und wir müssen ihnen dabei helfen, das auch umzusetzen und zu ermöglichen. Ich glaube, es geht um Machen und es geht um Ermöglichen. So wie sich das anhört, der Zynikus, ist es aber ja auch so, dass der Anspruch kommen soll, also weil alle Beispiele, die Sie genannt haben, auch in anderen Bereichen, das kam natürlich auch durch Forderungen, jetzt in dem Fall aus der Kunst und der Kultur. Hier sitzen natürlich Menschen, die für dieses Thema brennen und sich dafür interessieren, aber wie repräsentativ ist das? Also das heißt, was erleben Sie denn, wie relevant das Thema Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, tatsächlich ist? Also in der Kultur erlebe ich das, ich habe noch nie, ich mache seit gutem Jahrzehnt, kümmere ich mich um Kulturförderung, ich habe noch nie ein Thema gesehen, was letztlich von der Sache so wenig kontrovers ist, wo die Leute wirklich so hinterstehen und sagen, wir wollen das machen. Also wenn man irgendwie einen guten Aufbruchspirit fühlen will, dann geht man so eine, das ist doch heute auch eine schöne Veranstaltung dafür, geht man da rein und kann das erleben. Also das finde ich nach wie vor, ich sehe aber Leute, wie eben Frau Zwas, deren Fleiß man hier auch mal wirklich von außen betonen darf, die machen sich Gedanken, kann ich Menschen abkühlen, die ob der Hitze, die steigt in der Stadt, vielleicht keinen Platz mehr finden. Ich habe bekannte, das sind an sich nette Menschen, die kaufen sich ein Auto mit 600 PS. Das Auto ist nicht verboten zu kaufen. Das muss man einfach mal deutlich sehen. Wenn man das zusammendenkt, kann ich dir nur sagen, setz dich hin, mach da eine Fotosammlung und bleib ruhig, wir ändern es nicht. Aber es ist natürlich das Vorbildhafte, das Sichtbare, das Öffentliche im Raum, was die Kultur ausmacht. Und diese Aufgabe wollen viele in der Kultur gerne übernehmen. Und ich möchte hier die Gelegenheit auch mal ergreifen, die Frage, ob die kulturelle Freiheit eingeschränkt wird, ist eine im Wesentlichen von außen, von politischen Gruppen, die sich für kulturelle Freiheiten interessieren. Aufoktroyierte Frage und kommt nicht von innen. Kunst, das haben wir ja eben auch gehört, Kunst verarbeitet Strömungen der Zeit. Wenn sie relevant sein will, will sie nicht relevant sein, ist halt nicht relevant, kann ich ja auch nicht helfen, ist ja nicht schlimm, ist das halt der Künstlerinnen und Künstler. Aber das ist keine Frage von Freiheit. Und deswegen ist das ein Scheinthema. Und da sollten wir uns wirklich vorwahren und genau gucken, wer uns diese Diskussion aufdrängen will. Sehr gut. Also relevante Themen müssen aufgegriffen werden. Haben Sie das dann auch, Sie haben wahrscheinlich ähnliche Beobachtungen, Frau Kessing, dass diese Relevanz hundertprozentig erkannt ist? Also hundertprozentig, das ist glaube ich, sagen wir mal 99 Prozent. Es muss ja auch für uns noch einen Anreiz geben, aber ich glaube, dass das in vielen Häusern einfach da ist und zwar auch in dieser ganz breiten Debatte auch über Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass schon auch nochmal dieses Thema Energiesparen ein ganz großer Punkt ist. Das erleben wir ja auch, weil wir ja auch eine ganze Reihe von Häusern unterstützen und fördern, nicht nur unsere eigenen Häuser. Und da ist natürlich die Frage, wie haben sich die Energiekosten entwickelt? Und das setzt natürlich da auch nochmal einen Anreiz und das ist manchmal dann auch der Katalysator, sich nochmal anderen Fragen auch nochmal vertieft zu stellen und da nicht stehen zu bleiben. Ja, vielleicht nochmal kurz zu den Förderungen kommend, dass wir vielleicht da auch nochmal jetzt einen Servicebeitrag leisten können. Wie ganz konkret und wo kann man Förderungen beantragen beziehungsweise sich noch weiter informieren? Ich glaube, vom LVR gibt es eine Veranstaltung, einen Infotraining. Ja, das gibt es auch. Wir machen am 31. Oktober eine Veranstaltung hier in Köln. Da werden wir auch nochmal EU-Förderung vorstellen, alle unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Wir werden das bei uns auch breit kommunizieren. Wir werden das auch in unserem Newsletter, also wer noch nicht Mitglied in unserem Newsletter-Abonnement ist, bitte das jetzt tun. Werden wir darauf nochmal aufmerksam machen. Das ist nochmal so ein besonderes Angebot, was wir gerade unter diesem Aspekt der Nachhaltigkeit machen. Daneben gibt es die beiden Förderlinien, die ich gerade genannt habe, die Museumsförderung und die regionale Kulturförderung. Und da sage ich, einfach mal bei uns auf den Seiten vorbeischauen, da finden Sie alle relevanten Informationen. Und Herr Zinekus, wir sollten vielleicht auch nochmal Prima Klima nennen auch eine Seite, die von den beiden Landschaftsverbänden mit dem Land zusammen auf den Weg gebracht worden sind. Ich weiß gar nicht, wer als erstes da war mit der Idee, ich glaube sogar das Land. Und da kann man sich auch nochmal informieren, auch über Fördermöglichkeiten rund um das Thema Klima und Energie. Ja, also das ist wirklich eine schöne Seite, die ist derzeit aufgebaut worden vor dem Hintergrund. Es gibt ja aus dem Doppelwumms eine Milliarde Kompensationsmittel für Kulturinstitutionen wegen der Energiekrise. Das ist eine Vielfalt von Förderlinien und wir haben mit den Landschaftsverbänden gemeinsam eben gesagt, wir bündeln das und Landschaftsverbänden haben das auch mit sehr guten Menschen, die das gemacht haben, auf den Weg gebracht. Man ist ja, wenn man eine politische Entität vertritt, immer gut beraten, nicht zu sagen, im nächsten Jahr entwickeln wir das weiter. Aber es ist natürlich schön, dass es das jetzt gibt und darüber sich zu fragen, ob man, wenn die Energiekrise vielleicht nicht mehr das primäre Thema ist, dieses Tool weiter nutzen kann, würde es sich zumindest lohnen, im Gespräch zu bleiben. Also das fände ich auf jeden Fall wichtig. Ich würde nur eine Sache hier in der Werbetrommel, ich habe ja Philipp Dassé hier gesehen, der ist von Energy for Climate und die habe ich auch kennengelernt im Rahmen meiner suchentastenden Bewegung. Wie finde ich Unterstützung für die Nachhaltigkeit, Haltung, Strukturen und echte Hilfe und Unterstützung. Und Energy for Climate hat halt eben auch, ich weiß nicht, ob Sie heute nochmal zu Wort kommen, aber wenn nicht, die Seite lohnt sich auch auf jeden Fall aufzusuchen, wenn man ganz gezielt Schritte gehen will. Das sind auch solche Abhackzettel, wo man Schritt für Schritt das machen kann und andere wichtige Tipps gibt es auch. Ich delettiere da, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Super. Und sonst eben für die Vertiefung kann man nochmal zu der Veranstaltung kommen im Oktober oder sich im Internet erkundigen. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, Herr Zinikus, Sie kriegen Ihren Anschlusstermin jetzt noch. Danke. Danke. Danke Ihnen auch, dass Sie die Fragen ausgesetzt haben. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Veranstaltung. Dankeschön. Ralf Zinikus, Leiter des Referats für Aufbau neuer Kultureinrichtungen und Nachhaltigkeit im Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Und das war dann Ulrike Kessing, die eingesprungen ist, Leiterin der Abteilung Strategische Planung und Netzwerksteuerung beim LVR. Jetzt kommen wir zu den versprochenen Fragen. Ich denke, es ist fast am besten, wenn die Gäste vom Panel sich kurz hier hinsetzen. Oder ich leite es immer an euch weiter, weil die Fragen werden ja höchstwahrscheinlich an euch alle gerichtet. Daher ist es vielleicht kurz besser. Wer hat denn eine Frage jetzt noch nach all dem Input, den wir heute bekommen haben? Genau, es kann wahrscheinlich keinem reden. Da hinten, da gibt es eine Frage. Jetzt ist wiederum die Frage, ob es, ah, kommt jemand. Ist denn im Chat vielleicht schon eine Frage? Ich habe das hier auch. nach diesen vier Stunden bin ich erschöpft. Wahrscheinlich genauso wie die Erde. Und meine Frage ist einfach die, wenn ich habe, wir sind nicht so weit, da haben wir ein Programm, da machen wir das. Wir kennen ja die deutsche Verwaltung und die Strukturen. Glauben Sie überhaupt, dass das alles noch in der Geschwindigkeit reicht, wie die Erde damit zurechtkommt? Das ist meine Frage. Also ich habe das pessimistisch hier von dieser Runde. Danke. Ja, Samuel, hast gleich das Mikrofon ergriffen. Ich habe überhaupt nicht vor, pessimistisch darauf zu antworten. Ich verstehe aber einen Pessimismus und der ist ja auch, das hast du so schön gesagt, auch so super notwendig. Es gibt eine politische Notwendigkeit, bestimmte naturwissenschaftlich auch gut belegte Konzepte zu absoluten Grenzen zu erklären. Gleichzeitig ist immer wahr und wird immer wahr bleiben, auch wenn wir das 1,5 Grad Ziel reißen, was politisch meines Erachtens vollkommen sicher ist, wird immer wahr bleiben, dass jedes Zehntel, jedes Hundertstel Grad Klimaerwerbung, jede einzelne Art, die wir bewahren, jedes bisschen Süßwasser, was wir wieder aufbereiten können oder so, Leben rettet und Leben besser macht. Und es gibt nicht die Erde, tut mir leid, die stirbt. Es gibt nur Arten, Welten, Häuser, Systeme, die sterben, die verletzt werden und es gibt immer welche, die wir retten können und es gibt immer welche, die wir besser machen können. Und das ist, worauf wir uns fokussieren sollten, das ist das einzig Rationale, was wir in dieser Situation tun können. Trotzdem ist es ganz wichtig, diesen Pessimismus ernst zu nehmen und ich möchte einen Wunsch an Sie äußern, weil das habe ich eben in der Runde nicht geschafft, deswegen habe ich mir auch so ein bisschen das Mikrofon Denken Sie bitte nicht nur über Vermeidung nach in Ihren Häusern, sondern denken Sie über Anpassung nach. Das haben Sie so schön mit eingebracht, Leute kommen jetzt schon ins Museum, weil es irgendwie zu heiß ist und das ist nicht nur pragmatisch, sondern das ist auch für den Wandel entscheidend, weil nur, wenn wir uns vorbereiten auf das, was kommt, nur wenn wir das Gefühl haben, dass wir ein bisschen vorbereitet sind, können wir überhaupt akzeptieren, was die Realität ist. Es wird oft in der Politik so getan, als wäre Affektivität irgendwie was, was da rauskommt, rauszuhalten, ist extrem wichtig. Wir alle haben eine Psyche und wenn das, was auf uns zukommt, viel zu groß ist und tödlich uns erscheint, dann verdrängen wir es einfach. Aber wenn wir uns vorbereiten, wenn wir als Kommune, als Gemeinde, als Theaterensemble sagen, was tun wir denn, wenn es zu wenig Trinkwasser gibt? Was tun wir denn, wenn es so heiß ist, dass man irgendwie in den Keller flüchten muss und wir das Gefühl haben, wir haben uns als Gemeinschaft darauf vorbereitet, wir haben Lösungen, wir wissen, was wir tun werden, wir wissen auch, wie sich unsere Stadt verändern wird, was mit den Bäumen sein wird, dass wir dann andere Arten und so weiter und so fort. Wenn Sie sich damit beschäftigen, dann leisten Sie aktiv einen Beitrag, Leute psychologisch in die Lage zu versetzen, sich mit dieser Krise auseinanderzusetzen und auch diesem Pessimismus zu begegnen, weil die andere Möglichkeit, die Sie haben, ist Verdrängen. Also Sie können sagen, okay, es wird so schlimm, ich drücke es einfach weg, ich gebe einfach auf, das ist verständlich, aber das ist halt schade. Und die andere Möglichkeit ist aktiv vorgehen und da habe ich die Erfahrung gemacht und das ist psychologisch auch gut abgesichert, nicht nur über Vermeidung, sondern über Anpassung nachzudenken, super wichtig und ich glaube, Ihre Häuser sind hervorragende Orte, um da Beispielprojekte zu machen, um da voranzugehen. Ja, hier war auch, hier vorne ist noch eine Dame, die eine Frage hat. Birgit Ellinghaus, Alba Kultur. Ich arbeite im Bereich des internationalen Kulturaustauschs und insofern war ich sehr erfreut von Frau Milz, was Sie gesagt haben, bei dieser Debatte, die wir gerade führen und über die Handlungsdimensionen, die wir versuchen, neu zu definieren, den internationalen Kulturaustausch im Blick zu halten, weil das, was wir jetzt heute hier gehört haben, war sehr bezogen auf die Häuser, die hier vor Ort sind, also diese Luxusräume. Wir arbeiten ständig mit Künstlern aus Afrika, aus Asien. Im letzten Monat hatten wir Musiker vom Aralsee, der zu 10 Prozent inzwischen zusammengetrocknet ist. Diese Künstler holen wir hierher und wir werden immer wieder mit sehr negativen Attributen versehen, wie wir es wagen können, Künstler aus aller Welt hier einzufliegen. Wir fliegen sie nicht ein für ein Konzert, sondern für drei Wochen, vier Wochen und trotzdem wird all diese Dimensionen bei der Systematik der Förderprogramme nie berücksichtigt. Also von daher möchte ich gerne einfach mal ein Statement wissen, wie der internationale Dialog, der extrem wichtig ist, um die Position auch gerade von denen, die schon auf den Inseln im Indischen Ozean am Ertrinken sind, von denen, die in den Wüsten sitzen, wie wir diesen Dialog hier auch weiter aufrechterhalten können, weil ich glaube, dass das extrem wichtig ist für unsere eigene Verantwortung in der gesamten Welt und nicht nur hier für unser kleines Deutschland. Danke. Frau Mülz, Sie hatten das tatsächlich wohin angesprochen, dass Sie gesagt haben, dass es Ihnen auch wichtig ist, Menschen hierher kommen zu lassen, weil der Austausch wichtig ist. Ja, herkommen oder auch hingehen. Also ich glaube nur, dass es hat eigentlich mit dem Anpassen zu tun. Es kann ja, wir haben das Wuppertal-Institut für Klima, Energie, Umwelt als Partner in unserem System und wir gucken gemeinsam mal wieder drauf, was ist eigentlich eben die Rolle der Kunst, der Kultur. Also was wir eben auch schon hatten, wir können wahrscheinlich im Vergleich zur Automobilindustrie oder so ist unser Abdruck minimalst, aber an diesen Fragen lade ich internationale Künstlerinnen und Künstler ein, wie lade ich sie ein oder jetzt auch für unser, für das Wuppertaler Tanztheater Pina Bausch, wie kann ich in Zukunft vielleicht Turnieren anders gestalten? Hat das was mit anderen Dauer mit anderen Zeiträumen zu tun, mit einem anderen Verweilen? Da ist, glaube ich, eine Anpassung extrem wichtig und ja, ich denke eben, wir sind in einer Luxussituation und müssen uns dessen auch sehr bewusst sein und wir haben in unseren Gesprächen sehr oft diesen Terminus der globalen Empathie. Ich glaube, das hilft uns einfach wahnsinnig, wenn wir in andere Kontexte schauen und eben nicht nur aus den Nachrichten hineinschauen zu lernen und vielleicht unser Verhalten anzupassen, also bestimmte Flüge eben auf keinen Fall mehr zu machen, andere, wo die notwendig sind, dann eben auch zu ermöglichen. Aber es ist ja eigentümlich, also jetzt die letzten Tage, Frau Kaluza hatte die Heizungsdebatte angesprochen, irgendwie war ich fassungslos gleichzeitig diese Bilder zu sehen aus Norditalien von diesen Umweltkatastrophen und dann Menschen, die wirklich sagen, ist das jetzt irgendwie überhaupt und nach der Sommerpause. Also von daher kann man Ihnen vielleicht auch Recht geben mit der Ungeduld. Ja, ich glaube, also ich sage mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe in der Pandemie, ich dachte, wenn ich wieder in ein Theater gehe, also damals noch im Ministerium, wüsste ich gerne, wie ist die Klimaanlage eigentlich in dem Haus, in das ich das dann hineingehe. Und dann haben wir gemeinsam mit der DTHG alle großen Kulturinstitutionen untersuchen lassen, wie sind die Lüftungsanlagen. Das Programm steht jetzt auch allen kleinen Institutionen durch eine Förderung der BKM zur Verfügung. Das war ein überschaubarer Betrag, den wir da investiert haben als Ministerium. Und das hat für mich die neue Erkenntnis ergeben, dass etwa 40 Prozent des Energieverbrauchs im Bereich der Lüftung liegt. Ich kann das anpassen, ich kann das ändern und kann damit möglicherweise sogar eine bessere Luftqualität generieren und meinen Energieverbrauch erheblich senken. Finde ich ein gutes Beispiel für eine Anpassung. Aber wäre das dann so, dass man das dann am Ende bilanziert und sagt, da haben wir was gespart, aber deswegen laden wir vielleicht dann das Tanzkollektiv ein? Oder also, weil es ging ja jetzt darum, dass man den Austausch hat. Ja, ich will nur sagen, das ist ja das Komplizierte an dieser Geschichte, dass sie genau die Lüftungsanlage und die Einladung des internationalen Ensembles und die Frage, ob sie drucken oder nicht drucken, die Frage, welche Energie, das hängt einfach alles zusammen. Und diese Komplexität, der stellen sich, glaube ich, auch die Menschen, die im Moment in den AGs oder als Transformationsmanager sich mit dem Thema befassen. Es ist verdammt kompliziert. Und ich glaube, deshalb ist die Kunst auch so ein guter Ort dafür, weil sie, also wenn man jetzt den Pessimismus des Kollegen da hinten nimmt, die Kunst ist ja ein Ort, wo dystopische Themen durchaus immer wieder verhandelt worden sind, aber weil ich gestalten kann, hat das auch was sehr Positives. Beuys hat, ich glaube, 72, gleicher Zeitpunkt, Club of Rome, die 7000 Eichen gepflanzt. Hans Hake hat damals Arbeiten gemacht zu Wasserverschmutzung. Also das ist, finde ich, das Tolle an der Kunst, dass wir diese Themen, die erstmal wirklich schwierig sind, gestaltend auch aufgreifen können. Ja, jetzt würde ich gerne doch nochmal den internationalen Aspekt direkt aufgreifen, weil ich glaube, es gibt dann diese Bilanz und ich glaube, Hamid Chai, Sie hatten auch mal so Ideen, was man machen kann, das haben Sie angesprochen, nämlich mit Kooperationen. Ja, in der Tat, also wir Kulturmenschen sind sehr eitel und mir ging es auch nicht anders, als ich mein Festival gemacht habe, ich wollte unbedingt als einziger einen bestimmten Künstler auf meiner Bühne haben. Und ich glaube, von diesem Gedanken müssen wir uns verabschieden. und der 17-Ziel, der Ziel Nummer 17 ist Kooperation. Also Kooperation ist wirklich das eine von den wichtigsten Themen, Thema in der Nachhaltigkeit. Wenn wir aus Südafrika ein Schauspiel nach Deutschland, nach Europa bringen, ich sage ganz bewusst nach Europa, das kratzt keinen, ob der Schauspiel auch in Paris und eine Woche später auch in Wien und vielleicht auch danach weiter in Nordeuropa spielt und ausgestellt wird. Und ich glaube, da müssen wir lernen, einfach besser miteinander mit Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern zu kommunizieren, damit auch sein Umdenken stattfindet und nicht diese, nee, das ist nur meine Veranstaltung und deswegen dürfen, ich will unique bleiben und deshalb möchte ich als Einziger die Veranstaltung bei mir im Haus haben. Und mir fällt leider gerade der Name nicht ein, aber vielleicht weißt du noch, Rebecca, oder wir schlagen nach. Und es gibt da ganz viel Bewegung. Also es gibt ein, es gibt zwei Menschen, die sich genau mit der Frage beschäftigen von Residenzen, die sich gerade mit der Frage beschäftigen, wie können wir eigentlich eine sichere, vertrauensvolle Datenbank schaffen, in der jemand einträgt, welche Künstlerin in den nächsten Monaten eingeladen wird, damit andere Häuser gucken können, ob sie gegebenenfalls darauf aufbauend auch diese KünstlerInnen mit ins Programm übernehmen will. Kriegen wir genau dieses Eitelkeitsproblem gerade so ein bisschen, geht nicht nur dir so, aber da passiert gerade ganz wahnsinnig viel. Ja, Punkt. Wir gucken, wir reichen gerne noch mal nach, wer das ist, weil die brauchen unbedingt Pilotprojekte. Es muss dann aber auch da wieder halt Menschen geben, die mitmachen. Es können nicht immer nur die gleichen Hansel auf der Bühne sitzen. Ja, eine Frage noch dazu, weil dahinter steht natürlich das, was du auch sagtest, dass man vielleicht nicht immer was Einzigartiges hat, sondern dass man, also weil viele Häuser legen ja doch noch Wert darauf, dass sie eine spektakuläre Inszenierung haben, was Einzigartiges, was Besonderes, was auf wieder Publikum zieht. Weil das ist ja auch wieder, also das heißt, wie kommt man denn auch so ein bisschen aus diesem Dilemma raus, in dem sich ja auch der Kulturbetrieb befindet. Eigentlich ist es ja das Ziel, was Außergewöhnliches, Spektakuläres, Großes, Buntes, Neues, Prominentes zu machen, auf der anderen Seite aber nachhaltig. Ist fast nicht zu vereinen, oder? Das kann, glaube ich, die Kuratorin besser beantworten. Ja, Frau Svast vielleicht sonst, oder Samuel wollte, glaube ich, sonst auch was sagen. Ich wollte nur mal ganz überspitzt sagen, das Problem, was Sie beschreiben, heißt Kapitalismus und meines Erachtens wird es ohne die Überwindung des Kapitalismus auch keine langfristige Nachhaltigkeit geben. Also, und da muss man, glaube ich, ich finde Ihre Frage extrem berechtigt und wichtig, aber man darf auch Hand- und Fußabdruck irgendwie, muss man gucken, was ist da wesentlich und ich würde sagen, wenn man sagt, wir haben Stimmen, die viel zu wenig gehört werden und die holen wir nach Europa und die holen wir in den Diskurs rein, dann ist das vielleicht einfach entscheidender als der CO2-Abdruck an der Stelle. Und die Kritik ist bescheuert, ja, also die ist genauso bescheuert, wie wenn Luisa Neubauer oder Greta Thunberg vorgeworfen wird, wie sie irgendwo hingefahren ist. Das ist nicht der Punkt, ja, die Politik ist der Punkt und da muss man sich fragen, was ist wesentlich? Und wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders, wenn man nicht mit dem Zug fahren kann. Genau, also da dürfen wir auch nicht dazu beitragen, als Kultur und sozusagen Teil von diesem problematischen Narrativ zu machen. Es gibt keinen perfekten Konsum im Kapitalismus und das sollten wir auch nicht so tun, als gäbe es das. Ja. Okay, da war noch eine Frage, ja. Annegret Schwiening, ich leite den Landesverband der Musikschulen in Nordrhein-Westfalen. Das ist weniger eine Frage als der Punkt, der mir gerade die ganze Zeit im Kopf rumspukt. Es geht doch darum, dass wir jetzt tatsächlich die politische Notwendigkeit erkennen und Strukturen schaffen. Hier sitzen so viele Menschen, die unbedingt arbeiten wollen. Wir reden immer über Fachkräftemangel und Stellen, die wir nicht besetzen können. Hier haben wir ein Thema, wir haben eine Notwendigkeit, wir haben die Menschen, die arbeiten wollen, also müssen wir doch mal dringend dafür sorgen, dass die Institutionen Stellen bekommen, damit das passiert. Und wir haben jetzt leider die beiden Vertreter vom MKW nicht mehr hier sitzen. Die Förderprogramme, die wir gehört haben, da geht es immer darum, die Projektförderung noch ein bisschen nachhaltiger zu machen, dass man noch mal was in den Häusern macht. Aber wir brauchen doch Geld für Stellen für die Menschen. Ich habe jemanden in der Organisation, die gerade die Ausbildung macht, Transformationsmanagerinachhaltigkeit. Ich will, dass die eine Stelle kriegt. Und ich muss jetzt loslaufen und gucken, wo es die Förderprogramme dafür gibt. Dafür sollte es welche geben und nicht für irgendwas anderes. Wir kommen das auch gut mit Diversität, mit Digitalisierung. Das lässt sich auch gut koppeln. Aber wir müssen die Strukturen schaffen für die Stellen. Und das möchte ich, dass das gesagt wird und dass wir jeder an der Position, wo wir sitzen, dafür sorgen, dass wir diese Stellen kriegen. Weil ich würde sie alle sofort einstellen bei mir. Eine Frage noch. Ich glaube, dann müssen wir aus Zeitgründen, weil wir noch eine Mittagspause machen wollen und ja in die Workshops gehen. Ja, genau. Müssen wir, glaube ich, dann ja gerne noch. Ja, tut mir leid. Bei der ganzen Diskussion möchte ich gerne noch mal anfügen, dass eigentlich der Erdüberlastungstag war ja Anfang Mai und die Frage, wie viel Kultur wollen wir uns als Gesellschaft eigentlich leisten? Für welches Publikum? Mit welcher Rechtfertigung finden die ganzen Veranstaltungen statt? Und mit welchem Ziel? Das kam den ganzen Vormittag eigentlich noch überhaupt nicht zu Wort. Ich hatte das Gefühl dadurch, dass wir über Kultur und die Kraft und die Energie und die Prozesse, die Kultur anregen kann, dass wir das besprochen haben. Aber ich würde das gerne sonst auch ausreichen. Also Nachhaltigkeit verstanden als Ressourceneffizienz und wie effizient ist eigentlich die Veranstaltung, die Ausstellung? Wen will ich damit erreichen und kann ich mir das als Gesellschaft noch leisten? Also wenn ich da einfach noch mal, wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, dass Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter im Kopf beginnt und mit Werten zu tun hat und mit Wissen zu tun hat. Und da hat Lucia Pietro Justi, von der ich den Begriff Kuratorin für Ökologie auch geklaut hat, neulich zu mir gesagt, naja, irgendwann glaubten die Menschen, die Erde ist eine Scheibe und dann begannen sie zu begreifen, sie ist eine Kugel und dazwischen ist was passiert. Und das hat sehr viel zu tun mit Diskurs, mit Sichtbarkeit, auch mit Kultur und so weiter. Und das fand ich irgendwie ein ganz eindrückliches Bild. Deswegen will ich das hier weitergeben, dass wir unbedingt Kultur, weil Kultur über Sichtbarkeit, über Zusammenkommen, über Zusammenwachsen, über Bildung und so weiter funktioniert. Ohne Kultur wird es gar nicht gehen, weil Wissenschaft alleine, wer liest hier diese wissenschaftlichen Abhandlungen? Aber wer übersetzt sie? Ja, okay, danke. Aber wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich gehen noch mehr Leute mal in eine Ausstellung, in einen Kinofilm oder wie auch immer. Also diese Übersetzungsfunktion von Wissenschaft in Gesellschaft, um nur ein Beispiel zu nennen, ist so zentral wichtig, dass ich da wirklich eine Lanze brechen würde. Ich verstehe absolut, dass diese Frage, die stellen wir uns natürlich auch immer wieder. Aber ich glaube, wir dürfen uns gar nicht klein machen. Im Gegenteil, wir haben noch gar nicht begriffen, wie wichtig wir sind in der Kultur für diesen Wandel, den wir brauchen, diesen im Kopf auch. Frau Leukert wollte noch was dazu sagen. Wir sprechen die ganze Zeit über die Politik, die Kultur, die Kunst. Es gibt nicht die Politik, es gibt Menschen, die Politik machen. Und es gibt Menschen, die Kultur machen. Und es gibt Menschen, die Nachhaltigkeit machen. Und es waren vorhin so Fragen wie, wie sinnhaftig ist das alles? Das ist total berechtigt. Die politischen Regelwerke, die es aktuell gibt, in Summe führen zu einer Erderwärmung von zwischen 3,2 und 3,7 Grad. Das ist wissenschaftlich errechnend. Aber hier sitzen ja ganz viele Leute, deswegen, ich werde jetzt selbst so ein bisschen hibbelig, weil ich habe total Lust, mit Ihnen und mit euch gleich zu arbeiten in den Workshops, weil ihr wollt ja alle. Also ihr säst ja nicht hier, wenn ihr nicht schon irgendwie ein Bewusstsein hättet. Von daher ist das eigentlich, glaube ich, für mich immer noch mal das Wichtigste. Es gibt auch nicht das Festival, sondern es gibt Menschen, also natürlich gibt es das in einer Organisationsform, in einer Rechtsform, aber es gibt Menschen, die ein Festival machen. Und deswegen bin ich so ein bisschen, als vorhin dann noch mal die Frage war, wie emotional darf es werden? Unbedingt muss das emotional werden, weil das ist uns das Menschlichste überhaupt, dass wir Emotionen haben. Und an die müssen wir rankommen. Und deswegen ist es total egal, ob es die Politik oder die Kultur oder wer auch immer ist, nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern vor allem halt selbst anfangen. Das ist nämlich der Schwierigste aller Teile, ist der selbst anzufangen. Und wenn das bedeutet, kritische politische Fragen zu stellen, unbedingt, unbedingt. Und wenn es bedeutet, kein Fleisch mehr zu essen, unbedingt. Und wenn es bedeutet, zu sagen, hey, warum fährst du ein 600 PS Auto, unbedingt. Aber eben in unserer Menschlichkeit. Ja, also, ich glaube, da kann man auch noch mal weiter und länger darüber diskutieren, inwiefern jetzt Kultur und Kunst, wenn ich es richtig verstanden habe, infrage gestellt werden. Irgendwann, ich glaube, Frau Milz sagte das mal und vorhin auch Frau Kalutzer, das Effektivste wäre natürlich, würde kein Publikum mehr kommen aus der Perspektive der ökologischen Nachhaltigkeit. Frau Milz, ganz kurz noch. Das dürfen wir da nicht an den Schluss setzen. Das ist ja, da gibt es so ein schönes Gedicht von Enzensberger, wenn nur die Menschen nicht wären, wollte ich nur kurz sagen, weil es wäre dann, glaube ich, schlauer, wie Skandinavien hat es schon, ich glaube, Schweden, das Schulfach Nachhaltigkeit und Ökonomie einzuführen. Also, ich glaube ganz fest, die Kunst ist ein Spezialist für das Neue, wir brauchen transdisziplinären Austausch mit Wissenschaft und so weiter. Natürlich brauchen wir Publikum wegen dieser sozialen Energie. Reinhard Götz hat übrigens wunderbar darüber geschrieben in der Zeit, aber dass die Kunst da nicht mehr wichtig ist, das glaube ich überhaupt nicht. Und viele Zuschauer brauchen wir natürlich auch. Dann lassen wir das jetzt so stehen hier. Das ist auf jeden Fall positiver für diese Veranstaltung auch. Ich danke Ihnen allen und ich berichte jetzt Frau Kessing noch einmal kurz zum Abschluss auf die Bühne, damit sie das offizielle, die offizielle Verabschiedung hier macht für alle, weil wir treffen uns hier nicht mehr im Forum, also nicht mehr alle gemeinsam heute im Laufe des Tages, sondern sie gehen ja jetzt in die Workshops und damit wir jetzt einmal noch uns hier offiziell verabschieden. Ich mache das auch ganz kurz, weil wir haben jetzt gerade noch einmal betont, wie wichtig die Menschen sind. Menschen sind wichtig und Institutionen sind wichtig. Deswegen muss ich, darf ich und will ich ganz unbedingt noch einmal dem Ministerium für die Förderung dieser Kulturkonferenz danken. Ich möchte unseren Kooperationspartnern danken. Das sind vor allem die fünf rheinischen Büros des Programms der regionalen Kulturpolitik, auch für die langjährige Treue, mit der ihr uns immer begleitet und unterstützt und uns fordert. Ganz herzlichen Dank auch an WDR 3 Kulturradio. Es wird dazu beitragen, dass dieses Thema auch noch einmal weitergetragen wird bei der nächsten Übertragung. Vielen Dank, Frau Backhaus, für die Moderation. Ein ganz herzliches Dankeschön an die Referentin. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich wusste gar nicht, wem ich jetzt am liebsten zugehört habe. Das werde ich irgendwann zu Hause entscheiden. Aber ich würde Sie alle wieder gerne hören. Dann waren wir hier nicht nur zu Gast, sondern wurden auch noch gastlich aufgenommen. Das geht besonders an das Rautenstrauch-Jost-Museum. Aber auch an die Karl-Rahner-Akademie. Da finden die meisten Workshops statt. Den Weg werden Sie ganz einfach finden. Das ist auch ausgeschildert. An die wunderbare Veranstaltungstechnik. Das ist ja doch immer wichtig, vor allem, wenn man nicht merkt, dass irgendwas nicht klappt. Und das ist mir jetzt das Allerliebste. Noch mal, ich stehe hier auf der Bühne, durfte vorhin auch ein bisschen was sagen. Aber dass das hier so gelungen ist, das liegt an diesem wunderbaren Team, die diese Ideen haben, die das umsetzen und den ganzen Bogen bis hinterher zum Aufräumen stemmen. Also ganz, ganz, ganz herzlichen Gedanken. Und der Dank auch für die gute inhaltliche Vorbereitung gehört dahin. Und natürlich ein allerletzter Dank und ein kleiner Ausblick. Vielen Dank, dass Sie da waren. Nehmen Sie das Thema mit. Und diskutieren Sie gleich weiter. Auch auf den Tischen stehen so kleine Schilder. Die stehen da nicht umsonst. Diskutieren Sie über das Essen und kommen Sie nächstes Jahr wieder. Wir setzen das fort. Vielen Dank.